Das ist dein freier Wille und eine freie Entscheidung, für was du dich entscheidest. Du kannst dein Leben leben, wie du willst, aber dann wird auch eines Tages abgerechnet werden. Weil dieser heilige Gott, der duldet nicht eine einzige Sünde. Und deswegen rate ich dir, mach dir einmal darüber Gedanken. Was passiert nach dem Tod? Wo gehe ich hin? Wer kann meine Seele erlösen? Wo finde ich innerlichen Frieden? Wisst ihr eigentlich, dass dieser innerliche Frieden unbezahlbar ist? Keiner auf dieser Welt kann dir diesen innerlichen Frieden geben. Wieder ein Ferrari. Keiner, das kann dir nur dieser allmächtige Gott. Er kann dir diesen innerlichen Frieden geben. Und ich verspreche dir, er gibt dir diesen innerlichen Frieden. Einer, der die Trinität leugnist, den hole ich doch nicht hoch. Heiko, ich bitte dich. Du leugnist die Trinität. Was willst du, dass ich mit dir rede? Mach deine eigenen Streams im Keller. Und ja, auf jeden Fall, ich möchte euch einen sagen, auch zur Ermutigung, auch gerade an die ganzen Christen, ihr braucht keine Angst haben. Egal, ob ihr alleine seid. Ihr seid nicht alleine. Ihr seid mit dem Herrn Jesus. Auch wenn ihr auf die Straße rausgeht. Ich bin auch öfters alleine. Aber ihr seid mit dem Herrn. Und deswegen sollten wir uns auch nicht fürchten vor Menschen. Und wenn der Herr uns einen Bruder, eine Schwester oder eine Gemeinde gibt, ja, dann ist es ein Segen. Und wenn wir dann eben alleine sind, dann sind wir alleine. Dann haaren wir aus. Wenn ihr keine Gemeinde gefunden habt, dann habt ihr keine Gemeinde gefunden. Habt ihr eine gefunden, dann habt ihr eben eine gefunden. Deswegen ist es auch, ich würde euch auch, dass wir das wirklich ernst nehmen, weil nicht jeder ist wirklich ein Bruder im Herrn. Ich sage es euch, ich habe so viel Enttäuschung in den letzten sechs Jahren gesehen. Ich habe sehr viel über die Christen, also ich habe sehr, sehr viel Enttäuschung gesehen. Deswegen sage ich euch, Leute, egal wie nett einer rüberkommt, egal wie freundlich einer rüberkommt, prüft die Person, prüft die vier, fünf Mal, bevor ihr irgendwas, diese Leute blind glaubt. Ich würde niemanden mehr blind glauben. Ich würde das prüfen, ich würde das hinterfragen, ist er wirklich ein Bruder im Herrn? Ist er wirklich ein Kind Gottes? Kann man diesem Bruder im Herrn auch vertrauen? Das ist sehr wichtig, Leute, dass ihr da auch ins Gebet geht. Und nicht einfach nur, weil einer sagt, Jesus ist Gott. Ich glaube auch an Jesus, prüft ihn einfach mal. Kann ein Wolf, das kann auch ein Wolf in Schafspelz sein, der von dem Teufel geschickt ist, um dich zu schädigen. Und ich sage es euch, und ich verspreche es euch, in jeder Gemeinde zu 100 Prozent, in jeder Gemeinde ist ein Wolf in Schafspelz. Gerade diese Christen, die so unauffällig sind, oder manchmal zu nett sind, man muss immer aufpassen. Und der Satan schickt ja auch seine Leute in die Gemeinde rein, in die Brüdergemeinden, überall. Der schickt überall seine Leute rein. Und mir ist was aufgefallen. Leute, und ich mache dir nichts, ein Video. Wisst ihr eigentlich, wie viele involvierte Freimaurer sich in die charismatischen Gemeinden eingeschlichen haben? Das ist unfassbar schrecklich. Dennis, du bist aber viel zu nett. Wir müssen uns Sorgen machen. Ja, ich habe heute sehr gut gefrühstückt. Dann habe ich einen Riegel gegessen. Der hat mir sehr viel Kraft gegeben. Und deswegen habe ich einfach heute gute Laune, weil ich habe frei. Dann mache ich Essen. Und dann werde ich später essen gehen. Und deswegen habe ich heute echt sehr gute Laune. Und später Später wird ja Heute ist ja Halloween. Und deswegen habe ich auch schon eine Diese Tüte wird heute Abend voll gemacht, Leute. Also ich werde nicht nach Hause gehen, bis diese Tüte komplett full ist. Parteikst du heute Nein, heute wäre es süßes, sonst gibt es saures. Ich werde Tür zu Tür gehen und nach Süßigkeiten schnurren. Leute, mein Stream wurde wieder eingeschränkt, aber ich lasse ihn einfach laufen. Nicht dein Ernst. Auf jeden Fall mein Ernst. Das kann sein, wegen Filter. Ich zeige euch, was ich den Kindern geben werde. Also, Also, wenn jemand vor meiner Tür klopft, dann gebe ich denen diese Flyer her und dann kann jeder einen Flyer bekommen. Komm zu Gott. Wie komme ich zu Gott? Durch mich keine Gymnatssymbole. Nein, heute. Später vielleicht. Ihr wisst ja, dass Halloween ein Menschenopferfest ist. Dass die da Menschen geopfert haben. Halloween ist nicht ohne das. Leute, das sage ich euch. Die ganzen Weltmenschen unterschätzen das, aber das ist ein Massenopferfest. Halloween. Ein Massenopferfest. Was meint ihr, was diese ganze Elite heute macht? Was meint ihr, wie viele Kinder heute verschwinden? Wo steht das? Ich werde später, vielleicht, so Gott will, wenn ich heute Abend live bin, dann werde ich euch das ein bisschen zeigen. Also, ich kann euch Bilder nicht zeigen, aber ich würde euch gerne einiges zeigen. Wieso die Elite so Baphomet-Kopf aufsetzt und denn voll mit geschmierter roter Farbe ist. Ich würde euch gerne einige Berichte zeigen. Bitte nicht, es interessiert mich nicht. Ja gut, wenn es das nicht interessiert, dann kann es ja rausgehen. Aber auf jeden Fall, das ist schon ein sehr brutales Fest. Deswegen, diese ganzen, ihr müsst euch mal vorstellen, die Kinder, die sich so verkleiden und so, die haben das ja mit Tierköpfe gemacht. So, mit Baphomet-Kopf oder mit irgendwelchen Köpfen, die sich aufsetzen. Beten Satan an, dann wird Opferung da gebracht. Deswegen, also ich würde mich nicht an Halloween beteiligen. Auch an die Christen, wir dürfen überhaupt nicht uns da beteiligen. Wir sollen keine Gemeinschaft haben mit der Finsternis, es deckt sie vielmehr auf. Und deswegen sollten wir ein Licht draußen sein. Jeder, der evangelisieren kann, kann evangelisieren. Es ist auch schon evangelisieren, wenn die Leute zu euch kommen und ihr sagt, der Herr Jesus liebt euch. Luzifer ist, äh, Luzifer ist der oberste Herrscher. Ja, aber irgendwann wird auch Luzifer fallen. Ich verstehe nicht die Satanisten, ich verstehe auch nicht, äh, äh, Dennis, ich kann niemanden, ich kenne niemanden, der so fit ist. Ja, ich habe eigentlich einen Filter drin. Wenn du, wenn ich diesen Filter rausmachen würde, äh, dann würdest du auf einmal so einen, einen Monster sehen. Also, dann würdest du hier so einen 300, 400 Kilo Typen sehen. Das ist ein Filter, der hier drin ist. Ich esse ja am Tag 6, 7 Mahlzeiten. Deswegen, also das ist alles ein Filter. Deswegen, wenn ihr das wirklich, wenn ihr mich wirklich sehen würdet, ihr würdet einen Schock bekommen. Ja, auf jeden Fall ist es ja schon evangelisieren, wenn ihr einfach vor die Tür geht und sagt, der Herr Jesus liebt euch und denen einfach ein paar Bibelferse vorliest. Das reicht schon. Das reicht schon, auch wenn das Kinder sind. Wenn die das Wort Gottes hören und vielleicht kommen die zum Nachdenken. Oder erzählen das ihren Eltern. Oder ihr könnt denen einen Flyer mitgeben. Aber auch bei Halloween verschwinden sehr viele Kinder. Sehr, sehr, sehr viele Kinder verschwinden Halloween. Achtet mal drauf jetzt auf der ganzen Welt, wie viele Kinder verschwinden und wie viele Kinder davor gelagert worden sind. Weil auf der ganzen Welt feiert ja die Elite dieses Fest. Also muss auch viel, viel geopfert werden. Ich würde euch mal ein Bild zeigen. Einen Moment. Aber ich glaube, ich kann das euch nicht zeigen, leider, weil sonst wäre ich gesperrt. Hier, die mächtigste Familie der Welt. Rotschilds, Rockefeller. Schaut euch mal das Bild hier an, Leute. Der letzte Video war auch so hart runter, damit es noch nicht gesperrt ist. Ja, das müsst ihr euch mal geben. Guckt euch das mal an, Leute. Das ist wie in einer Ehrenanstalt. Wie in einer Ehrenanstalt. Ja, auf das YouTube. Ja, mein anderes Video wurde ja gesperrt. Satanische Rituale. Das Video wurde ja gesperrt. Leute, ich muss den Stream einmal neu starten, weil ich habe eine Einschränkung bekommen. Tut mir leid. Sogar, wie privat er wurde, liebe Tordis, absolut respektlos beleidigt mich, beleidigt den Host, obwohl ich noch so lieb zu ihm gewesen bin. Und ich meinte zu ihm, bitte keine Beleidigung. Und dann sagt er zu mir, wer bist du denn? Halt mal dein, ich will das jetzt nicht aussprechen. Zum Beispiel haben die. Geht auf privat, auf Eltern, beleidigt nur. Dann hörst du auch, ich verfluche dich, ich verfluche dich. Wir segnen dir uns, Fluchen. Verstehst du? Das ist es ja. Egal, ob die Menschen uns verfluchen. Egal, ob die Menschen uns hassen. Egal, ob die Menschen uns verfolgen. Wir segnen diese Menschen. Was haben wir denn davon? Was habe ich jetzt davon? Ich will doch, dass du gerettet bist. Ich reiche Gottes reichlichen Segen. Leute, Dankeschön. Valla, danke für die Geschenke, Leute. Beste, beste, beste Geschenke. Valla, danke, Leute. Denny. Valla, danke, Leute. Ja, aber so ist das. Wir segnen die Leute. Sie beleidigen, sie spotten, sie bedrohen, was weiß ich was. Und wir sagen, Gott segne dich, ist gar kein Problem. Weil warum sollten wir das irgendwie persönlich nehmen? In dem Sinne, wir sollen die Menschen gewinnen für das Evangelium. Und das können wir nicht, wenn wir wie sie handeln und beleidigen und spotten oder bedrohen. Nein, falsch. Wir segnen sie. Das wüsste ich aber, Johnny. Das wüsste ich aber. So ein Quark. Dieser Mensch hat echt Langeweile. Geht es dir nicht gut? Soll ich für dich beten vielleicht? Johnny, ich glaube, du brauchst wieder ganz viel Liebe. Das geht jetzt aber so gar nicht weiter, Johnny. Jetzt gibt es wieder ganz viele. Jetzt gibt es alle, jetzt müssen wir alle einmal wieder. Komm, schick mit dem Johnny alle ein schönes Herzchen ein. Ganz viele Herzchen. Ja. Bitte schön, Johnny. Ganz viel Liebe für dich. Na, möchte jemand hochkommen? Ich habe einen Gast. Egal, muss man nicht rausschmeißen. Lass ihn doch rumeiern. Ist doch nicht schlimm. Gut, segne dich, Johnny. Johnny, wo ist gut? Gut, segne euch. Ja, Gottes Segen. Hi. Hi. Leute, bitte auch alle Folgen. Bitte alle Folgen, Leute. Ich mache wieder eine Schatztruhe rein. Also, ganz kurz die Frage zu beantworten. Lass du irgendwas auf den Herzen. Leute, bitte alle teilen, 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 Leute. Ich knall eine Schatztruhe nach der anderen rein. Eine nach der anderen. Ihr kriegt jetzt alle Schatztruhen. Ja, ich muss da kurz was beantworten. Die Frage, warum ich politisch mit Stürzenberger unterwegs war. Weil der Herr Jesus Christus mich dorthin gelenkt hat, dass ich Zeugnis gebe. Ich habe dort mit Politik nichts zu tun gehabt, sondern ich habe Zeugnis gegeben, dass der Islam auf jeden Fall nicht die Wahrheit ist. Denn Jesus Christus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und das war meine Aufgabe. Und es ist beendet worden mit letztem Jahr die letzte Kundgebung in Bonn. Und seitdem bin ich dort auch in dem Sinne nicht mehr dabei gewesen, weil Gott mich davon abgerufen hat. Er hat mich dort eingesetzt für einen gewissen Zeitraum, um Zeugnis zu geben. Und jetzt bin ich fertig mit dem. Jetzt werde ich woanders eingesetzt. Und jetzt tanzt Breakdance auf eurem Kopf oder macht, was ihr wollt. Aber ja, Gott segne euch. So ist es. Also, Thema beendet. Ja, Gott, deswegen, Leute, bitte alle teilen und alle folgen, bitte. Okay, was ich sagen wollte? Oder wollt ihr noch ein Wort abgeben? Wie bitte? Wollt ihr noch was sagen oder soll ich schon anfangen? Nee, kannst du. Ich bin fertig. Ja, ich bin halt schon seit einigen Tagen hier dabei. Habe das entdeckt, diese TikTok-Live-Welt. Und ich finde das voll interessant. Ich fühle mich wie eine Lehre geworden. Bin oft auf den Debatten, auch mit den anderen muslimischen Leuten. Aber jetzt habe ich halt so ein Anliegen oder eine Frage, weil meine Freundin oder Verlobte versteht das Ganze eben nicht. Die ganze Thematik. Sie hat sich zwar ein Bußgebet gesprochen für Jesus bekehrt. Und meine Frage ist, ich weiß, dass es ein Prozess ist wie bei mir. Es ist jetzt schon ein Jahr her. Ja, aber wie kann ich sie mehr dazu bringen? Hauptsächlich durch Gebet wahrscheinlich. Dass sie freiwillig damit macht, dass sie sich mehr dafür interessiert und das versteht, warum es mir so am Herzen liegt. Wie war das bei euch? Also habt ihr direkt zu euch bekehrt und straight diesen Weg verfolgt? Oder war das ein Prozess? Wo ich den Herrn Jesus angenommen habe? Ja. Ja, also ich war auf der Suche. Ich war total am Ende. Also, ich habe einfach nach dem Sinn des Lebens auch wirklich gefragt. Ich habe gefragt, Gott, wer bist du? Welcher Gott bist du? Weil ich war total am Ende. Ich konnte einfach nicht mehr. Und ich hatte immer eine Blockade gehabt, wegen der Bibel auch, weil jedes Mal, wenn ich so Prediger draußen gesehen habe, ich hatte eine Abneigung. Wenn ich die Kirche gesehen habe, ich hatte eine Abneigung. Wenn ich nur einmal was über den Herrn Jesus gehört habe, ich hatte eine Abneigung gehabt. Und irgendwann, ich war so zerschmettert und so am Ende, dass ich gesagt habe, Gott, wer bist du? Ich will dich kennenlernen. Und dann kam auf einmal eine Predigt. Dann habe ich mir auf einmal das Johannes-Evangelium angehört. Und ich bin da so zusammengebrochen bei der Predigt. Das war eine sehr harte Predigt über die Hölle, über Buße und Hölle. Und da habe ich das Wort, das Wort Gottes hat mich so getroffen, so getroffen, dass ich danach Buße getan habe auch und bereut habe, weil das, wie der Prediger, das war ein amerikanischer Prediger. Ich weiß nicht mehr, was für eine Predigt das war. Es war ein Video auf amerikanisch mit deutsch Untertitel auch übersetzt. Und wie er gepredigt hat, der Herr Jesus ist in dein Leben gekommen. Und ich habe mir das angehört. Und dann habe ich wirklich auf die Knie, also nach der Predigt, dann habe ich mir noch diesen Film angeschaut, bin auf die Knie gegangen, habe gesagt, Herr, vergib mir für all meine Sünden. Und dann auf einmal, danach, nach dieses Gebet, ich habe mich auf einmal so erleichtert gefühlt. Es war auf einmal, ob mir jemand die ganze Last weggenommen hat. Ob mir jemand diese unsichtbaren Ketten weggenommen hat. Ich hatte einen innerlichen Frieden auf einmal gehabt und ich hatte Freude im Leben gehabt. Und ich habe angefangen, auf einmal mich zu lieben, Feindesliebe. Ich wollte die Bibel lesen. Ich wollte Gott mehr kennenlernen. Und so kam das dann, nach diesem Geburtsgebet. Okay. Das heißt, bei ihr war es eher so, ich glaube, bei ihr war, ihre Entscheidung war mehr so, sie möchte irgendwie dabei sein, so einfach nur gerettet werden. Ich glaube, nicht aus tiefstem Herzen, weil ich weiß nicht, bei ihr dieser Prozess, wo sie dann im Licht wandelt und mehr erfahren will, das ist bei ihr eben noch nicht. Ich will sie auch überhaupt nicht einreden oder so. Natürlich alles freiwillig. Aber sie sieht bei mir mit, sie hört auch Predigten, meine Lieder. Aber sie scheint das nicht so zu berühren oder sie versteht es noch nicht. Und ich muss gestehen, ich war auch so am Anfang, habe mich sogar gefilmt, überhaupt Jesus zu sagen in meiner Anfangszeit. Das war alles ein Prozess. Aber ich hatte den Wunsch trotzdem mehr darüber zu erlernen. Und den hat sie vielleicht oder auch nicht. Und jetzt denke ich mir, wie könnte man das damit umgehen? Ich habe dich schlecht gehört. Der Wunsch, ich will ja, dass er von ihr selbst kommt, dieser Wunsch. Und ich wüsste jetzt, sie will, dass ich ihr helfe, aber sie sagt das ja auch selbst, aber sie ist irgendwie doch nicht daran interessiert. Wenn der Vater sie nicht sieht, dann kannst du nichts machen. Es ist ihre Herzenseinstellung. Ist sie bereit, ist sie bereit, diesen Bruchsschritt zu tun? Ist sie bereit, vom ganzen Herzen auch zu den Herren zu kommen? Weil du kannst ihr nicht helfen. Du kannst nur sagen, wie der Weg ist zu den Herren. Aber diesen Schritt muss sie alleine machen. Weil guck mal, ich springe ja nicht für dich. Du selber musst diesen Weg wagen. Und von neu geboren zu werden. Du selber entscheidest dich. Du selber gehst diesen Weg mit Gott und führst eine Beziehung mit ihm. Ja, wobei ich sagen muss, eigentlich, sie weiß ja schon, wie wichtig mir das ist. Also, dass ich für das Leben mittlerweile soweit bin. Und hat mir jetzt immerhin zu meinem Geburtstag christliche Eventkarten, also für ein Konzert, für ein Worship. Ich weiß nicht, was genau, aber damit zeigt sie ja schon mal etwas. Ja, und vielleicht kommt mehr, aber deswegen auch meine Frage jetzt. Vielleicht habt ihr Erfahrung im Prozess, wie das dann zugenommen hat, das Interesse allgemein oder so, danach zu wandeln. Was könnte ich ihr für Tipps geben? Weil sie will es doch. Sie versteht ja nicht, warum mir das so wichtig ist. Ist sie eigentlich wiedergeboren? Ja, das ist eben das. Dann muss sie erst mal wiedergeboren werden. Sie muss erst mal den Herrn Jesus vom ganzen Herzen annehmen. Du hast schon deine Aufgabe schon gemacht. Du hast hier bestimmt schon das erzählt. Buße von Neugeboren und den Rest musst du den Herrn Jesus überlassen. Ja, ich denke auch, also eher durch Gebeten. Den Rest lässt du den Herrn. Ja, weil sie sagt mir, okay, lass uns jetzt hier so einen christlichen Film gucken, wo wir lernen oder hört auch die Musik. Aber sie fühlt dabei nichts oder versteht es eben nicht. Aber ja, ich denke, das ist ein Prozess, wo man dann immer mehr dem Herrn nahe ist. Könnte man das so sagen, ne? Ein christliches Lobpreislied. Ja gut, guck mal. Also diese christlichen Filme, Predigten. Es ist ja schön und gut, wenn du das dir anhörst, anschaust. Aber du musst dich immer noch entscheiden. Weil wenn sie heute in den Tod geht, ohne den Herrn Jesus Christus, und nur halbherzig glaubt, nein. Du musst schon vom ganzen Herzen an den Herrn Jesus glauben. Weil du kannst einen Film nach den anderen mit ihr gucken. Wenn sie das nicht mit Herzen aufnimmt und wirklich daran nicht glaubt, dann bringt das auch nichts. Weil da muss man auch irgendwann aufgeben. Ja, weil diese ganzen Filme zeigen ja dann letztendlich, wie Gott ist und wie er arbeitet. Das ist immer so bei den Christen. Und auch oft, dass er existiert. Ja, also die haben mir mal vieles beantworten können. Diese Filme gehen ja voll explizit auf seine Existenz ein. Und wie in der Welt so. Ja, also sie hat hier die Antwort, dass er existiert. Aber sie fragt sich jetzt, wie kriege ich das so in mein Herz, dass ich mich ihm so zuwenden kann wie andere Christen. Ja, das ist eben das. Und sie hat das Bußgebet vor einem Jahr gemacht. Aber ich glaube, das war nicht aufrichtig, sondern mehr, dass sie irgendwie so Teil sein will. Das weiß ich nicht, wie sie das in ihrem Herz gemeint hat. Das ist gar nicht gut. Also ich sage ja so, also du selber kannst es machen. Du hast schon alles gemacht. Sie muss den Schritt selber gehen. Und wenn sie diesen Schritt nicht geht, weil Gott zwingt niemanden in den Himmel und er nimmt auch keine Kette um ihr Hals, sondern sie entscheidet sich selber. So. Sie weiß, dass der Herr Jesus Gott ist, oder nicht? Ja, vielleicht begreift sie es noch nicht ganz. Aber ich habe auch länger gebraucht. Sie ist nicht bußwertig. Sie ist nicht bußwertig. Sie will das nicht. Sie will... Und sie ist nicht bußwertig, dass sie dann halt nicht ganz zu den Herrn Jesus kommen will. Das kann auch sein. Leute, noch einen Follower. Leute, noch einen Follower. Dann haben wir die 6.000 geschafft. Leute, noch einen einzigen. Einen noch, Leute. Einen. Leute, noch einen einzigen. Warte. Wala, danke, Leute. Wala, danke, Leute. Danke. Gibt es ein Geschenk für diesen Follower? Danke. Danke, Leute. Wala, danke. Ja. Alles klar. Ja, ich. Ja, Wollte mal. Jetzt ist der Follower wieder weg. Was soll das, Leute? Leute, was soll das? Wo ist der hin? Leute, der hat sich zurückgezogen. Nein, aber was ich nur dir empfehlen kann, ist, bete, faste, dass du vielleicht, guck mal, also wenn ich jetzt mit jemandem rede, also ich gehe dann immer ganz tief in die Materie rein und will den Menschen so hart treffen, dass er selber, guck mal, ich versuche das immer am meisten erstmal in der Liebe, danach versuche ich das ein bisschen härter, weil ich sage auch direkt die Menschen knallhart die weit ins Gesicht, dass du in der Hölle brennen wirst, ohne den Herrn Jesus, und du wirst verloben gehen. Und ich nehme auch kein Blatt vor den Mund, ich werde auch sagen, der Herr wird kurz einen Prozess mit dir machen, er wird dich eiskalt richten, wenn du ohne ihn in den Tod gehst. Ja, ich muss sagen, eigentlich hat mich das auch am meisten wachgerüttelt, als ich gesehen habe, es gibt ja echt reale, absichtlich so gestaltende Games, da sieht man, wie die Hölle wirklich ist, und man, damals habe ich das so gespielt, und es ist... Ich dachte, Alter, wenn das real ist, man, Ewigkeit, nicht 70 Jahre... Ja, ja, die Hölle ist real, die Hölle ist ein realer Ort, was meinst du? Was meinst du, wie schrecklich die Hölle ist? Ja, die Leute denken jetzt, weil sie manipuliert sind von diesem Film, dass sie eine Pater und so sein werden, aber... Also diese, die beschreiben sie alle gleich in diesen Spielen, ja, wo die Leute absichtlich sie so konzipiert haben, dass man versteht, was da so abgeht, eigentlich... Wusstest du eigentlich, und das ist sehr beängstigend, und das ist auch sehr schockierend, wusstest du, dass du zum Beispiel, wenn du Horrorfilme guckst, Evangelist, du warst gestern nicht fair, doch, also wenn ihr zum Beispiel Horrorfilme guckt, durch diese Horrorfilme könnt ihr dämonisch besessen werden, es ist ultra heftig, durch einen Horrorfilm kannst du ohne den... also wenn du nicht wiedergeboren bist, kann ein Dämon in dir hineingehen und dich besessen werden. Ja, das stimmt, das habe ich auch gesehen, weil die sprechen dort tatsächlich echte Flüche aus, und ich war... Ja, natürlich, diese ganzen Filme werden ja auch, diese ganzen Hollywoodfilme, alle Filme, was du eigentlich siehst, Blockbuster, da arbeitet nur der Dämon, es ist eigentlich nur zu 100%, die können sich gar nicht daran erinnern, die sind dann ausgeschaltet, die Menschen, die machen dann auch diese ganzen Stunts und dies und das, und wenn die dann fertig sind, dann sind die wieder normal ansprechbar. Deswegen, die ganzen Stars können sich gar nicht an ihre Rollen erinnern, die sagen ja, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich diese Rolle gemacht habe, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das und das gemacht habe, und da sagen... Der eine sagt sogar, der eine sagt sogar, ich glaube, ich muss euch das mal zeigen, warte, ich zeige... Der Johnny Depp hat auch gesagt, er sieht sich seine eigenen Filme nicht an, hier flog der Karibik, er hat gesagt, ich sehe nicht mich, sondern ihn da oben, ja. Leute, alle bitte den Stream teilen, alle den Stream teilen, ich möchte euch das einmal zeigen. Alle teilen, Leute, alle, das muss geteilt werden, Leute. Alle teilen und alle tippen und alle folgen, Leute. Dann, ich will euch einmal was zeigen, Leute. Wenn wir hier die 6.000 voll bekommen haben, will ich euch was zeigen, dass die Stars aus Hollywood das selber zugeben. Teilen, 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 Leute und tippen. Dankeschön. Ich werde auch gleich gehen. Ich wollte sagen, machst du vielleicht auch diese Aufklärarbeiten über das System und was die machen und wie Lucifer da kontrolliert, weil ich mache dasselbe wahrscheinlich wie du dann, oder? Du denkst ja auch voll auf, oder? Was denn zum Beispiel? Ja, eben, wie ich hier in deinem Hintergrund sehe, dass wie der Antichrist in der Welt agiert durch viel mehr Musik, Revisionen. Ja, 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 genau. Ja, cool, dann haben wir gleich den Konten. Es ist ja, 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 genau, diese ganzen Stars, die sind alle dämonisch besessen. Die sind alle, die arbeiten mit Dämonen zusammen. Alle, alles das. Leute, bei den nächsten 30.000 Likes eine neue Schatztruhe. Also ich war, die Leute glauben, leider alles, was das Show ist. Und dann denke ich mir, warum wird jetzt alles so satanisiert und warum soll das Show sein? Also warum wird alles Richtung Ludwig vergehen? Bevor ich das Video zeige, zeige ich euch mal einige Bilder. So, ich zeige euch jetzt mal einige Bilder. Ich hoffe, dass ich dafür nicht gesperrt werde. So. Leute, bitte alle den Stream teilen, 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 Leute. Liken, liken, liken. Hier sehen wir zum Beispiel Freimaurer, Zirkelmaß G. Und es gibt es ja auch unterschiedliche Freimaurer. Rote Loge und die blaue Loge. Vielleicht kannst du ja einmal was dazu sagen, über die blaue und rote Loge. Ich? Ja. Okay, das mit den Farben weiß ich nicht, aber ich kann euch eines garantieren, das ist schon heftig. Die Leute haben damals, als ich das vor zehn Jahren ausgepackt habe, erstmal allem ist dann geglaubt. Aber der Einzige, der mir das so hundert Prozent überzeugen wollte, dass es so ist, dass der Content vom Evangelist auch so ist. Ich will nicht sagen, wer, aber einer in meinem nähesten Umfeld war dort dabei. Und er hat mir ihre Symbole gezeigt, ihren Gruß und er hat gesagt, ich habe einen Eid gesprochen. Ich kann dir versichern, die sind überall, auch hier bei uns in jedem Land. Und du darfst, ich darf dir nicht mehr sagen, aber du irrst dich nicht mit dem. Und er war mir so wichtig und ich ihm, wir haben uns sozusagen respektiert, ich habe ihn gefragt, warum bist du da drin eigentlich? Ja. Und soll ich fertig erklären? Interessiert dich das auch? Wenn du mal einen suchst? Ja. Okay. Eine echt nahestehende Person. Und er sagte, bei uns Untergradigen ist noch nicht so übel. Wir sind nur in der Wirtschaft tätig, aber die Obergradigen, ab, ich weiß nicht, ab welcher Stufe, weißt du das? Sie müssen involviert werden in der, wenn sie ab, ab, ab der Roten, ab den 29. Ab den 30. sind sie auch alle erleuchtet. Ja. Also ab den 30. sind sie alle erleuchtet. Ja, und er sagte, ich habe ihn gefragt, wie ist er zugekommen? Und er hat gesagt, er hat seine Firma aufgebaut, die hat sich soweit etabliert, dass dann sieben Länder verbreitet haben. Und dann sind sie zu ihm gekommen, weil er schon eine gewisse Macht hatte in der Wirtschaft. Ja. Und die haben ihn gefragt. Und dadurch, dass er nicht gläubig war, hat er sich denen angenommen. Aber er sagt, die meisten Untergradigen wissen gar nicht, wo diese Reise hinführt, weil die werden jährlich, er hat mir erklärt, er hat mir Fotos gezeigt, Leute, ohne Scheiß. Die waren wie weiße Templer angezogen mit einem roten Kreuz, mit Kapuzen. Und das sind die Leute, die hier die Wirtschaft kontrollieren. Aber das seht ihr nicht. Ich habe diese Bilder gesehen, ja, auf seinem Handy. Hunderte. Und sie haben sich mit dem Schwert links und rechts hochgegradigt. Also... Ja, die beten Baphomet an, das weißt du, ne? Ja. Ja, ja, die beten Baphomet an und trinken Blut und machen Brandopfer mit Menschen, TikTok sportlich. Ja, ist echt viel zu heftig, wenn man das so jemandem erzählt. Natürlich glaubt er da am Verschwörungsding. Erzähl mal was über die Bilder. Und die drehen das dann auch im Fernsehen. Der Fernseher gehört ja auch in Ihnen. Die werden euch das auch so einreden. Ja. Erzähl mal über die Bilder. Ja, das ist dasselbe Symbol wie am Dollarschein. Das eine Auge. Jetzt pass auf, weil du erwähnt hast, Religionen sind auch dabei. Ja. Deswegen halte ich nichts von staatlich. Sah das so aus, sahen die so aus ungefähr? Wie in Weiß meinst du, bei dieser Zeremonie? Ja. Nein, die waren wirklich ganz weiß. So ein, wie die Tempelritter eigentlich damals. Das sind ja auch viele Christen gewesen. Das waren eigentlich Freimaurer, getarnt als Christen. Die hatten so ein weißes ganz Ding an und mit einem riesen fetten roten Kreuz. Und das sind Leute, das passiert Jahr für Jahr. Weil er hat mir die Bilder gezeigt, wie sie da hochgradiert werden. Ich glaube alle, es gibt nur ungerade Zahlen, oder wie ist das? Also von Stufe sieben auf neun oder so, ja. Nochmal. Wenn die hochgegradigt werden, springen die ja immer um eine Stufe hoch. Ja, umso höher die Stufe ist, umso brutaler sind auch die Rituale denn, ne. Also es geht, es geht dann da schon wirklich um Opferung. Die machen dann da wirklich Leben. Was sagst du dazu, wenn du dieses Zeichen in den Staatskirchen siehst, also diese katholischen? Ja, wir wissen ja, wer das da, wer die regiert, ne. Wir wissen ja, wer da Hand und Fuß versetzt. Ja, deswegen Leute, ich halte nichts. Ich bin ein sehr gläubiger Christ, 100% Jesu Nachfolger. Aber ich rate euch ab in diese Staatskirchen, ja. Weil wir sehen auch schon hier überall in den Kirchen, machen diese Elektrik-Partys und so in diesen Staatskirchen. Und die lehren überhaupt von der katholischen Kirche, ich weiß nicht, ich kann da einfach nicht mit. Weil ich mal denke, die haben ja das Auge, die haben das Auge auf ihren Kirchen drauf. Ja, du meinst die Pyramide mit den heißen Augen. Das selber, die Pyramide, genau. Alle machen das, siehst du das? Alles das machen diese 6-6-Geste über den Auge. Hast du schon mal so eine Geste gesehen? Ich habe mich darüber informiert, warum die das eigentlich machen. Und sie haben gesagt, sie bringen damit... Ja, das Auge, guck mal, die machen das allsehne Auge mit dieses... Und die 6-6-Geste über den Auge. Die Zahl des Antichristen. Und weißt du, warum sie es machen? Ja, weil das Teufelsanbeter sind. Weil sie ihren Meister präsentieren. Weil die Rituale machen und so, ne? Die machen okkulte Rituale machen die. Auf höchstem Niveau. Das zum Beispiel ist die Schweigepflicht-Geste. Das machen auch alles das. Das ist die Freimaurer-Geste. Eine okkulte Geste. Das heißt, wir haben zu schweigen. Ein Erfolgsgeheimnis. Alle, alles das machen das, die ihre Seele verkauft haben. Und guck mal hier zum Beispiel auch. Jetzt wissen wir auch, wer hier die Welt regiert. Und jetzt schaut euch das mal an hier. Überall. Diese ganzen Familien. Der Papst hat das. Sogar der Papst. Ja, weil diese Leute agieren in Untergrund. Was meinst du, warum so viele Kinder verschwinden? Hast du dich schon mal die Frage gestellt, warum verschwinden jedes Jahr 10 Millionen von Kindern? Ich will es gar nicht erwähnen. Vielleicht bist du ja gesperrt. Der Rapper Bones MC zeigt uns sogar die Freimaurer-Geste. Weiß noch was heißt Freimaurer-Geste. Also die Freimaurer-Geste. Entschuldigung. Leute, bitte alle einmal folgen. Alle folgen. Alle tippen, tippen. Und Dankeschön, Leute. Da geht's ab. Jetzt wird die Wahrheit exposed. In meinem Profil expose ich den Papst übelst. Und die Audienz alle. Also den Satanismus dort eigentlich. Du meinst das hier so ungefähr sah das aus, ne? Das ist hier. Die praktizieren hier gerade was anderes. Aber was ich meine ist die Begradigung. Weil was die machen ist, wie nennt man das? Ich zeig dir das mal einmal. Ich zeig das einmal. Ich zeig das mal. Denzel Washington told 60 Minutes exactly how he brings forth his best performances. Basically, what I did was got on my knees and sort of communicated with the spirits. And when I came out, I was in charge. Powerful scene. Powerful scene. I couldn't have acted that. I couldn't have written that down and made a decision to play that. What, are you going to smoke that? Nope. You are. I get possessed by my spirits. I mean, I can drive, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up and it was kind of the first time I felt something else come into me. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. Minna is a crazy boy who lives in me and he says the things that I don't want to say. He was born, you know, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. So he bashes everyone. He threatens to beat people and he's violent. He's fearless and he's crazy. And he comes out when I have one orange hair and he's very fearless. You know, he's in his shine. Woman's never. Woman's accent. Woman's accent. Who is this? Woman's accent. Who was this? Who was this? Why is your hand over your hand? now listen to me what I will show you. Why do you hold your hand with your eyes? So. Because I am a devil-an-bator are you? Do you see it? Es war nicht so, ich habe mich zu dem Tod. 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 Ich weiß, es ist ein Tod. Du hast mich zu dem Tod. Du hast mich zu dem Tod. Was ist, du hörst? Wir waren auf dem Show Alpha House. Ich bin auf der Arbeit. Und da ist ein großer Bus. Und es hat eine 10-foot-fotische Bildung auf meiner Gesicht. Ja, ich bin so, ich habe mich daran gemacht. Es war zu. Es war mir für mich. Es hat mich ein tyrann. Was war noch? Was war noch? Warum wollen wir noch? Von der Destiny haben sich wieder und war uns herum. Ich habe mich wiederum Gasiamen. Ich habe mich zu sagen. Was war was du? Ich habe mich jetzt. Should I ask who you make the bargain with? With the chief commander. On this earth? On this earth and in a world we can't see. In the music industry, it's still very much this exploitative thing. It's still very much people signing their life away. You know, the old deal with the devil stuff. That is still going on. It's unbelievable in this day and age that is still going on. And it goes even back to, before that, Robert Johnson. You can find his roots, you know, way back to the beginning of rock. And so, you know, we sold our soul to the devil. I want to ask you to explain this thing here. If you think the goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like, sign your name in blood in a contract with the devil. You know, you're gonna go back to the devil's house. I promise you that... I'm not sure what you make the guts to be famous. Someone says, I'm going back to the devil's house. Oh ja. Hier sieht man ganz schlecht, ja, die Leute mit den Rubenkapuzen. Also die zeigen das auch schon in den Stars. Es ist also nichts mehr heimlich. Ich habe mich gefragt, warum die es dann symbolisch auf den Fotos und so zeigen. Ich meine wirklich, sie könnten sie ja verstecken, aber warum bringen sie es zum Vorschein durch die Fotos? Weil die sich lustig machen über die Menschen, die verloren gehen. Weil der Satan testet immer, wie weit kann ich gehen? Wie weit? Wie weit kann ich meine Spuren hinterlassen? Fällt was auf? Fällt jemandem was auf? Und dann guckt er, die Menschen, denen ist es egal. Die breite Masse kennt gar nicht diese Symboliken dahinter. Die kennen diese Botschaften nicht. Deswegen gehen sie alle verloren. Ich habe gehört, dass sie seine Agenda in die Welt damit bringen. Weil wenn sie, das ist ja geht ins Unterbewusstsein. Jetzt sieht man, die Leute tragen das auf und machen es jetzt auch. Das heißt, es stimmt irgendwo, dass sie diese Agenda reinbringen. Und die Leute feiern es. Und ich habe auf Konzerten gesehen, die machen jetzt alle das Streik. Alle zu sehr haben das Streik gemacht. Wissen gar nicht, warum. Das heißt, die Agenda wird dadurch auch reingebracht. Die Leute sind alle verblendet, die Leute. Die sind alle verblendet. Die haben null Ahnung. Der Satan schnipst mit den Händen, mit den Fingern. Und der manipuliert die Leute. Die raffen das alle gar nicht. Diese ganzen Staaten. Alle faustdick hinter den Ohren. Nicht mal die Christen können das erkennen. Nicht mal die Christen. Anstatt die Christen mal das so prüfen und hinterfragen. So diese ganzen Zeichen hier. Was ist das denn? Wie wird man denn erfolgreich? Die Bibel sagt doch, der Satan wird Anbetung. Aber das ist halt das Problem, wenn man die Welt liebt oder verblendet ist. Ich gucke mal, ob ich noch einige Videos hier auf dem Handy habe. Ja, wollte ja die Anbetung auch im Himmel. Aber die hat er dort nicht gekriegt. Also versucht es durch die Menschen. Und er rächt sich dadurch gleichzeitig, dass er sie zerstört eigentlich. So ins Verderben bringt. Er rächt sich so bei Gott durch seine Schöpfung. Voll heftig. Dass er die Menschen nach und nach ins Verderben bringt. Sonst muss sie es nicht einmal merken. Die Leute feiern das auch noch. Das immer mehr, habe ich gesehen, das Satanische auch in den Musikvideos ist so krank geworden. Ich traue mich nicht mal mehr, die Musikvideos ansehen. Genau. Aber der Mensch hat auch selber Schuld. Der Mensch hat sich selber Schuld. Du kannst ihm Millionen Beweise zeigen. Der würde das nicht glauben. Das ist der Mensch, der Schuld ist. Egal, ich habe Beweis. Guck mal, ich zeige dir jetzt mal was über Hollywood. Warte, ich gucke mal, ob ich das zeigen darf. Okay, das kann ich noch zeigen. Folgendes ist Fakt. So. Wir alle werden von einer kleinen, wohlhabenden und privilegierten Elite regiert. Als der Milliardär Jeffrey Epstein des Sexhandels verschuldig befunden wurde, dachte man, er werde nun all die Größen aus Hollywood und Washington verpfeifen, die seine Kindersexdienste genutzt haben. Doch dann beging Epstein in seiner Zelle angeblich Selbstmord. Warum sind die Eliten so scharf auf Kinder von Sexhändlern? Adrenochrom. Das wird Kindern abgezapft wegen seiner euphorisierenden und belebenden Wirkung. Ich würde das gar nicht hier reinschreiben, dass ich so grauenhaft, wo vielleicht nicht sehr gesperrt ist, dass man, ja, da ist man entsetzt, wie das, ja, ich will gar nichts, ich würde jetzt mal erwähnen, wie das zustande kommt, weil das werden wir jetzt wieder fertig machen. Ja, deswegen, der Satan ist ja der Gott dieser Welt. Also der Satan ist der Gott dieser Welt. Er führt alles, ne, und kontrolliert alles. So, Leute, wenn jemand noch reinkommen möchte, kann er gerne auch noch Fragen stellen. Seifu, wenn du reinkommen möchtest, kannst du auch gerne reinkommen. Hier, Entlarm, komm mal bitte rein. Bruder André, Bruder André, ich hoffe, dass du bitte einmal reinkommen kannst. Omg, komm mal Marina. Bis bald, bis bald, Oma, stammst du's Mund. Tschau, ey Bruder andré, hier. Bruder andré, bald, die Be Jenner Gracias für Ihr Pü favore, denn jetzt gestern war richtig Chaos Bruder. Dann musst du doch, specifically wurde über 100 bei 1000 Leuten. Lich ein Tag aus dem Stream! gestern war ja das gestern war das du musst nicht machen nicht modi oder sowas von menschen kann ich leute stumm und so nein das war gestern katastrophe ich mache jetzt das mit ausreden und du kannst noch mehr du kannst so viele beweise zeigen die menschen glauben das nicht menschen sind verblendet wie heißt der evangelist eigentlich was ich so nennen kann ich habe vor zehn jahren ich habe gesagt wenn das jetzt stimmt ich mache jetzt ein video übelst recherchiert monatelang und ein video zusammengefasst und dann jeder das angesehen hat konnte nichts mehr sagen gegen verschwörungen also ich hätte das video noch auf youtube seit zehn jahren schon auch gerade was jetzt alles abgeht ist auch drinnen dabei mit den wirtschaftslage mit der impfung und so weiter ich wollte fragen dennis hast du gewusst ich würde sagen die impfung war so ein vorreiter für das mahlzeichen des tieres dass wir dann sehen die leute und würden sich wirklich den staat komplett versklaven lassen tun sie werden sie machen das war so der vorreiter das wird passieren das wird passieren weil der teufel will ja an das wollte ich sagen die leute werden sich dann an die christen hingehen steht geschrieben das war mal freiwillig annimmt vorbei da gibt es kein zurück mehr wir werden lang lang also mehr und mehr darauf vorbereitet dass immer mehr alles vereinheitlicht wird jetzt kommen die ganze kriege und dann kommt so irgendwann dieser problemlöser der alle nationen verbinden soll der new world order ja da werden wir gerade hingearbeitet mit der wirtschaft mit der mit diesen erfundenen grippe die jedes jahr eine grippe war und tierform es wird ja schon alles digitalisiert wir kriegen 18 stellige digitale nummer und da wird schon alles digitalisiert da kommt alles drauf führerschein alles wird dazu sein bankkarte alles ja und immer mehr so irgendwie nur auf ein konto reduziert sowie facebook die nehmen nehmen jetzt auch alles und irgendwie ist alles mit facebook verknüpft so ähnlich für das mahlzeichen des tieres ich sage das wird dann eigentlich nur ein chip im endeffekt sein wo dann alle daten oben sind und das heißt ja dass keiner kaufen verkaufen ohne dem das haben wir schon fast bei der impfung erlebt fast ja und zwar so ein vorreiter und dann haben wir diese hunde masken getan dass die leute eigentlich eigentlich erkennt man kann mit denen machen was man will wenn man ein bisschen in den medien hier panik macht ja wenn man da ein bisschen wenn man sich da ein bisschen recherchiert hätte da hätte man gelesen dass eine maske eine psa ist und eine psa ist eine persönliche schutzausrüstung das heißt du schützt damit nur dich du schützt kein hand aber das ist wenn die leute einfach blind irgendwas nachmachen was ihnen gesagt wird ohne sich zu recherchieren ich war damals schon am weg auszuwandern ich war in peru habe gesagt ich gucke mir das jetzt mal an wie es hier wärmen weil dieses land bietet alle klimazonen erfen hinter inseln berge alles mit sehen und alles was ein land beinhaltet kann und dann bin ich dort alter jahr 2020 als ich dort war fängt corona an im märz das war für mich echt heftig weil ich wusste dass sowas kommt genau dann als ich mir nur mal angucken wollte so die probezeit wie es wäre in peru zu leben alter unter und der eine hat sie auch schon die ganze zeit gewusst dass sowas kommt das system zusammenbricht die werden das machen deswegen bin ich auch zu ihm gegangen und dann fängt es tatsächlich an hat das war so heftig sind wir fest gesessen waren irgendwo so in mitte perus nicht ganz dschungel das weiß eine spannende zeit dort wie war es eigentlich in der runde ja also ich muss sagen es war echt herrlich auch peru hatte damals einschränkungen aber da wir so ein bisschen in den bergen waren weil es eigentlich wir haben uns frei gefühlt weil wir sind in den wald spaziergang und du konntest dich satt ernähren da waren jede art von bäumen und früchten die wir nicht kannten kaffeebohnen und echt wir haben sie sogar alien frucht genannt weil die so arg aus und die landschaft war echt mega schön und die leute muss ich sagen so lieb obwohl die so arm waren die wand überall waren eigentlich so jesus plakate sogar auf der straße oder bibel wäre sehr auch auf den taxis hat mich voll gewundert dass sie das dort noch so leben können wir wollten ja wir wollten ja auch als ich wollte aus weil meine frau wollte nicht ich wollte auch noch süderamerika war da irgendwann nichts zu machen mit meiner frau oder denn wo bist du ja verbotene wahrheit heißt du ja bist du auch bist du auch beim herrn oder wie sieht es bei dir aus bei mir ist so gesehen dass ich zuerst mal eigentlich voll arg ich habe so ein game gespielt wo man wirklich durch die hölle gefährt durch jeden einzelnen kreis und ich war so entsetzt war die die frage glaubst du glaubst du dass der hey jesus dein herr und dein gott ist jawohl ok ja eindeutig ja dann das ist ein spiel er hat durch den spiel kamst du dann dazu das hat mir die augen geöffnet dass ich gesagt habe wenn es ein leben nach dem tod gibt und das so aussieht was kann ich tun ich muss erfahren ob das real ist das ist die ewigkeit nicht million jahre sondern die ewigkeit nicht siebzig nicht hunderttausend jahre wenn das stimmt muss ich herausfinden und ja daher ich habe mich dann aufgeregt sich das gebet gemacht und man dann wirklich leute mein leben kommen lassen wo denn ist nicht mal gedacht und die mir immer mehr erkenntnis geschenkt haben es hat sogar angefangen bei einem tschetschen aus meiner klasse hat mir damals so über illuminaten erzählt und ich habe gesagt wer glaubt das und dann war ich aber trotzdem offen weil ich nehme die infos an und dann beurteile ich sie und dann sehe ich mir das wieder und habe gemerkt dass das so sinn ergibt mit dem im system und was passiert im zusammenhang mit der bibel und das ist so die bibel war dann so der letzte schlüssel stein was in der welt passiert das letzte puzzle oder das große stück ja also es war so eine weise ja aber ich habe die hölle gesehen in diesen games die jetzt schon voll realistisch sind und da habe ich gesagt wie schlimm das sein muss jetzt gerade alle menschen alle menschen die jetzt im totenreich sind alle menschen die jetzt ohne den herren in den tod gegangen sind und die eigentlich nur noch für das gericht aufbewahrt werden wie schlimm und wie schrecklich muss das sein da werden erst den leuten die augen aufgehen und die werden sich aufdenken was habe ich da getan ich habe mein leben in saust und braust gelebt und ich konnte nichts mitnehmen und jetzt werde ich bestraft werden jetzt muss ich meine ewige strafe absetzen ja und der liebe gott will das ja gar nicht aber da freie wille besteht leute er kann euch nicht zwingen zu ihm zu kommen aber er muss auch gerecht sein ja also er kann nicht sagen hey genau gott ist gerecht und gott ist heil ich habe euch schon einen weg gebahnt er hat selbst dieses leben gelebt das wir nicht leben können und sündenlos und uns quasi schon ein geschenk gegeben durch den glauben an ihm allein was er für uns getan hat diese wertschätzung ändert euer leben was meinst du wenn dieser heilige gott einmal nur einmal die masse da draußen so einmal den das tor zur hölle zeigt was meinst du was dann abgehen wird wenn das wo zeigt wie meinst du ja stell dir mal vor der herr zeigt einfach das rotenreich ja ich war mal so interessiert und haben mir angesehen naht oder erfahrungen der menschen gibt es einfach zu gut das ist das gelebt das ist das problem steht der wohlstand in deutschland und dem ja wenn wir denn absterben wenn wir denn das ganze spaß und vergnügen absterben das ist so der mensch will doch gar nicht zu den gott zu den allmächtigen gott kommt der denkt sich warum ich will party machen ich will spaß haben ich will nicht heilig leben aber der herr sucht nicht die gehörten gesunden sondern die kranken die zerbrochenen die sucht der herr jesus christus nicht die gerechten nicht die meinen ich habe doch alles und dann werden wir mal sehen ob ihr mit euren dicken ferrari mit euren armen geht in den himmel kommt mal schauen nackt bist du geboren und nackt sterbst du wieder das leben kannst du dir nicht erkaufen leute bitte alle folgen nicht entfolgen folgen leute folgen nicht entfolgen weißt du deswegen fand ich es gut weil dann sagen so leute ja warum lässt das böse zu oder unheil auf der welt ich ich würde so erklären zum beispiel also corona zugelassen hat hat er den menschen durch das böse kommt er oder wie auch immer durch das schlechte kommt die erkenntnis und die leute haben wirklich auch in meinem umfeld angefangen über die ewigkeit zu denken weil sie erkannt haben eigentlich ist das alles vergänglich ja nichts ist ewig was wir jetzt besitzen guck es wurde uns von einem tag auf nächsten genommen und dann haben viele sich damit befasst und ich kenne viele die in dieser zeit während corona auch zum herr gefunden haben ja also wenn man dann mal raus aus diesem coolen leben ist oder sie ist das oder allein wenn wenn den leuten schon das klopapier weggenommen werden als das werden alles geben damit ja das ist ja total krank sowas sowas ist ja absolut nicht mehr normal wenn leute dass die das nicht ihr euch mal vorstellen leute die anderen leuten das klopapier wegnehmen oder allgemein ihr werdet der mensch denkt nur an sich nur aufsache ich habe vorräte aber mein nächster das ist mir egal hauptsache ich bin zuerst da das ist so schrecklich der mensch denken nur noch an sich und an seine familie aber stell dir mal vor die menschen da draußen würden zusammenhalten sich zusammen unterstützen der eine trage die andere also der eine trägt die last von den anderen dass die menschen füreinander beten das machen die nicht mehr es sind nur noch ganz wenige das ist ja das traurige breit ist der weg ins verderben aber pfahl der pfad zum ewigen leben ist schmal ja das ist halt traurig ne ich ich sage ja immer wieder neute kehrt um tut buße rettet eure seelen deswegen auch in der gruppe weißt du ich sagte ganz ehrlich ist weltweit krass und ich nehme auch kein blatt vor dem mund wartet ab bald wird es losgehen die bürgerkriege wartet ab an die ganzen leute die gelacht haben an die ganzen leute auch an die ganzen christen wir verkündigen kein kuschel evangelium wir sind kein blatt vor dem mund wir müssen die wahrheit verkündigen wir müssen die wahrheit sagen und sind die beiden nicht hören wollt dann ist es ebenso ganz einfach und vor allem wird die wahrheit auch sehr oft zensiert von den medien also ich habe viele gesehen so wie du das jetzt aussprichst haben stars gemacht aber weil die stars einen großen einflusswert haben für die bevölkerung haben die sie genau was du so da sagst ja mit jesus haben die live immer zensiert oder archäologische funde aus der bibel diese geschichten die gibt es auf der welt bewiesen und sind keine tourismusorte also die versuchen ständig davon abzuhalten zu zensieren und es ist ja übel was man im fernsehen über gott verboten verdrehen erhält das ärgert mich am master also wenn ich mir das leben ist einfach die masse hat sich dick gefressen das ist das problem wollte ich musste tun was habe ich denn gemacht so sind die die denken sich nein ich will diese leckerein ich möchte nicht zu den herren kommen wenn ich irgendwann 80 bin irgendwann vielleicht mal dann werde ich vielleicht zum herren kommen so ist die einstellung der menschen das ist sogar schrecklich bei den meisten christen die gar nicht wiedergeboren sind leute warum kommt ihr denn zu den herren jesus dann geht doch gar nicht dann kommt dann kommt doch gar nicht rein dann lebt doch euer leben und dann kommt ganz rein dieses halbherzige reinkommen bringt euch nicht in den himmel ja aber bruder keiner sollte warten bruder keiner sollte warten ja auch die spielchen treiben ja spielchen treiben nicht aber wenn man sollte man sollte sich gedanken machen dass es was ernstes ist dass es für die ewigkeit gilt bruder weißt du das ist das sollte man nicht machen weiß nicht ob man morgen überlebt oder so das weiß nicht man sagt man kann doch sagen ich warte bis ich 90 bin und dann bekehre ich mich ja und dann wer weiß ob ich nicht mit 35 sterben oder so weißt du wo dann ja genau genau aber das ist den menschen egal weil die menschen die wollen viel spaß haben und auch sehr sehr unheilig leben mehr gottlos leben guck mal guck dir die menschen an wie die reden die ganze zeit kommt nur aus ihren mund fluchen raus nur 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 fluchen nur fluchen nur fluchen ich weiß noch wie es bei mir war also ich weiß noch wie es bei mir weil sich mich bewusst nicht dafür entschieden habe ich war damals ein vorbild in meinem land und sehr bekannt für mein fitness ding ja ich habe echt so krasses leben gefühlt wie es eigentlich jeder wollte also viele haben mich wirklich vorbild genannt und ich war so der in mein land in meinem kleinen österreich habe ich die fitness szene reingebracht und viele dachten ich wäre so sie ist nachkommen leute und ich habe wirklich das beste leben gehabt damals und die leute haben so hoch zu mir hinauf geschaut aber ich war nicht erfüllt ich war trotzdem leer innerlich und ich wusste seit kindern es gibt einen gott und irgendwas bringt mir keine fülle egal was ich hatte und ich weiß dass das leben vielleicht spaß macht aber mich hat es nach und nach verdorben es macht einem wenn man sich nicht für gott entscheidet eigentlich so weit kaputt als dass es uns aufblüht und ich habe ich kann jetzt sagen leute das leben als christ ist viel cooler man ist voller freude auf hoffnung ja man braucht diese ganzen dinge nicht mehr ich muss nicht mehr in die diskothek in der der geist gottes ändert euch so weit dass er ganz neue hobbys kriegt und neue kraft er sagt dass wir in die höhe fliegen werden die adler oder wie steht das genau so neue kraft wie adler in der höhe so fühle ich mich auch und früher war ich trotzdem depressiv obwohl ich alles hatte ich hatte immer das ja ich erinnere mich noch wo ich habe meine leute immer so zur sorge macht und geschimpft als wir nicht in den club gegangen sind zweimal in der woche so man ich hatte immer das gefühl etwas zu verpassen ich wollte diesen lob diese ganzen mädels damals kennenlernen das habe ich alles nicht mehr im herzen so weit hat mich daher verändert große starke gut aussehende männer kennenlernen was hallo ich wollte in die klubs gehen und große starke gut aussehende blonde männer kennenlernen nein spaß nein ich war muss ich gestehen damals gogo tanze also ich war der king im club ich konnte mit jogginghose ohne shirt in den club gehen und die leute haben mich so gefeiert und die mädels also ich werde euch echt kein misstern ich habe sogar hier mein profilbild kurz drin gehabt ich sage euch dass das leben nicht erfüllt und mich hat es nach und nach verdorben und ich sage euch noch eins ich war damals leidenschaftlicher straßenkämpfer und ich habe es mich geliebt ihn darauf rein zu verwickeln ich selbst habe sie nicht ausgelöst aber die ganzen leider damals habe ich gerempelt im club und ich habe wirklich gesagt ich zähle bis 300 oder soja also habe gesagt drei sekunden hast du zeit sonst geht es los und ich habe direkt hingebockt zum teil und jetzt stellt euch vor ab meinem bekenntnis zu jesus dann ist das nie wieder vorgekommen nie wieder hat mich einer angegriffen angemacht die gerämpelt weil ich gesagt habe gott ich will das eigentlich gar nicht ja also behüte mich vor dem weil du weißt ja wie mein fleischliches ich reagieren würde und seitdem hat mich keiner mehr angemotzt egal wo ich war auf der straße ja das ist schon zehn jahre her das ist schon heftig und früher war es wöchentlich öfters ja das wort sagt denn er ist jemand in christus so ist ja eine neue schöpfung sehen das alt ist vergangen sie ist es alles neu geworden und der lebende der lebendige gott werkt der in einem der verändert ja auch ein der jesus leist mich ja wie ein diamant oder dennis was treibst du so essen machen weil ich habe magenschmerzen bekommen und deswegen mache ich mir ein bisschen essen wieder weil mir geht es gerade nicht so gut deswegen muss ich auch wieder ein bisschen essen machen und gleich gehe ich raus dennis wie geht es dein doch da hast du noch kontakt ja hallo ja wie viele hass nachrichten hast du bekommen seit gestern viele viele drohungen bekommen seit der debatte gestern bestimmt war ja ja ganz viele übelste morddrohungen meine privaten nachrichten waren voll seit gestern aber hast du gemeldet wie der hand sich benommen hat hast du mal gesehen wie der sich wirklich er hat sein wahres gesicht gezeigt er hat nur beleidigt nur beleidigt hat er nur beleidigt nur beleidigt das teufel guck mal so ab dem zeitpunkt wo babylon drinne war ist der ausgerastet warum weil die angst wo babylon hat das ist so eine masche dann beleidigt er damit er gekickt wird er traut sich nicht mit leuten zu debattieren die arabisch können aber warum das ist mir oft aufgefallen genau das ist mir oft aufgefallen wenn leute wirklich arabisch können das erste wort war schon beleidigung gegen babylon ja aber ich schaue das nicht leute wenn die aus der bibel zitieren ich habe nie wenn ein christ gesehen der so ausrastet auf das wir erklären es eigentlich dann wir versuchen es warum der grund ist wir mit der bibel wir haben die wahrheit die wahrheit die kann sich selber verteidigen es ist nur die lüge die du mit gewalt verteidigen muss nur die damit sie sich hält und deswegen steht auch in ihren büchern dass du den islam mit gewalt verteidigen muss wir brauchen das nicht unsere buch verteidigt sich selber mit dem was drinne steht genau tippen 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 und auch an alle muslime verlassen den islam kommt zu dem herrn jesus christus beugt eure knie seid demütig werdet von neu geboren wie es in johannes 33 steht der jesus christus sagt wer zu mir kommt den werde ich nicht hinausstoßen es ist ein versprechen muslime und deswegen rate ich euch lest die bibel kauft euch eine bibel schlägt schlagt einfach mal die bibel auf und borsche da drin und lese da drin und dann werdet ihr erkennen der jesus ist gott und dann werdet ihr auch erkennen muslime dass die bibel das wort gottes ist das werdet ihr erkennen und dann werdet ihr auch erkennen dass die muslime hier auf tik tok nur lüge verbreiten über den herrn jesus christus alle tippen haben weil das besch ATM ich muss kurz zusammenfassen warum überhaupt gibt es kaum musslr kap ich glaube muslim ist das nicht klar dann verstehen sie auch warum er gott ist weil die ganze bibel ist war ein roter faden der die kreuzigung hin erklären wird ja auch durch die alte testamento gentleman sich die gebote wurden gebracht keiner konnte sie halten wurden alle missbraut Gott war aktiv im Alten Testament, der hat Wunder gemacht auf der Erde, so richtig ersichtlich und die Leute haben trotzdem nicht an ihn geglaubt und über ihn gespottet, konnten seine Gebote nicht halten und die Leute mussten damals über Tieropfer ihre Sünden wegwerfen. Bruder, die Menschen haben ihn nicht erkannt, weißt du, wer ihn erkannt hat sofort? Warte Leute, wir haben hier 700 Zuschauer, Leute, alle Tippen und Liken an die ganzen 700 Zuschauer. Jetzt geht's los. Genau, und deswegen sagt Johannes schon weit voraus, bevor Jesus kam, er ist das Lamm Gottes, als er ihn gesehen hat schon. Also die Prophezeiungen, und das waren in meinen Augen wirkliche Propheten, die 700 Jahre schon sagen über Jesus, das sind in meinen Augen Propheten. Und die erklären ja, warum er kommen muss, weil er ist das ewige Lamm, das eine geschlachtete Lamm sozusagen, symbolisch. Das, wie im Alten Testament bewiesen wurde, dass die Tiere geschlachtet werden müssen als Sündenwaschung, war er das geschlachtete Lamm, symbolisch. Für allemal, weil die Menschen konnten die Gebote nicht halten. Und deswegen nahm er den Fluch des Gesetzes auf sich, weil es heißt, das Gesetz ist ein Fluch für uns selbst. Es macht uns irgendwie zu Sklaven unserer selbst, weil wir nicht wissen, ja, ich breche wieder, ich sündige hier wieder, kann das nicht halten, wird mich Gott jetzt lieben. Ja, ich habe auch damals, als du reingeboren in die Religion, habe ich mich geschämt vor Gott und immer weiter distanziert, weil ich dachte, ich muss alles befolgen, aber ich werde es ja nicht schaffen. Und als ich dann gehört habe und verstanden habe, dass Jesus gesagt hat, ich weiß, dass du es nicht halten kannst, deswegen habe ich es gehalten für dich. Ja, deswegen bin ich an deiner Stelle gekommen, aus Liebe zu dir, du musst dich nur freiwillig für mich entscheiden. Und jetzt spricht die Bibel und warnt sogar vor den nächsten Propheten oder Schriften, die kommen und sagen, ab jetzt, wenn noch irgendeiner kommt und das verdrehen will oder verleugnen, der ist vom Antichrist. Ich will einfach mal was vorlesen. Die Bibel sagt, Moment, in Lukas 5, 31 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße, Muslime. Er ist gekommen, um euch zu suchen, um euch zu retten. In Matthäus 11, 28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Der Herr Jesus sagt, er ist sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leid. Dieser lebendige Gott, er nimmt dir diese Last. Deswegen sage ich immer an die Muslime, Muslime, verlasst alle den Islam. Kommt zu dem Herrn Jesus Christus. Muslime, rettet eure Seelen und glaubt nicht alles, was die Muslime hier auf TikTok sagen, denn sie lügen. Sie lügen über die Bibel von morgens bis abends. Und ich sage euch, die Bibel ist das Wort Gottes. Und die Bibel ist das einzige Buch mit erfüllten Prophezeiungen. Und der Herr Jesus wird wiederkommen und euch alle richten. Er wird nicht wiederkommen mit der Schweinejagd und hier Kreuze zerbricht im Islam. Nein, nein, das ist ein falscher Jesus. Das ist ein falscher. Das ist Fake. Der wahre Jesus, er kommt mit feuerflammenden Augen wieder, Muslime, und wird euch alle richten. Er wird euch richten, wenn ihr nicht Buße tut. Und ich sage euch, Muslime, dieses Gericht, das wird ein schreckliches Gericht sein. Wenn ihr nicht umkehrt, Buße tut und euch demütig vor diesem heiligen Gott, werdet ihr verloren gehen. Und das sage ich euch, Muslime, da warten nicht 72 Frauen auf euch. Nein. Ihr werdet alle in den Feuersee landen und werdet gerichtet werden. Glaubt es mir, der Herr Jesus wird euch richten. Ihnen ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, er ist der Herr der Herren, der König der Könige, der euch richten wird. Muslime, ich frage immer die Muslime, wann wurde die Bibel verfälscht, wer und wo, das wisst ihr nicht. Und deswegen, Muslime, werdet ihr eines Tages dafür auch Rechenschaft ablegen, für eure Lügen, für eure Behauptungen, für eure Täuschungen. Wann, wo und wer wurde, wann wird die Bibel verfälscht, das wisst ihr nicht. Und deswegen auch ein Hamdi, ein Liebe zu Hadis, Joker, das sind alles Teufelskinder, die euch verführen und anlügen. Die machen sich von morgens bis abends lustig über den Gott der Bibel, machen Livestreams, machen sich lustig und ich sage euch eins, Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich von niemandem die Ehre nehmen. Also wartet ab, zieht euch warm an, das Gericht Gottes ist über euch gekommen. Weil Hochmut kommt vor den Fallen. Und das sage ich euch, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, dem gibt er Gnade. Und deswegen, für eure Täuschungen, für eure Lügen, müsst ihr eines Tages dafür Rechenschaft ablegen. Warum hast du das gesagt? Warum hast du dies gesagt? Warum hast du so gehandelt? Warum hast du das getan? Ja, was wollt ihr denn machen? Wie wollt ihr denn bezahlen? Wie viel Hassanat wollt ihr noch sammeln? Wie viel Hassanat wollt ihr noch sammeln? Eure Werke werden euch nicht retten. Es ist die Gnade. Und deswegen werdet ihr verloren gehen, Muslime. Und ihr werdet eines Tages den lebendigen Gott anbeten, Muslime. Also ihr werdet eines Tages den Herrn Jesus Christus anbeten, Muslime. So wie ihr euch alle hier niederwerft, so werdet ihr den König der Könige in der Bibel anbeten, den Herrn Jesus Christus. Das verspreche ich euch, Muslime. Da gebe ich Hand und Siegel drauf, Muslime. Aber ich sage es euch, es ist noch kein zu spät. Ihr könnt jetzt eure Religion verlassen und zu dem Herrn Jesus Christus kommen. Darum sage ich euch, Muslime, verlasst diese Religion. Alle Muslime, verlasst diese Religion. Demütigt euch vor Gott und kommt zu dem Herrn Jesus Christus, bevor es zu spät ist. Und ich sage es euch, ihr werdet eines Tages Gott suchen, aber ihr werdet ihn nicht finden. Ihr werdet noch Gott schreien, aber er wird euer Geschrei nicht erhöhen, denn ihr werdet unter das Gericht kommen. Wartet ab. Leute, bitte alle folgen. Alle folgen bitte. Dankeschön. Was wolltest du sagen? Ich habe eine Frage an die Muslime. Einfach so jetzt reine Logik. Warum denkt ihr eigentlich, dass... Okay, passt auf. Ihr sagt ja, es war nur ein Prophet. Aber passt auf, es gab Propheten in der Bibel, große und kleine. Warum beten wir diese Propheten nicht an? Warum sprechen all diese Propheten in der Bibel über den Kommenden? Ja. Wenn er nur ein Prophet war, dann nach dem Stream gestern und alles drum und dran, der Engel, der zu Mohammed kam, überlegt, wirklich logisch, wenn die Bibel schon sagt, wer jetzt nach mir kommt und noch irgendwas anderes sagt, als was wir euch verkündigt haben, ist vom Antichrist. Wer will euch hindern, dass ihr den König erkennt? Den einen. Eure Schrift manipuliert euch schon seit klein auf, gegen uns zu spotten, gegen unsere Schrift. In euren Büchern spottet schon. Warum nur die Christen? Versteht ihr es? Wenn die Bibel schon sagt, der Antichrist wird das machen und 500 Jahre später kommt dann so ein Buch von einem einzigen Propheten und der selbst nicht wusste, dass er auserwählt ist von Gott, sondern ihm wurde es gezwungen, der wurde erpresst und er musste seine Frau fragen, ob er auserwählt ist. Bruder, wusstest du, dass sein Christ ihn zum Propheten erklärt hat? Seine Frau hat ihm nur gesagt, ja, du bist der Frau. Zweifel oder so. Bruder, das ist mein Hauptthema, wie gesagt, ich mache ja nur Debatten. Ich weiß nicht, ob du gestern unsere Debatte mitgekriegt hast. Ne, egal. In Sayy al-Bukhari 3392 müsste stehen, es gibt einen Mann, der heißt Waraka bin Naufal. Waraka war ein ebionitischer Priester und der Vetter von seiner Frau Radisha. Es war Waraka, der ihn zum Propheten erklärt hat. Der war ein unitarischer Christ, das waren Sektenanhänger. Die sind nämlich mit Radisha zu Waraka gegangen. Waraka hat ihn gefragt, Mohammed, was war das für ein Engel, den du gesehen hast? Da hat ihm Mohammed den Engel beschrieben und dieser Teufelskind Waraka hat gesagt, Mohammed, das ist derselbe Engel, den Allah zu Moses gesandt hat. Du bist ein Prophet. Aber Waraka hat gelogen, weil Moses hat nie mit einem Engel gesprochen. Er hat immer nur direkt zu Gott gesprochen. Das heißt, er ist durch eine Lüge zum Propheten geworden. Und in Sahih al-Bukhari 6982 steht sogar drinnen, dass als Waraka gestorben ist, der drei Jahre lang keine göttlichen Inspirationen mehr hat und sogar Selbstmord begehen wollte. Die eigentlichen Autoren des Korans sind Waraka bin Nalfal und Buhira der Mönch. Der Koran wurde von unitarischen Christen geschrieben. Deswegen auch, dass Jesus nur ein Prophet war. Daher hatte er das. Aber es gibt eine Überlieferung zu Surah 3, Vers 57 müsste das sein. Das ist ein Tafsir von Al-Tabari. Und Al-Tabari erzählt, wie das Gleichnis von Jesus in den Koran kam. Da sind nämlich zwei christliche Könige zu Mohammed gegangen und haben über die Gottheit von Jesus Christus debattiert. Und Mohammed hat die Debatte verloren. Jibril hat ihm geholfen. Jibril hat auch verloren. Das heißt, Mohammed und Jibril seine Allzweckwaffe, wenn er nicht weiter wusste, konnten die Gottheit, also die Nicht-Gottheit von Jesus Christus nicht verteidigen. Vor allem, viele sagen ja, es ist die Perfektion der Bibel, wo sich Gott vielleicht geirrt hat innerhalb 4.000 Jahre Arbeit mit seinen ganzen 40 Propheten und Aposteln, 4.000 Jahre Arbeit war die Bibel, Schriftrollen. Und dann kommt einer, der lebt so ein Leben, wie er will, er darf irgendwie alles, nach Jesus, der perfekt gelebt hat, und meint, das ganze Wort Gottes zu ändern und solche Lehren rauszubringen. Teilweise Mensch verachten, teilweise, ja. Haben wir vieles gehört, will ich nicht erwähnen. Oder er verflucht sogar Frauen, die ihre Gesichtsbehaarung entfernen. Selbst das ist einer muslimischen Frau verboten, Allah verflucht eine Frau. Das heißt, wir haben hier einen komplett neuen Gott, ein komplett neues Konzept und komplett neue Gebote. Die haben einfach aus Gott einen Hampelmann gemacht. Mehr nicht. Ich wollte noch was sagen. Man hat ja auch gestern gesehen, die Argumente, man hat gesehen, die Argumente sind denen ausgegangen, dann haben die auch nur beleidigt. Also das Einzige, was sie können, ist beleidigen und täuschen. Sie haben aus den jüdischen Talmud und zwar sucht zu widerlegen. Aus dem Talmud. Ein Rabbinerbuch. Aber weißt du, warum sie den Talmud so sehr lieben? Weil ihr Koran hat aus dem Talmud kopiert. Aus einer nichtgöttlichen Offenbarung, aus Menschenwort haben sie kopiert, in den Koran. Ja, hallo? Hallo? Kriegst du einen Gruß oder so? Schau mal, was davon gehört. Ach so. Hallo, ja. Gut, für Gottes Segen, Gottes Segen. Hat ihr deine Religion nicht beigebracht, denn jemanden zu begrüßen? Deine Religion hat ihr nicht beigebracht? Warum begrüßt du mich nicht? Warte mal. Warum? Dann wünsche uns bitte ein Salamu alaikum. Mach ich nicht. Ich muss nicht. Warum? Ich kann jetzt auch so kein Frieden sein. Ich sag Salam, komm, Salam. Nein, wünsche uns doch den Frieden. Salam. Ich wünsche uns den Frieden. Dann wünsche den Christen und den Juden doch den Frieden. Ich muss bitte. Salamu alaikum. Ich brauch das nicht. Warum? Da kommt ihr das wahre Gesicht. Okay, guck mal, Evangelist. Der Antikorist. Der Antikorist. Der die Wahrheit hat. Da. Sie dürfen keine Frieden wünschen. Sie wurden gestern am Abend auseinandergenommen, bitte. Sie wünschen. Keiner hat sie auseinandergenommen. Der Eing, was er auseinandergenommen hatte, sind seine Actionfiguren. Da hat er bitte, bitte gestern, Liebe zum Hadith, der hat einst gegen sechs debattiert. Ich weiß nicht, ob das fair war, aber bitte lass mal hier in dem Thema bleiben. Weil diese Opa, der Zweite, der kommt mit daif Quellen. Seine Hadithen sind daif, die sind so schwach, ne? Welcher Hadith war jetzt daif, den ich genannt habe? Alles, was du hier bringst, ist daif. Alles, 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 alles. Warte mal, Sahih al-Bukhari ist daif. Ist das nicht, ist das nicht. Tamam, hol mir Sahih al-Bukhari. Ein, ein Bukhari, hol mal jetzt. Na was, was soll ich dir denn tun? Wenn du willst, dieses Sunan Ibn Majum 1944, das wurde schon widerlegt. Du kannst es nicht mal richtig aussprechen. Was wurde denn widerlegt? Das mit Sunan Ibn Majah 1944. Diese, 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 was du uns gebracht hast, diese eine Vers, das ist so schwach. Warum ist der schwach? Der ist Hassan. Der ist Hassan. Also, ehrlich gesagt, von dem, was du gebracht hast, der, du weißt schon, von wem das geschrieben wurde, ne? Äh, Sunan Ibn Majah 1944 ist Hassan. Ja, ja, von wem wurde das bestätigt? Bitte geh mal auf Autor, bitte. Und Sahih al-Bukhari ist authentisch. Ja, okay, geh mal jetzt bitte auf den, allerdings, klick mal auf Autor, bitte, von wem das war. Kannst du mir das einmal bitte bringen? Was für Autor? Der Autor von Sunan Ibn Majah 1944. Ja, Sunan Ibn Majah ist der Autor. Leute, teilen, teilen. Wir haben jetzt hier gerade so zu schauen. Guck mal, wie ich hier gerade sehe, stellt den Islam schlecht dar, aber ihr sollt ein bisschen schon selbst über eure Religion reden. Halt, du dein eigenes Schriftmann, dass du bitte eine Sache sagen hast? Ich würde gerne was sagen. Bruder, kannst du dem bitte kicken? Nein, guck mal, euer Bibel, es gibt unbekannte Autoren, man weiß nicht, wer euer Bibel geschrieben hat. Ich habe ihm gestern gezeigt, dass Allah im... Bitte kick den einfach. Ja, jetzt hat er Angst, jetzt hat er Angst. Kommt mit so allgemeinen Dingen an, was dir belegbar ist. Ich habe ihm gestern, ich habe ihm gestern gezeigt, dass Allah, er sagt, meine Bibel wurde von einem Dämon geschrieben. Ich habe gestern gezeigt, dass im Koran steht, dass Allah in Jil und Tora herabgesandt hat. Ja, aber du hast, du hast dich das Ganze gezeigt, gezeigt gestern. Du hast dich das Ganze gezeigt. Du hast noch die Hälfte davon gezeigt. Geht's dir gut? In welcher Realität lebst du? Äh, 2025. Ja, sei froh, was wir nicht mehr gezeigt haben. Moralisch ist es, moralisch ist es aus dem 6. Jahrhundert. Komm, wir gehen hier eins, hier, hier, hier. Was willst du denn mit mir reden? Unsere Zuschauer, komm, über dein eigenes Bibel, über dein eigenes Bibel. Lass uns ein bisschen daran rechnen. Was heißt eigene? Was machen wir jetzt, dass in Surah 3, Vers 78 Allah sagt, er hat in Jil und Tora herabgesandt. Guck mal, ich habe dir gesagt, euer Bibel enthält unbekannte, unbekannte Autoren. Aber Allah sagt, er hat die Bibel und Tora herabgesandt. Ist die Tora von heute dasselbe? Ja, natürlich. Wenn Allah sagt, das ist sein Buch, hat Allah sein Wort nicht bewahrt? Die Bibel enthält, enthält Sachen aus dem Tora und aus dem Neuen Testament. Das ist doch die Bibel. Das ist doch die Bibel. Aber das ist doch nicht die hundertprozentige Tora. Bitte. Danny, kick den bitte. Das Alte Testament ist die Tora. Das Neue Testament ist die Tora. Er weiß nicht mehr, was das Wort Bibel bedeutet. Er weiß nicht mehr, was das Wort Bibel bedeutet. Er weiß nicht, was Bibel bedeutet. Wieso soll ich mit jemandem über ein Buch reden? Ich habe den gestern aus dem Koran gezeigt, dass Allah sagt, er hat Bibel und Tora herabgesandt. Und Allah sagt, er wird beide Bücher beschützen. Fertig. Jetzt sagt er, deine Bibel ist von Satan geschrieben. Liebe Muslime, merkt ihr das? Das Alte Testament ist die Tora. Ey, ich will dir was freuen. Oh Mann. Ey. Na, wie alt bist du? Soll ich wieder nehmen? Tschüss. Seht ihr das? Die sind alle schon vom Satan besessen. Klein oder von Sturm besessen. Liebe Muslime, das Alte Testament ist die Geschichte vor Jesus und das Neue ist die Geschichte ab Jesu Geburt fertig. Das sind nicht Updates. Ja, merkt euch das. Bruder, soll ich dir zeigen, wie unwissend Allah war? Allah sagt, er hat Tora und Injil herabgesandt. Aber das Alte Testament besteht aus Tora und Tanach. Tora sind die fünf Bücher Moses und der Rest ist der Tanach. Das heißt, Allah hat im Koran vergessen, was er herabgesandt hat. Er redet nur von Tora und Injil. Das heißt, diese Jahids von damals wussten nicht mal, was der Tanach ist. Das ist der allwissende Allah. Also fraglich. Jetzt mal. Jetzt mal. Weißt du, was ich auch so peinlich finde? Wir haben nie die Bibel gelesen. Nie aufrichtig die Bibel gelesen. Wir reißen sehr viel aus dem Kontext. Und deswegen, ich sage euch Muslime, dafür werdet ihr eines Tages auch Rechenschaft ablehnen. Deswegen sage ich auch an die ganzen Zuschauer jetzt, ich weiß nicht, wer Moslem ist. Es ist das Beste, wenn du heute noch den Islam verlässt und zu dem Herrn Jesus Christus kommst, weil du wirst so oder so eines Tages deine Knie vor ihm beugen. Allah ist nicht Gott, sondern der Herr Jesus ist Gott. Und der Herr Jesus hat dich erschaffen. Und deswegen rate ich euch Muslime, kommt heute noch zu dem Herrn Jesus Christus, bevor es zu spät ist. Ihr müsst eure Seelen retten, Muslime. Deswegen sage ich euch heute noch, wenn ihr die Stimme Gottes hört, verstopft eure Herzen nicht. Geht auf die Knie und fragt doch Gott, wer bist du? Was ist daran so schwer? Was ist daran so schwer? Einfach diese Frage, Gott, wer bist du? Und das macht ihr nicht. Das macht ihr nicht, weil ihr sehr stolz habt. Ihr habt zu viel Stolz. Und das ist... Ihr werdet da reingeboren. Wie bitte? Ihr werdet da reingeboren und führen das eigentlich nur noch als Tradition durch, wobei keiner ihre Schriften untersucht. Da kommen die hoch und wollen einfach schimpfen, weil sie sich angegriffen fühlen, weil wir die Schriften mehr kennen als ihr. Aber geht selbst in eure Schrift, findet das heraus und dann versteht ihr, warum es so viele Ex-Muslime gibt. Weil das sind die meisten, die studiert haben. Der Armi hat auch gesagt, es verlassen jedes Jahr oder keine Ahnung, zigtausende den Islam. Zigtausende! Gottes Segen, der jetzt dazu gekommen ist. Hast du eine Frage? Gut, danke für die Frage. Dankeschön. Leute, bitte alle meinen Account folgen. Alle meinen Account folgen, Leute. Wir müssen hier bald die 10.000 Follower vollbekommen. Alle folgen, Leute. Und alle tippen. So. Da sind noch mehr Leute, die reinkommen wollen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wie geht's? Guten Tag. Guten Tag. Wir sind in Holy Ghost Power. Ich habe mich doppelt. Vielleicht kannst du das im Auto ausmachen. Ich habe mich doppelt. Vielleicht kannst du das im Auto ausmachen. Ja, Moment. Mach es. Mach es. Mach es. Mach es. Mach es. Okay. Ja, wir hören dich nicht. Wir hören dich nicht. Benny, hast du das gestern gemerkt? Die sind auf alle Argumente eingegangen, bis auf dass Mohammed einen Zungenkuss mit einem Jungen hatte. Auf dieses Argumente ist keiner eingegangen, um das Thema nicht breit zu treten. Ja. Das ist schon echt hart. Das ist wirklich hart. Das ist schon sehr hart. Da auch was in den ganzen Hadithen. Wenn man das lebt, dann kriegst du einen Schock. Du kriegst wirklich einen Schock, wenn du das alles so aufrichtig auch liest und dann denkst du, es kann doch nicht wahr sein. Wer hat das da reingepackt? Ist das die Wahrheit? Ja, das stimmt. Die müssen dann glauben. Ich habe das gestern in der Debatte gebracht. Die Debatte gibt es auf YouTube, da könnte ich die Quelle dazu angucken. Die ist authentisch. Sie behaupten, er wollte nur seinen Durst stillen. Das ist denn ihre Ausrede. Gestern kam das nicht. Gestern hat man immer reden. Diese Ausreden immer. Das ist so heftig. Und dann heißt es, ja, man muss auf Arabisch lesen. Ja, dann kommt ein perfekter Arabisch sprechen daher und dann was? Was sagen die dann? Abdul, man hört dich leider nicht. Du hast kein Netz. Und jo. Nicht mich. Nicht mich. Ich glaube, Ex-Muslime Highlights TikTok. Das müsst ihr eingeben. Da kommt ihr auf so einen Kanal und da findet ihr die Debatte von gestern. Die ging über zwei Stunden. Echt? Ist die hochgeladen? Hat das nicht hochgeladen? Nur heute Morgen habe ich einen Link bekommen, dass es ein TikToker, der alle, alle Highlights von den Christen hochlädt, auch hochgeladen hat. Wo? Ah, okay. Kann irgendwer schreiben, wo das ist? Der Jan schreibt, ja, ist auf YouTube. Geht mal dahin, bitte, Leute, liebe Christen, schreibt alle Quellen auf, die wir nennen. Guck mal, wir machen die Arbeit für euch. Die Arbeit machen wir nur für euch, weil es braucht Stunden, die Quellen rauszusuchen, zu prüfen, Gegenargumente zu finden, Quellen gegen Argumente zu finden. Man braucht Stunden, um sowas vorzubereiten. Liebe Christen, schreibt euch das auf, bringt es weiter, leitet es weiter, zeigt es euren Freunden, Name, gebt mal ein, Ex-Musime Highlight TikTok oder so, da kommt ihr auf so einen Kanal, das werdet ihr sehen. Das letzte Video ist die Debatte. Leute, ich habe alleine 700 Euro ausgegeben, um die Bänder von Sayal Bukhari zu kaufen. Ich habe eine Frage, wenn der Islam falsch ist, woher weiß der Koran Dinge, zum Beispiel jetzt, dass der Welt all sich ausdehnt. oder dass die Berge wie Klöcke sind. Du musst mal gucken, wo der Koran geschrieben wurde, was die Menschen schon damals wussten. Das sind alles Sachen, die die Menschen schon vorher wussten. Die Sumerer und die Ägypter wussten schon, dass sich das Universum ausdehnt. Es ist jetzt nichts Neues reingekommen. Die Ägypter, oder die Ägypter, warte mal bitte, lass mich mal ausreden. Die Ägypter, die haben die Pyramiden nach Sternenbildern gebaut. Sie sind eins zu eins auf derselben Linie mit den Sternen. Sie bilden Sternenbilder. Sie haben das doch nicht gebaut, ohne Wissen über das Weltall zu haben. Ja, stimme ich dazu. Aber, aber zum Beispiel jetzt, wenn du sagst, die wussten das, kann gut sein. Kann gut sein, warum nicht? Aber, wenn, wir haben ja damals noch nicht bewusst, wie die Pyramiden gebaut wurden. Jetzt weiß man das, ja, aber wir haben sehr viel gerätselt. Wenn du guckst, wenn du guckst, die Sternenkonstellationen, das wussten die Ägypter. Und wenn du das weißt, weißt du auch, dass sich das Universum ausdehnt. Okay, egal jetzt. Also, ich meine du, der Satan hat auch Wissen, was die Menschen nicht wissen. Das wäre jetzt auch nichts Besonderes, wenn da Sachen steht, die keiner weiß. Für mich ist das kein Argument. Vor allem, der Satan kennt die Menschen seit ihrer Existenz. Er weiß, wie sie denken. Und die, die Embryologie aus dem Koran, die Embryologie, die in dem Koran steht, die ist aus einem Buch aus dem zweiten Jahrhundert einfach kopiert. Ich habe auch die Quelle und das Buch mit den Fehlern zusammen. Das heißt, die Menschen damals dachten, Frauen haben Spermien. Und da steht auch im Koran, dass Frauen Spermien haben. Eine einzige Katastrophe im Koran reicht aus, um zu wissen, dass es nicht von Gott ist. Richtig. Garmin von Pergamon. Danke, dass du das reingeschrieben hast, Birka. Ich finde eigentlich die Geschichte, wie Mohammed aus der Welt wurde, eigentlich den besten Grund. Weil wir sehen, wie Gabriel in der Bibel gesprochen hat. Er hat gesagt, fürchte dich nicht. Und bei Mohammed war es dann irgendwie eine Erscheinung, wo er Leben Todesangst hatte, gewirkt wurde und eingetrichtert wurde, was er zu tun hat. Dieser Gabriel hat so nie gehandelt in der Bibel. Leute, kann jemand bitte den Link von gestern in die Kommentare schreiben? Weil eine Schwester findet das nicht. Bruder, wir finden in unseren Büchern keine einzige Überlieferung, wo so ein Engel mit einem Menschen gesprochen hat. Es hieß immer, fürchte dich nicht, hab keine Angst, mein Sohn. Immer mit Sanftmut. Und auf einmal kommt ein Engel, der wirkt, ne? Also, das Video heißt Dennis Debattenabend. Ja. Amdiv aus Ex-Muslim. Wo steht Dennis Debattenabend? Im YouTube. Dennis Debattenabend. Zwei Stunden. Ich werde es samschneiden. Die besten Szenen. Warte. Ex-Muslim und Christen best of. Da habt ihr den Namen. Gebt das bei YouTube ein, da findet ihr das. Dennis Debattenabend. Gibt Slack zwei? Dennis Debattenabend. Ah ja, das ist sein Channel, ja, aber das Video heißt Dennis Debattenabend. Amdiv aus Ex-Muslim. Ja, und für mich war das so ein ausschlaggebender Punkt, dass hier so eine dämonische Erscheinung kommt, wo Mohammed selbst eigentlich gezittert hat, Lebensangst gehabt hat und seine Frau fragen musste ob und bestätigt hat sie wie jetzt der Kollege gesagt hat, dann irgendein Sekten Führer oder was hast du da gesagt vorhin? Genau, der Mann ist Waraka bin Neufal. Das könnt ihr lesen in Sayal Bukhari 3392. Dann finde ich es eigentlich krass, wenn man so die Bibel kennt, die darüber warnt, sagt eh schon klipp und klar, wer jetzt noch nach uns kommt und was anders predigt, ist vom Antichristen, ist verflucht, viele, viele Sätze. Diese Sektenanhänger, sie wurden aus Byzanz und überall vertrieben, haben Neckar eine neue Heimat gegründet und haben dann ihre eigene Religion gegründet. Sie hatten Pläne mit Mohammed. Das kann doch nicht sein, dass Bukhari schreibt, dass der Mohammed keine Inspiration mehr hatte, als Waraka gestorben ist und sogar Selbstmord machen wollte. Wieso war Allah denn so traurig, dass er drei Jahre lang keine Inspiration hatte, weil irgendein Christ in Mekka gestorben ist? Das heißt, er hatte keinen Koranschreiber mehr. Hast du das, wo steht, dass Aisha ihn irgendwie so genannt hat, du selbst genannt hast oder du möchte gern Prophet? Ja, Aisha hat gesagt, Mohammed, ich finde das echt komisch, dass sobald du was brauchst, Jibril dir den passenden Vers bringt. Das heißt, Aisha hat ihn schon entlarvt. Voll heftig. Also, er durfte eigentlich alles machen, was er will, alles, was ein schlimmer Mann ist, begehrt. Genau. Er hatte die 20 Privilegien des Propheten. Die hatte er. Was meint er, wenn so einer aufgetaucht wird zur Moses Zeit, was meint er, was die mit den gemacht hätten. Ja, ist mir klar, dass Gott hier direkt gerichtet hat. Aber übelst solche Leute. Damals hat er direkt gerichtet. Ja, wenn so einer denn auch so. Und auf einmal... soll so einer noch kommen, wenn Jesus eh schon sündenfrei gelebt hat, er sagt, es ist vollbracht. Ja. Und warum soll dann noch so einer kommen, der meint jetzt, ganzes Gott Wortes, 4000 Jahre Arbeit zu ändern. Mit so einem Leben, wo die Bibel sagt, an ihren Früchten werdet sie erkennen. Bruder, mit einem Buch, was keine Stammbaumlinie hat, wo die Stammbaumlinie von Maria komplett falsch geschrieben ist. Kein historischen Kontext, null historische Beweise. Da steht einfach, Mekka war eine Handelsstadt. Mekka war historisch gesehen noch nie eine Handelsstadt gewesen. Noch nie. Es gibt nicht eine einzige Handelsroute, die durch Mekka führt. Ich habe mir dann überlegt, eigentlich ist es so ein Gott, also wie die ihn haben, so voll im Rache-Modus, so voll hochmütig eigentlich, so betraffend und so. Er sagt zwar barmherzig, aber gleichzeitig schickt er Engel, oder was haben wir gestern gelesen, das war ja übel, er schickt Dämonen, damit irgendein Volk oder so noch was. Alle Ungläubigen. Er sagt im Koran, Allah schickt Dämonen, also Satane, um die Ungläubigen zu peinigen. Das heißt, was macht der Iblis dann noch im Koran, wenn Allah ist der, der die Dämonen schickt? Wenn er schläft, oder er schaut zu, oder was? Er hat Bürgergeld beantragt. Ich will ja gar nicht so tief reingehen, ich wollte euch nur in so allumfassend über das Nachdenken geben, die Entstehung überhaupt. Du musst ja bedenken, der Allah, der hat nur für eine Sache Angst. Es gibt eine authentische Überlieferung, kann ich euch gerne raussuchen, dass Allah sich fürchtet vor dem Mann, der sich am jüngsten Tag König der Könige nennt. Das heißt, am jüngsten Tag wird Jesus kommen. Und es gibt sieben oder acht Stellen in der Bibel, wo Jesus sich König der Könige nennt. Das heißt, der Satan, der hat Angst. Am jüngsten Tag wird dieser Allah mit seinem Schienbein gerichtet, von dem Mann, der sich König der Könige nennt. Und es hat sich nur Jesus Christus König der Könige genannt. In Offenbarung und, und, und. Ja, und dann stellt man sich wieder die Frage, warum soll Jesus kommen wieder und warum nicht Mohammed und so. Das ist so nulllogisch, Mann. Die dürfen ja nicht mal hinterfragen, steht im Koran. Die müssen alles glauben. Weißt du, wie Jesus im Islam kommen wird als gerechter Richter und Herrscher der Welt? Die drei Eigenschaften musst du dir merken. Gerecht, Herrscher und Richter. Das heißt, wenn du gerecht herrschen willst, gerecht, musst du alle Sünden des Menschen kennen. Das heißt, du musst das Verborgene sehen. Also das heißt, du brauchst göttliches Wissen, weil du kannst das Verborgene nicht sehen, wenn du nur ein Prophet bist. Ja, das ist eigentlich krass, wenn man es übernacht denkt, in mehr im Detail. Ich lese, ich lese das mal gleich weiter vor. Warte, warte, gleich. Ich lese dir das vor. Ich lese dir das mal vor anhand des Korans, dass Jesus Gott ist. Nur alleine an dem Tag, wie er richten kann. Weil alle Eigenschaften, alle Eigenschaften, die Allah im Koran, und zwar da steht nur, da steht nicht ich und Jesus. Allah sagt, nur er ist der Gerechte, nur er ist der wahre Herrscher und nur er darf richten. Nur, da steht nur, da steht nicht Allah und Jesus und Jesus mit Ausnahme. Und auf einmal sehen wir, dass am jüngsten Tag Jesus richten wird, mit allen göttlichen Eigenschaften, die nur Allah haben darf. Also hat Allah neben sich ein Jesus erschaffen, mit allen Eigenschaften von Allah, damit wir an diesen Jesus glauben und am Ende in die Hölle kommen, weil wir an diesen Jesus geglaubt haben und Mohammed, der voller Sünden war und ohne Wunder Mohammed verworfen haben. Was macht das Allah? Zu einem ziemlichen Dummkopf. Hallo zusammen, Gott sei Dank. Ja. Urban, Bruder. Ja. Du hast ja gerade gesagt, du hast ja auf irgendwas angespielt, wovor Allah Angst hat. Ja, richtig. Ich sag dir, Allah hat auch Angst davor, dass Muslime endlich mal anfangen, wirklich nachzudenken. Davor hat er auch Angst. Und die sind in seinem Bann. Die sind alle in seinem Bann. Deswegen hat er es ihnen ja verboten, darüber nachzudenken. Die dürfen ja nicht in Frage stellen. Die dürfen ja nicht in Frage stellen. Wer hat das Urheber vorstellt, weil wenn sie hinterfragen, kann es passieren, dass sie vom Glauben abfallen. Richtig. Du darfst fragen, aber nicht hinterfragen. Wenn die hinterfragen, dann melden wir das für dumm sind. Äh, Jesus, Jesus ist mein Herr. Bitte schreib nur mal deine Frage. Du fragst, ob Kinder entdrückt werden. Ist das richtig? Die Entrückung ist ein schwieriges Thema. Ich möchte, was passiert mit Babys und Kindern? Werden die entdrückt? Jesus sagt, den Kindern gehört das Himmelreich. Ich glaube, das sollte die Antwort genug sein, meine liebe Schwester. Ja, doch, da gibt es die Sura, die sagt, ihr dürft, ihr dürft nicht hinterfragen und dann eine Sura später, ich kann sie nicht raussuchen, dass es schon viel, viel passiert ist, die hinterfragen, haben den Koran vom Glauben abgefangen. Es steht bei euch drin, ich glaube, wir lügen jetzt nicht. Wir haben gestern auch Sachen ausgepackt, die habt ihr auch nicht glauben können. Und die Bibel sagt, ja, die Wahrheit versteckt sich nicht. Sie sagt, prüft alles, Leute, prüft die Geister, prüft die Propheten, alles, ja, weil sie die Wahrheit ist, sie hat keine Angst. Wisst ihr, was ich heftiges finde, wenn Muslime zu Christen reinkommen und sagen, gib mir die Sura, gib mir die Sura. Also, ihr müsst doch euren Koran kennen, ihr kommt doch nicht her, damit wir euch in den Koran. Nein, nein, die sagen das nur, weil die nicht damit rechnen, dass es wirklich eine Sura dazu gibt. Wenn es dann eine gibt, dann glauben die es nicht. Dann haben wir eine Ausgabe. Leute, ich bin gleich da. Ich halte gleich an. Ich habe, ich lese euch gleich vor, wie Jesus im Koran zurückkommen wird und vergleiche das mal mit dem Koran und da sagt mir, dass Jesus nicht Gott ist. Ich glaube, das steht in Almeida Vers 1.1. Sura Almeida, ich kann das nicht richtig aussprechen. Lass mich mal nachschlagen. Ich glaube es nicht. Ich schlag mal nach. Was ist das? Okay, Leute, ich muss wieder weiter, Gottes Segen euch allen. Gottes Segen, danke, dass du oben hast. Ciao, ciao. Hat er irgendwas gesagt? Nein, ich weiß nicht, warum er... Ich habe das jetzt nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, was er gesagt hat. Genau, da steht ja. Oh ihr, die ihr glaubt, fragt nach den Dingen, die, wenn sie euch offengelegt werden, euch wehtäten und die, wenn ihr zu der Zeit, da der Koran herabgesandt wird, danach fragt, euch offengelegt werden. Also fragt nicht nach den Dingen, wenn sie euch ja eh offengelegt würden. Und glaube ich, eine Sura später, wie kann man hier weitergehen? Steht, warte mal, 1.02. Also es ist Sura Al-Maida 1.01 Und dann in 1.02, also 102, kommt, Leute vor euch haben schon danach gefragt, doch dann wurden sie ihretwegen ungläubig. Also die, die richtig schlauen, die prüfen. Ja. Deswegen haben wir auch die ganzen Ex-Muslime, haben das alles mal hinterfragt, so was, wie kann das alles sein? Und wurden ungläubig, so wie es hier auch steht. Ja. Und das ist ja keine Hetze, wie gesagt, was wir machen. riefst du ja selbst alles nach. Ja. Weil ich kann es verstehen, wirklich, ich kann die Muslime verstehen, die werden halt hineingeboren, so seit, glaube ich, tausenden Jahren geht es so, ja, der macht das als Kind schon. Und ja, jetzt sind wir so, sagen die, wir sind jetzt Muslime und das war's und keiner geht nach der Schrift. so läuft's halt seit Generationen. Ich will nur ganz was sagen. Warte, ich mach mal ganz kurz ein anderes Bild rein. Leute, habt ihr schon mal einen Streamer gesehen, der so viel essen kann, wie ich? Ne, jetzt ohne Witz, Leute. Ich kenn dich nur am Essen, ich kenn dich gar nicht anders. Ja, hast du schon mal einen gesehen, der nur am Essen ist? Der live geht, er nur am Essen ist. Habt ihr schon mal einen gesehen? Noch nie, ja? Hab ich nicht, ne. Leute, ich werde dir nix meine eigene Kochshow hier auf TikTok machen und dann werde ich live gehen, predigen, so richtig Rezepte machen und so Kuchen backen, Leute. Das wird dann dir nix. Eine Frage, darf ich dir was Persönliches fragen? Ja. Dann dein Bandwurm singen. Nein, ich hab das. Bruder, du lachst. Aber ich hab ihn schon mal gesagt, dass du jetzt zum Arzt gehen und sich testen lasst, ob er eine Bandwurm hat. Das hat er schon mal gesagt. Nein, ich hab einfach ne Esssucht. Das ist einfach ne Esssucht. Ich bin einfach leidenschaftlicher Esser. Ich ess einfach gerne. Ja, aber du müsstest 250 Kilo wiegen, Bruder. Das hilft dir nicht. Ich mache am Tag zwei Stunden Sport. Also Leute, bereiten euch schon mal vor, ich werde dir nix professionell. Eine Kochshow machen mit Schürze und Hut und dann werde ich alles frische Produkte kaufen und dann werde ich auch das Evangelium verkündigen. Vielleicht kriegen wir da auch die Zuschauer. Das ist ne richtig gute Idee, weißt du das? Ja, ich mach ne Kochstory, damit ich hier meine 3-4 tausend Zuschauer täglich habe. Gestern, als Hamdi bei dir drin war, der kommt hoch und sagt, du hast wegen mir heute 800 Zuschauer. Nein. Ich hab doch immer so, wie oft, ihr wisst doch doch selber, ich hab doch immer Ruhe zu Zuschauer. Nicht wegen ihm. Und wenn haben die live geht, wer guckt, dann haben die noch heutzutage. Ich weiß, ich weiß, aber Hamdi hat keine Zuschauer. Der hatte letztens 30. Ja, ich dachte ganz ehrlich, ich wollte nach 700 öfters. Ja, das war. Er hat sich zu oft blamiert schon, Bruder. Er hat sich zu oft schon blamiert. Aber das heißt, das Zuschauer ist top. Das mit Klaus, das mit Klaus hat den ganz schön zurückgeschossen. sind top. Das hat nicht jeder auf sich top. Das ist auch schon gut. Das ist eine sehr stabile Zahl, ne? Ja. Du und Amir, glaube ich, die, die mit diesem Religionscontent die meisten Zuschauer haben. Ja, ja. Flexa hat noch stabile Zuschauerzahl und das war's. Bei mir ist zu fachlich. Ich bin zu auf Quellen und das ist langweilig. Deswegen hab ich nie viele Zuschauer. Aber ich hoffe, dass die Brüder sich immer alle Quellen aufschreiben, weil die ist sehr schwer zu finden, immer. Ich muss gar nicht, dass dein Content das ist, aber da bin ich voll gern dabei. Also ich will dich da echt unterstützen. Also guck mal, bei mir gibt's Quellen, die gibt's nur auf Arabisch. Die werden nicht übersetzt. Ne? Und es gibt Gründe, die sich übersetzen. Der Opa geht in die Tiefe der Schriften. Ja. Wie Maulwurf wüht er sich da rein. Ich finde, Danny, dein Content ist echt mega und wir können kooperieren, weil ich mach das auch auf meinem Profil und ich freu mich, dass da noch einen gibt. Der deckt auch voll das satanische System auf und da bist du der Einzige im Moment. Ja, hier deckt das auch. Sefo macht das auch. Er macht das auch so. Der deckt das auch auf. Sefo? Bruder, sobald ich wieder arbeite, also nach meiner Ausbildung mache ich das intensiver. Ich kann mich darauf gerade nicht konzentrieren, weil ich muss in der Schule lernen. Bruder, André, komm doch mal bitte hoch. Ich habe dir eine Anfrage geschickt. Komm mal bitte hoch. Ja, ich weiß, der Suchende. Ich weiß, bei mir gibt es nicht diese Fitna, Mitna und so. Deswegen, dass natürlich kein Content, was Leute anregt. Aber das ist okay. Also ich bin ja auf Quellen. Ich rede auch nur mit Quellen. Zum Beispiel, die Leute bei der Debatte haben die Liebe zum Adiv, die haben gestern keine einzige Quellenanglabe zu ihren Sachen gemacht. Haben die gesagt, Sahih Muslim hat gesagt, der wurde nicht geritten. Aber warum sagt der nicht Sahih Muslim wo? Ich kann ja auch sagen, Bukhali hat gesagt, er wurde geritten. Weißt du, die haben keine einzige Quellenanglabe gemacht. So geht man doch nicht zu einer Debatte. Die wollen von uns immer haargenau jede Quelle mit Überlieferungskette. Aber wenn die uns Quellen bringen, dann ist egal auf einmal. Keine Überlieferungskette. Egal, wer da drinne steht. Wenn es dem passt, ist es okay. Weißt du, wie haben die? Guck mal, haben die, und liebe Zuhadis, habt ihr mal gesehen, wie die mit Christen umgehen in ihren Streams? Wie der allerletzte Dreck. Wie der allerletzte Dreck. Ohne normal Dreck gehen die mit denen um. Guck mal, wie die dann so Debatten führen. Ja, Bruder, die Christen haben denen ein Zuhause gegeben, ein Dach über den Kopf gegeben, ein Land, wo die sicher leben. Und trotzdem hassen sie uns. Das sind die letzten Menschen auf dieser Erde. Ja. Ja. Oder da gibt es auch keine Nächstenliebe mehr. Wenn jemand 100 Mal die Nächstenliebe verwirft, der hat sie nicht zum 111 Mal verdient. Die haben schon alle Nächstenliebe erfahren, dass sie alle eine sichere Heimat bekommen haben. Das war schon die Nächstenliebe von den Christen. Wir haben auch. Immer. Wir haben immer auch. Auch Weihnachten. Jetzt auch. Habt ihr mitbekommen, was bei mir war mit Hamdi und Liebe zu Hadith? Ich war bei denen ja öfters drin. Ich muss sagen, ich habe einiges widerlegt können. Die waren dann doch irgendwann offen und ruhiger. Die haben das voll respektiert, wie ich geantwortet habe. Es blieb alles gut. Ich habe sie dann mehr und mehr aufgeklärt oder gezeigt, wo ich sie widerlegt habe und dass das man so nicht nehmen kann, weil es metaphorisch oder symbolisch ist. Ich habe sie in die Ecke gedrängt und dann ist es mir passiert, dass ich die Kamera angemacht habe unabsichtlich und dann es eskaliert. Also die Zuschauer sind schockiert gewesen über ihr Verhalten. Die haben mich zum Abschauen gemacht, beleidigt aufs Letzte, rausgekickt direkt und dann hatte ich kurzzeitig ein Profil drin, ein Profilbild drin und dann bin ich beim nächsten Mal auch wieder live gegangen mit Video. Aber warum? Was war jetzt an deinem Profil so? Ja, nichts. Eigentlich sehe ich ja nicht mal so schlecht aus, sage ich mal. Aber sie haben einfach nur irgendwas einen Grund, weil sie sich in die Ecke gedrängt gefühlt haben. Weil ich das so mehr und mehr widerlegt habe. Die sind durchgegangen, weil du so gut aussiehst oder weh. keine Ahnung, weil sie haben einen Grund gesunden Flüchten und haben mich gekickt, haben mich beleidigt und die Zuschauer, die sind neidisch gewesen. Das sind neidisch gewesen. Ja, du schenkst mir dein Pizzaofen, ne, sonst darfst du nie wieder bei mir rein und dann schmeißt dich raus. Ich schmeiß dich ja nicht mal hoch, ich weiß, wie schwer der ist, dann kannst du nicht mal hochgehen. Aber du kannst gerne Pizza essen kommen, Bruder. Das weiß ich auch bei mir, weil ich will, schön, wenn ich nach der Arbeit nach der Arbeit, ich will, dass du immer den Teig groß machst. Käse am Rand, okay, Käse am Rand, Standard Margarita, aber mit Käse am Rand. Ganz lecker für mich, okay. Wenn du nicht besuchst, ey Leute, das ist 100%ig, ich bin auf Arbeit. Ich bin auf Arbeit, ihr redet sich bei Essen, bitte. Wir reden nicht über normales Essen, wir reden über selbstgemachtes Essen, einen schönen, selbstgemachten Pizzaofen. Ich will schön Käse am Rand, das soll so duften noch ganz frisch auf den Ofen. Ich möchte, dass der Rand leicht so, ja gut, knusprig ist, der Käse schön geschmolzen, auch leicht knusprig ist. Ja, und dann möchte ich so eine, aber ich will eine 50 Zentimeter Pizza haben, 50 Zentimeter, zwei Liter Cola, mit einer zwei Liter Cola und dann, ja. Also die Pizza kriegst du auf jeden Fall. Wenn du kommst, kriegst du sie. Ja. Jetzt kommt die Nina für uns. So eine Pizza. Bruder, 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 Bruder Danny, die Schwester hat uns zum Essen gerade eben eingeladen, es gibt Lasagne, wir sollen zu ihr kommen. Selbstgemachte Lasagne. Ja, hier schreibt Schwester Wio. Wo schreibt die Schwester, wo schreibt, wer ist das, Bruder? Ich mache gerade Lasagne, selbstgemachte Lasagne, also, ist eine Einladung. Wo denn? Ich sehe nichts. Im Chat, Bruder. Im Chat. Wie heißt die? Violetta, Schwester Violetta. Ja, alles meins. Albanische Lasagne. Ja, Leute, teilt noch mal den Stream und wenn noch jemand hochkommen will, kann er gerne hochkommen. Leute, alle noch mal den Stream teilen, Leute, das kann doch nicht so schwer sein. So, ich nehme mal wieder dieses islamische Bild rein, weil damit wieder die Muslime hier reinkommen auch. Also die Dschins wieder wecken. Ja, es muss auf jeden Fall so. An alle Muslime, an alle Muslime, die jetzt hier noch mal drin sind, verlasst den Islam. Laut Bibel ist Mohammed ein falscher Prophet und ich sage euch, Muslime, der Herr Jesus Christus wird euch eines Tages richten, wenn ihr nicht umkehrt und Wurzutut und von neu geboren werdet, wie es in Johannes 3, Vers 3 steht, Muslime, ihr werdet gerichtet werden. Darum sage ich euch, Muslime, verlasst am besten heute noch den Islam, demütigt euch vor diesem heiligen Gott, kommt zu diesem heiligen Gott, versöhnt euch mit dem Sohn Gottes, denn es steht geschrieben, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, Muslime, nicht verloren geht und der Herr Jesus, er ist Gott und wir können zeigen, dass er Gott ist. Guck mal hier, was er schreibt, wenn du mir einen, guck mal hier, daran sieht man dein Verhalten. Siehst du? Da sieht man schon diesen Geist, was für einen Geist ihr habt. Unfassbar. Könnt euch nicht mal benehmen. So wie die Muslime da die Kaaba da anbeten, so werdet ihr den Herrn Jesus anbeten. Da gebe ich Hand und Siegel drauf, Muslime. Und das verspreche ich euch, dass ihr eines Tages den lebendigen Gott anbeten werdet. Den Sohn Gottes, der ewige Gott. Und darum sage ich euch, Muslime, wenn ihr weiter in eure Religion bleibt, werdet ihr verloren gehen. Ihr werdet gerichtet werden, wie es auch in der Offenbarung steht. Und ich sage es euch, Muslime, ihr werdet alle in den Feuersee geschmissen werden. Ihr habt keine Ausrede, ihr habt das Evangelium gehört. Wie oft sind Christen hier auf TikTok, die das Evangelium predigen? Wie oft hier auf TikTok sind Christen, die die Gottheit des Herrn Jesus bezeugen und sie zeigen euch die Gottheit, aber ihr wollt es ja nicht annehmen. Aber kann mir einer erklären eigentlich, mich würde das interessieren, was hat die Leute da auf sich? Ich glaube, ich meine, Hä? Was ist denn das? Wartet mal. Kann mir einer erklären, was es mit diesem Stein auf sich hat von euch in den Kommentaren oder so? Mit welchem Stein? Das ist von der Kaaba? Ja. Ah, das kann Bruder Oban dir ganz gut erklären. Oder Abu Majin könnte das auch erklären, warum sie sich den Stein hinlaufen. Aber ich würde es gerne von Ihnen hören. Ich würde es gerne von den Muslimen hören. Ja, da hast du Abu Majin. Frag mal Abu Majin. Er kann dir erklären, dass er den Stein hat. Guck mal, wie er löscht. Er bezeugt was, was er nie gesehen hat. Das heißt, die Schahada fängt schon mal mit einer Lüge an. Du kommst in den Islam und das Erste, was du machst, ist eine Lüge. Nein, du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch. Der Menschenanbeter, der Windeln anbetet. Es ist gut. Britta, bitte kick dem. Warum holst du den immer hoch, Evangelist? Warum holst du diesen Muschrik hoch? Ja, weil wir hoffen, dass er irgendwann mal hochkommt und sagt Salam Aleikum oder so. Weißt du, ohne dass er uns verflucht die ganze Zeit. Das ist ein Muschrik. Das ist so einer, der darf nicht hier leben, lebt aber trotzdem, weil er das Kuffarland mehr liebt als die Gesetze Allahs, aber verteufelt diese Kuffar. Sowas nennt man Muschrik. Hat der gerade in deinem Flughaus gesprochen? Das klingt ja voll in meine Ohren. Bruder, er hat bezeugt, er hat bezeugt, dass es keinen Propheten gibt, außer dem Propheten Mohammed und dass Allah der einzige Gott ist. Das heißt, er bezeugt was, was er nie gesehen hat. Das heißt, das Erste, was du machst, wenn du in Islam kommst, ist mal eine Lüge aussprechen. Weißt du, warum Ding Jesus kein Gott war? Bruder, nimm runter, du fliegst gleich raus. Bruder, diese Ecksteine, was sie da haben, diese Kaba, das ist einfach nur eine Jesuskopie, mehr ist das nicht. Die haben mit diesem Stein Jesus kopiert. Ich kann dir auch sagen. Salam al-Aqam, Bruder. Wie alt bist du? Bitte? Wie alt bist du? Es ist eine Frau, es ist eine Sie, sie schon. Ich bin schon alt genug. Ich bin 1972 geworden, das müsste jetzt auch ausreichend sein. So, erstens mal hat er keinen Fluch ausgesprochen und wir beten den letzten Propheten, ja, weil es der letzte ist, aber wir glauben an alle Propheten, von Jesus bis in unsere Gebeten. ich bete fünfmal am Tag, ich habe vorhin gebetet. In unseren Gebeten heißt es, Gott, wir beten von ersten Propheten bis zum letzten Propheten, da sind alle Propheten drin. Wenn du keine Ahnung von Islam hast, dann schändige hier nicht den Islam, spiele hier nicht den Scharlatan, verstehst du? Nur wenn du Ahnung hast, kannst du hier von so vielen Leuten, kannst du dann halt eben über Islam reden. Kannst du mir bitte das Gebet nennen, wo du alle Propheten erwähnst? Ich nenne dir jetzt überhaupt gar nichts, verstehst du? Ganz ehrlich mal, dann lerne es vernünftig, bevor du was Falsches aussprichst und Jesus ist nicht der Gottes Sohn, Jesus ist ein Prophet. Zu Jesus beten wir genauso wie zu David, zu Benjamin, zu Moses. Rede hier kein Quatsch, verstehst du? Ganz ehrlich mal, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Dadurch, dass du hochkommst und dein Frust losnässt, macht es noch lange nicht alles zur Wahrheit. Das ist kein Frust. Doch. Rede doch normal, wie du redest. Du redest ja kein Deutsch über Moslem, über Propheten, über Haustier. Was für einen Blöden redest du überhaupt? Wir würden alle Jesus anbeten und das wäre der Gott. Meinst du wirklich? Erkommt, ey, Junge. Wahrheit. Lernst du wirklich, dass die Geschwister sich damit nicht befasst haben, dass sie einfach so rumkommen und irgendwas erzählen und irgendwelche Quellen zeigen? Ist das wirklich dein Ernst? Ich finde das so schön, dass solche Menschen kostenlos Werbung für den friedlichen Islam machen. Ich würde die einfach reden lassen. Danke. Mach mal weiter. Ist das dein Ernst? Die befassen sich seit Jahren damit. Nein, sie nennt ein Gebet, wenn es nicht gibt. Wie heißt der Gebet, wo man zu einem Propheten bittet? Sag mal. Oh, was Yuzer sagt, ist ganz wichtig. Voll agro, die Muslim, so weich als Muslim auch. Warum? Und warum dann nicht mehr? Würde mich voll interessieren. Ja, ich glaube, man steht einfach so fest zu dieser Tradition oder wie auch immer, ohne sie je zu geprüft zu haben, weil die ganze Familie da drin ist. Man will einfach verteidigen, so wie ein Fußballfeld. Man wird reingeboren in eine, wo die Eltern schon so fein sind und man ist jetzt rum, da mitzugehen. So stelle ich es mir vor. Also ich finde das immer wieder traurig, wenn Frauen hochkommen, wie Löwen sprechen über den Islam und vergessen, dass sie dort null Rechte haben, Bruder. Richtig. Das verstehe ich nicht. Die hat mich ja nicht reden lassen. Also, wie gesagt, Allah verflucht die Frauen, die ihre Gesichtsbehaarung entfernen. Du musst einfach nur fragen, ob sie das tut. Wenn sie ja sagt, dann ist sie schon in Allahs Augen verflucht. Sie hat, du musst mal eine Frau fragen, was sie denn im Paradies bekommt im Islam. Gar nichts oder nichts. Sie kann froh sein, dass sie überhaupt da reinkommt, dass sie da noch den Anspruch hat, irgendwas zu bekommen. Ist ja völlig krank. Ich vor allem, liebe Frauen, überlege, dass ihr eigentlich voll leiden müsst in eurer Religion. Ihr müsst alles befolgen. Ihr müsst euch verdecken, nur weil die Männer sich nicht in Kontrolle halten können. Müsst ihr darunter leiden. Ihr müsst akzeptieren, dass mehrere Frauen dabei sein können bei eurem Mann. Ihr könnt mir das nicht vorstellen. Aber letztendlich habt ihr dann nicht mal was davon. Versteht ihr? Das ist eigentlich voll grauenhaft für mich. Unfair. Du hast im Islam als Frau keinen Wert. Soll mal eine Frau hochkommen, eine Muslime und mit mir debattieren über Frauen im Islam? Oder eine Zeugin ist nur halb so viel wert wie ein Mann. Also eine Frau kann nur halb so viel Zeugin sein. Und wenn wir es genau nehmen, hat ja Mohammed seine Frau ja zum Propheten gemacht. Und das war nichts wert, weil sie eigentlich nur halber ist. Das hätten eigentlich zwei Frauen bezeugen müssen, weil eine Frau darf man nicht glauben. Es müssen zwei Frauen sein. logisch gesehen. Und er wurde von einer Frau umgebracht. Das heißt, er kommt auf seine eigene Terminologie. Der Islam ist nicht mal ins Paradies. Weil wenn Mujahideen von einer Frau umgebracht wird, wird er das Paradies umgesehen. Weißt du, logisch hält der Islam nicht stand. Wie du sagst, liegt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liegt. Und das ist so viel. Amen. Amen. Wir müssen für unsere Frauen sterben. Amen. Ja, und deswegen auch, dass sie sich dann unterordnet, freiwillig. Weil viele missbrauchen den Vers und sagen, die Männer lassen ihre Frauen unterwerfen. Und lesen nicht weiter, weil dort steht auch aus Liebe, wenn ihr eure Frauen so liebt, wie Christus die Gemeinde, machen sie das ja freiwillig. Ich bin es von meiner Verlob. Ich muss sie nicht einschränken oder so. Sie lässt mir einfach, weil sie mich auch so liebt, die Entscheidungen treffen, weil sie mir so vertraut. Weißt du, dass in Bukhari steht, wenn eine Frau nicht mit ihrem Mann ins Bett will, obwohl er das möchte und er so schlafen geht, dann wird Allah Engel schicken, die die Frau bis zum nächsten Morgen verfluchen. Das habe ich schon mitgekriegt, Futter. Das ist so. Das siehst du, Mann, das ist so. Du weißt doch, Fußballer haben damit nichts zu tun. Weißt du doch. Danke für den Service. Achso, der ist ja gar nicht für mich gewesen. Ich dachte, der ist für mich. Walla, danke. Danke für das Herz. Danke. Totaler Danke. Hier sehen wir die Pyramide mit den allsehenden Augen. Bitte vier Rosen. Ja, also hier sehen wir zum Beispiel auch, die Fußballer zeigen uns zum Beispiel auch diese Gesten, die sind aber auch mir nie aufgefallen. Also wenn die Fußballer zum Beispiel ein Tor machen, das ist alles kein Zufall, Leute. Warum macht er diese Pyramide? Oder auch hier, das hier. Das ist absolut Satz. hier sieht man auch die 6-6-Geste über den Auge. Aber ich zeige euch noch mehr. Die Fußballer zeigen auch zum Beispiel, wenn sie denn das Tor machen. Hier sehen wir denn die Pyramide. Ja, dann weiß man wen ja, das Tor widmet, Bruder. Guck mal hier, die 6-6-Geste über den Auge. So, machen wir weiter. Hier, das ist ein dreistes Bild. Das ist richtig dreist. Wann du sagst, das ist heftig? Aber das ist nur Zufall. Ich kann dir das Bild erklären, Bruder. Ja. Erklär mal das hier auch. Erklär mal das Bild. Erklär mal das Bild. Er sagt, ich bring dich ins Gefängnis. Er sagt, du tust hinter Gittern bringe ich dich, sagt er mit den Händen. Ja, okay. In Frankreich ist das normal. Und erzähl mal das hier. Was ist das denn hier? Ja, der sieht so besser. Das ist, wenn das fällt. Ja, okay. Sag doch mal das hier. Das ist ja, er verehrt ja so Ägypten, die Pyramiden. Das macht er, weil er dich besser im Blick haben möchte. Der möchte dich einrahmen und so möchte er zusammen. So siehst du. Aber das Bild hier ist aber auch sehr, sehr heftig. Ja, der wusste nicht, was er sich da tätowiert. Da wusste du das nicht, Bruder. Die haben alle ihre Seele verkauft. Das ist ein Cover-Up. Darunter war erst ein Auge von der Oma. Und das hat dir nicht gefallen. Warum macht er so das hier? Was ist das? Entenschnabel. Entenschnabel. Und dieser Schuh hier mit einem Auge? Ja, der riecht dran. Ob das echtes Leder ist, Bruder? Leute, ihr kriegt jetzt noch von mir genau sechs Schatztruhen. Leute, kommen wir Schatten auf. Die 50.000 Likes, Leute. 50.000 Likes. Leute, 50.000 Likes, Leute. Sechs Truhen. 50.000 Likes. Dann haben wir keine Beispiele. 50.000 Likes. Heute lässt du's fatzen, ne, Bruder? Heute lässt du's richtig fatzen. Ja, ich hab echt, äh, ich hab, äh, zu viel Spendengelder bekommen. Ich hab das, ich will das alles wieder zurückgeben. Sehr schön, Bruder. So ist richtig. Ja, ich hab ja gesagt, ich will mit TikTok kein Geld verdienen. Ich will nix annehmen. Ich hab gesagt. Boah, das ist, das ist richtig dreist. Das ist auch nur Zufall, Bruder. Dass die, der wollte, die Hände haben sich automatisch so verknotet, das war alles Zufall. Das ist schon hart. Das heißt, dass die denken, Leute, dass das Zufall ist. Der ist unter Wasser, das sieht man noch nicht. Der ist unter Wasser, der ist Taucher. Ja, der ist Taucher. Und das hier? Kommt aus der Dusche, Bruder, der hat seinen Augenbrauen getrocknet. Okay. Und das hier? Das klauen wir nochmal hier. Was ist das denn hier? Ja, das ist für Fan, Bruder. Aber der sieht ehrlich, wenn du, guck dir das nochmal an, der sieht doch, der sah echt ein bisschen strange aus, der zieht. Liebe Brüder, ich muss hier nochmal kurz rausstehen. Leute, alle teilen, bitte, Leute, leiten, leiten, leiten. Leo? Bei 25.000, wenn ihr später in die Kur, Leute. Ich komm wieder, sobald ich zu Hause bin. Okay, okay, gottesreiches Segen, bis später. Euch auch, danke schön. Mal hier. Was ist denn erst bei einem Fußball, mein Bruder? Hier, das ist Dreif. Totenkopf, umgedrehtes Kreuz, V, mit einem Auge. Aber wer ist das? Wer ist das, Bruder? War das Rocco Sifredi? Nein, nein, warte, 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 warte. Der sieht ein bisschen aus wie Rocco Sifredi. Warte, 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 warte. Ist das doch Neymar? Weiß ich nicht. Neymar, Neymar, Neymar. An den ganzen Tätowieren müssten wir das eigentlich erkennen. Aber auf jeden Fall, guck mal das Bild hier an. Das ist dreist. Ja. Nein, nein, wir machen nur Werbung für Neymar, damit er noch erfolgreicher wird. Ja, natürlich. Sido, Sido ist auch ganz dreist hier. Sido ist ganz dreist. Ey, du weißt doch, Bruder Danny, du weißt doch, Sido ist ein Götze, Entschuldigung, ein Idol mancher Menschen und er darf nicht angefasst werden. Weißt du doch. Leute, Leute, kennt ihr Menowin? Schreibt mal rein, Menowin. Guck mal, evangelische Kirche. Evangelische Kirche macht Werbung. Was sagt ihr zu Menowin? Ein Bruder im Herrn, ja oder nein? Schreibt mal bitte rein. Auf gar keinen Fall. Nein, warte, nicht sagen. Ist Menowin ein Bruder im Herrn? Schaut euch das Zeichen mal an, das Logo. Was ist das für ein Logo? Das ist doch ein P-E-D-O, ne? P-E-D-O, ne? Ja, ich weiß es, Bruder. Der Schmetterling, die Doppelharzen. Ist, 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 Leute. Ist, äh, ist, äh, ist, äh, ist, äh, ein Bruder. Also nochmal, Menowin, was sagt ihr? Pädoseichen, das ist ein Pädoseichen. Evangelische, äh, Kirche macht Werbung mit Pädoseichen. Ich zeige euch mal ganz kurz Menowin. Menowin möchte der, der Christenleib was sagen. Der, warte, ich zeige euch mal. Was sagt ihr zu Prinz Boateng? Was ist mit Prinz Boateng, Leute? Ein, ein Wiedergeborener. Paulus, wo warst du die ganze Zeit? Ich muss was erledigen. Das ist alles Fake, Christen. Du sagst es. Hier, Menowin, für euch, Leute. Guckt euch das Coverbild an. Guckt mal, ich bin bereit. Ich? Siehst du durch die Wiedergeburt? Mein Dämon und ich. Guck mal, Menowin, hier, das Coverbild an. Ein Augegeste zeigt er uns mit diesem getrennte Coverbild. Eine Seite lieb und eine Seite böse. Also da ist jemand in Wien. Menowin. Ja, Menowin. Unser super Christ. Ja, hier. Nikos. Nur ihr seid die wahren Christen. Schreibt er. Oder den, hast du das eigentlich schon erwähnt? Dann lass dich weiter verführen. Dass es gefährliche Buben gibt, die Menschen aufsuchen möchten. Ja, ich habe das gerade gesagt, dass hier ganz viele Muslime hier drin sind. Also Muslime auch, die sich als Christen ausgeben, um dann auch auszusuchen, wo du bist und so weiter. Ja, da sehen wir die Liebe. Da sehen wir die Liebe. Aber weißt du, was ich gelernt habe, Bruder Denny? Beten für diesen Menschen und segnen für diese Menschen. Amen, Bruder. Recht dich nicht. Die Rache ist mein, sagt Gott. Menowin war früher nicht gläubig. Gott hat ihn zu sich gezogen. Er ist umgekehrt so wie du. Also jetzt sagst du, Bruder Denny, das ist genau Neugeborener wie du. Wer hat das geschrieben? Cleo. Bruder Denny. Aber gestern, das müssen wir auch einmal kurz wieder in die Karte stellen. Gestern, wenn auch immer sagt, die Islam ist die Wahrheit, dem kannst du nicht helfen. Das geht nicht mehr. Nein. Weißt du, der ist auf YouTube gepostet, ne? Der Stream wurde Denny. Der hat das auf YouTube gepostet. Da ist Ex-Muslim in YouTube. Der hat das richtig... Hey, der hat einfach komplett gezeigt. Ich gucke mir zwischendurch die Zerstörung haben dies an. Und der lieb es war dies. Das war ja richtig heftig. Ja. Ja, also die können mir, wenn du gar nichts mehr sagen, ihre Karriere ist komplett eben. Was soll ich das sagen? Die haben doch alle gemerkt, dass sie einfach nur die Blödsinn haben. Das ist ja noch gar nichts, Leute. Ich zeige euch mal ein paar Bilder. Die Papus ist pro Kopf. Ja, ja. Also meine lieben Ausliebende, der Herr Jesus Christus liebt dich. Kehr um. Ihr habt doch gestern dieses Stream gesehen. Deswegen verstockt euer Herz nicht, denn Jesus ist wirklich die Wahrheit. Wir haben es bewiesen. Etliche Male. Geht ins Gebet und ihr werdet es erkennen. Wir haben hier halt ohne Pause Quellen gewandert. Ja, ja. Wir haben alle Quellen rausgehauen, wie es nun geht. Und es war nicht mal alles, ne? Also es gibt hier noch mehr. Ich hätte noch mehr Sachen rausgehen können. Und da haben wir genauso. Wir haben eigentlich nur die Punkte erwähnt. Nur das ist jetzt mal okay, das genügt erstmal. Bukov war am besten, ey. Ey, gestern war wirklich heftig. War wirklich heftig. Bruder Danny, Bruder Danny, nächstes Mal darfst du die Tastatur nicht aushauen lassen, gell? Oh, du machst mich Modi, Bruder. Das war gestern echt Katastrophe manchmal. Ja, ja, ja. Das war echt schlimm. So, Bruder Danny, lass mal jetzt den Herrn richtig verkündigen, dass sie schön den Herrn Jesus Christus hören und auch hoffentlich annehmen. Ja, aber ich muss ganz kurz den Stream neu starten, weil ich hab... Achso, ja. Ja, mach das, mach das. Aber warte, die Schatztruhe, die sollen noch ihre Truhe bekommen. Naja, natürlich. Die sollen ihre Monster-Truhe noch bekommen. Ihre Monster-Truhe. Ihr Hack soll die noch bekommen, ihr Hack. Aber warte, Bruder, du brauchst nicht beenden. Ja, ich weiß, warte, die Truhe, ich weiß. Aber wie? Wieso brauchst du nicht beenden? Wie geht das denn jetzt auf einmal? Wieso sind auf einmal 50 Leute hier drin? Weil Danny, wir nehmen dir die Truhe weg und dann gehen sie... Warte, Abdi ist hier, warte, ich will einmal noch mit Abdi reden. Abdi. Sifo, kommst du Gott zurück, Sifo, du Unglückende. Abdi, Abdi, komm, Abdi, rette deine Seele. Ihr drei unnötigen Sauerstoffverbraucher. Abdi, komm zum Herrn, Abdi, der ruft dich. Du bist immer da, Mann. Wieso schaust du das nicht einfach vor den Herrn niederzuknien und den Herrn Jesus Christus als den Herrn, der Nürnerlöser zu nehmen? Warte, Danny, ist der Freemacher? Ja, Freemacher. Ich bin Freemacher, ich liebe Rothschilder. Und wie heißt der Marokka-Fanien? Leute, einmal bitte einmal was geben, Leute. Einmal ein Herz und einmal einen Daumen, Leute. Seid nicht so hastig, Leute. Oder Danny. Oder der, ich kann dir was sagen, der ist, der ist bestimmt nur blaue Loge. Er muss nur den Müll entfernen. Was haben du gerade gesagt, du unnötiger? Abdi, das geht gar nicht so. Der ist nur die blaue Loge, er muss nur die Drecksarbeit machen. Abdi, Abdi, Abdi. Abdi, wie fühlst du dich das an, über die Drecksarbeit zu machen? Abdi, lass mal einen ausreden. Lass mich mal ausradieren, Leute. Lass mich bitte ausradieren. Lass mich ausradieren. Sifo, Sifo, komm bitte zu Gott zurück. Hören auf, um diese Lugen zu verbreiten. Ganz ehrlich, mich mit deiner Probatanga zu verbreiten. Bitte. Abdi, ich bin beim Herrn. Du bist nicht beim Herrn. Du bist bei TikTok. Du hast leider nicht verstanden, dass der Herr Jesus Christus Gott ist und dein Erlöser. Und wenn du den annimmst, das ist mein Erlöser. Natürlich, natürlich, natürlich. Lest doch mal die Bibel. Ich lese sie mit dir zusammen, wenn du meinst. Natürlich, natürlich, natürlich. Lass Gott in Ruhe, bitte. Vergiss diesen komisches, atallisches Zeug, was du machst. Verbreite keine Lugen, verbreite keine Probatanga, meine Freundin. Bitte hören auf damit. Du bist einfach rastbacklos, ganz ehrlich, rastbacklos. Ich bin ein ganz natter Mann, ich verstehe, mein Freund. Natürlich, deswegen möchte ich ja, dass du zum Herrn kommst. Rette deine Seele. Ich rette nichts, meine Seele. Du bist doch sowieso kein richtiger Muslim. Komm doch lieber zum Herrn. Vergiss deine Loge da. Vergiss deine Loge. Loge ist besser, mein Freund. Besser Loge als Shisha-Kaffee, besser. Ja, aber was hast du davon? Abdi, das hast du jetzt hier... Warte mal, was macht ihr so in der Loge? Erzähl mal über die Rituale, was macht ihr da? Ja, David soll neu starten, dann komm ich wieder. Nein, nein, sagst du jetzt. Nein, nein, jetzt geht nicht, ich soll neu starten. Warum nur, Dana, sagst du jetzt? Abdi, abdi, abdi. Erzähl dir über deine Freiburghode, was der Rituale macht ihr denn? Erzähl mal so ein bisschen. Ich bin gleich da, du ohne Diggaard. Ja, er ist wieder im Weltall, der muss wieder rumfliegen. Es geht darum, wenn man die Rituale fragt, dann gehen die wieder weg. Der hält, der hält, der sich erinnert, was der Rituale da passiert. Ich glaube nicht, ich glaube, der ist ja nicht so tief involviert. Vielleicht kann man abdi, Seele noch halten, vielleicht kann er noch zum Herrn kommen, hey. Ich weiß nicht, ich glaube, das Blaut Osho muss nur den Dreck entfernen. Ja, genau deswegen, anstatt Kaugummis unter den Tisch hinweg zu kratzen, soll er lieber zum Herrn kommen. Der ist wirklich heftig. Das durfte ich in der Schule machen, Bruder, als ich, wenn ich Ärger gemacht habe in der Schule, durfte ich Kaugummis unter den Stühlen unter den Tisch hinweg kratzen mit so einer Spachtel und Eisspray. Boah, die ganze Zeit. Boah, wie ekelhaft, Bruder. Aber ich habe es verdient. Ach hier, guck mal, der ist drin. Der Ex-Muslim und Christen Best-of, der hat einen YouTube-Kanal, ihr könnt da reingehen, ihn abonnieren. Und der hat die Debatte komplett veröffentlicht. Da können Sie jeder anschauen, wie er aufgedeckt hat. Schreibt mal was. Das soll aber schreiben, dass ich weiß, wie der heißt, dass ich dann folgen kann. Ex-Muslim, schreibt mal was rein. Also Ex-Muslime und Christen Best-of. Das soll auch gleich sein YouTube-Link reinschreiben, dann können Sie bitte screenshotten. Da. Ich habe ihn da angeschrieben. Ex-Muslim, schreibt auf. Ja, Doktor. Schleswig, der hat das gepostet, der hat einfach gefilmt. Dr. Doofenschmitz, das ist der Mann, der kommt einfach aber nie hoch. So. Bruder, nee, der letzte Sekunde kommt die doch rein, siehst du doch. Ich weiß auch nicht, woher das ist so. Manchmal. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Weil, vorhin hatte ich auch richtig viele Zuschauer gehabt und auf einmal sind die alle weg gewesen. Alle weg, Leute. Betet nochmal, dass wir nochmal hier 1000 Zuschauer bekommen. Dass wir nochmal 1000 bekommen. Ja, das bekommen wir schon. Wir müssen das nur anders machen. Auf den Herrn Vertrauen beten natürlich, ne? Und einen Neustart nochmal machen. Aber vielleicht. Vielleicht. Ich war mir noch. Gottes Segen, Doofan. Gottes Segen, Doofan. Neun, mein Lieben. Was geht? Ja, Gott sei Dank gut. Und dir? Ja, muss ja auch. Muss ja irgendwie. Erzähl, was liegt auf den Herzen, Doofan? Ja, wie? Wir gucken ein bisschen zu. Wir gucken ein bisschen zu, weißt du? Was bist du auf den Zug? Wir gucken ein bisschen zu. Aber schon echt komisch, oder? Ein Mensch. Er sagt, er guckt ein bisschen zu. Er kickt ein bisschen zu. Ah, er guckt ein bisschen zu. Nee, der Rumba. Sorry. Entschuldigung, das war jetzt mein falsches Gesicht. Hast du den Herrn Jesus Christus schon angenommen? Ne, mein Lieber. Also einen Menschen anbeten will ich nicht. Weißt du, was war ich mal? Was hindert dich eigentlich, ihn anzunehmen, Doofan? Erzähl, was hindert dich? Ja, guck mal, Jungs. Ich bin nicht so einer, dass ihr zum Voraus mal wisst. So ein Typ, der so meckert. Weißt du, was ich meine? So Debatten führt. Nein, das machen wir doch nicht. Nein, du sagst jetzt, dass du Bescheid wirst. Warum hast du ihn nicht angenommen? Du, also ich sage euch ehrlich, ich habe die Bibel jetzt nicht komplett gelesen, aber schon so einige Stellen weiß ich. So wie zum Beispiel Johannes 20, 17. Da sagt er ja ganz klar, ich gehe zu meinem Gott. Da frage ich mich, also da würde man sich auch was fragen, weißt du? Kurze Frage, Doofan. Hast du das gegoogelt oder hast du es gelesen? Gelesen. Also gelesen heißt, du hast Johannes der Evangelium aufgeschoben, hast bei Kapitel 1 angefangen. Ach so meinst du, in der Bibel. Oder ganz kurz, ich möchte nur eine Frage stellen. Du, Tufan, du liest die Bibel und das Einzige, das Einzige, was du behalten tust, ist Johannes 20, 17. Nee, nicht nur diesen Vers. Also nur das, was du so, ich weiß nicht genau, was da drin ist, ich müsste jetzt gucken, aber das klingt so, als ob du nur das jetzt gesehen hast, was dich davon abhält, die Bibel weiter zu den Herrn zu finden. Nein, nein, mein Lieber. Also das, was dir das postet, das siehst du nicht. Nee, 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 guck mal. Die Bibel, ich weiß nicht, es kann bestimmt sein, glaube ich auch zumindest, auf jeden Fall bei euch, ihr habt die Bibel durchgelesen, oder? Also ihr kennt die sozusagen auswendig, oder? Pass auf, ich bin ehrlich, ich bin ehrlich, Neue Testament kenne ich, Arzt Testament bin ich am Lesen. Okay, also so wie ich es richtig verstanden habe, das Alte Testament, darauf legt ihr sozusagen, sage ich mal jetzt mal, keinen Wert drauf, richtig? Doch, wir legen das drauf. Wir legen das drauf. Nee, nee, weil... Das Alte Testament ist sogar sehr wichtig, natürlich, das Alte Testament ist sogar sehr wichtig, allein die ganze Buchheit. Das tiefe Weisheit, sehr tiefe Weisheit dahinter, und da weißt du was, guck mal, der Jesus Christus, erinnert euch, meine Lieben, was hat der Jesus gesagt, so die Pharisäer? Ihr forscht doch, hört alle zu, die Jesus sagt, so die Pharisäer, ihr forscht doch in den Schriften, wenn ihr dies tun würdet, so wüsstet ihr, dass die Schriften über mich sprechen. Welche Schrift meint er? Der Tandach der Juden, der Alte Testament. Und da sehen wir, dass die Schriften von Jesus sprechen. Nicht nur die Prophezeiungen, sondern die Verweisungen, wie Abraham und Isaac, Vater opfert seinen Sohn. Wer erinnert uns das? Jungs, aber eine Frage. Jungs, eine Frage. Guck mal, wenn ich jetzt komme, also ich komme jetzt zu euch, ich stelle mich jetzt neben euch, ich mache Wunder, okay? Ich mache, also Jesus hat ja, so wie er ja, es stimmt ja bei uns im Koran, er hat die Toten auch erweckt, richtig? Amen. Er hat die Toten auch erweckt, er hat Kranke geheilt, er hat Vögel Leben eingehaucht sogar, stimmt ja alles richtig. Also das ist nicht in der Bibel drin, was mit dem Vogel, das ist ein... Okay, aber die anderen Sachen, aber die anderen Sachen, oder? Aber die anderen Sachen, die sind drin. Okay, okay. Ich komme jetzt zu euch, ich mache das jetzt sozusagen für euch. Ich erwecke Tote, okay, es würden jetzt Leute denken, oh krass, boah, der hat ein Wunder vollbracht, das wir nicht vollbringen können. So, meint ihr denn aber nicht, dass Jesus dieses mit Hilfe seines Herrn geschafft hat? Aber Tufan, ja, ich kann dir was sagen. Ich sage dir was, wenn man das aus deiner Perspektive zieht, ja. Aber wenn du wärst, da gibt es kein altes Testament, das dich prophezeit und mir sagt, dass einer geboren wird, der von der wir gekreuzigt wird, da steht da nicht drin. Da steht nicht, dass Tufan kommt auf TikTok und man dir darüber spricht. Aber da steht halt drin, dass der Herr prophezeit wird, dass er gekreuzigt wird, dass er ein Gott geboren wird. Aber es hat doch gerade damit gar nichts zu tun. Natürlich, aber es macht ihn ja zu Gott, dadurch, dass er prophezeit wurde, dass er das macht. Okay, wer vergibt Sünden? Und auch 50-50, weil er die Wunder verbracht hat, oder wie? Wer vergibt Sünden, Tufan? Auf was soll ich antworten, mein Lieber? Mir wurde gerade schon eine Frage gestellt. Wer vergibt Sünden, Gott, richtig? Richtig. Markus Kapitel 2 müsste das sein. Da hat Jesus für die Pharisäer geredet. Was ist leichter zu sagen? Zu einem Gelebten, er soll aufstehen und seine Ligamatte nehmen und gehen, oder seine Sünden sind ihm vergeben. Und er hat beides getan. Seine Sünden sind ihm vergeben und er soll aufstehen und seine Ligamatte gehen und umhergehen. Okay, dann hat er sich eine andere Frage. Wie kann das sein? Aber warte, antworte erstmal drauf, antworte erstmal drauf, bevor du eine Frage stellst. Auf was soll ich antworten, mein Lieber? Ja, warte mal ganz kurz. Stell dir mal vor, jetzt komme ich zu dir und sage, geh gerecht, deine Sünden sind dir vergeben. Ich würde sagen, wie, deine Sünden sind dir vergeben? Wer bist du? Du bist ein Mensch. Du würdest sagen, du bist doch ein Mensch. Wie kannst du zu mir sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Wer bist du? Nur Gott, nur mein Gott kann Sünden vergeben. Er ist zu den Menschen hingegangen und die Pharisäer haben das doch gehört und haben doch gesagt, wer ist denn dieser? Jesus ist jetzt oder wie? Wie bitte? Jesus ist zu den Menschen vergeben. Ja, Jesus hat Sünden vergeben. Er ist zu den Menschen hingegangen und hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben und die Pharisäer haben mit ihren Zähnen geknirscht und haben gesagt, wer ist dieser, der Sünden vergibt? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Also hat er sich doch in einer gleichen Stelle gemacht. Warte. Er hat sich also mit Gott in einer gleichen Stelle gemessen. Okay. Richtig? Okay, weiter. Ja, ich frage dich jetzt gerade. Also, weiter. Ja, also wer vergibt Sünden? Nur Gott allein. Nur Gott allein vergibt dir deine Sünden, die du getan hast. Dein Ehebruch, dein Mord. Nur er kann sie dir vergeben, aber der Herr Jesus hat sie vergeben. Okay, alles klar. Sagen wir, stimmt auch. Alle Juden, habt ihr vollkommen recht. Okay. Was sagt ihr zu Johannes 17, 3? Philippa 2, 6 bis 8. Das ist die Antwort. Nochmal. Der Antwort, was? Das musst du doch lesen. Philippa 2, 6 bis 8 ist die Antwort. Guck mal, allein. Allein dieser Vers. Ja. Ein Gott kann doch nicht zum anderen Gott sagen, da du allein der wahre Gott bist. Wahre Gott. Wie kann das sein, dass ein Gott zum anderen Gott sagt? Weil Jesus sagt, das ist ja der Gott. Wie heißt der Bibel-Vater? Wie heißt der Bibel-Vater? Wie heißt der Bibel-Vater? Johannes 17, 3. Soweit ich mich nicht irre, Johannes 17, Vers 3. Okay, ich kontrolliere jetzt für dich. Da sagt er, dies ist das wahre Leben, in der sie dich, den einzig wahren Gott erkennt und Jesus Christus den du gesammt hast. Geht mir eine Sekunde. Ich kontrolliere doch. Und dann erkläre ich es dir. Okay. Johannes 17, 3. Richtig. Geht mir eine Sekunde. So. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, Entschuldigung, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus. Ja. Jesus Christus erkennt. Okay. Ist jetzt nicht... Nein, der Menschensohn, hör genau zu, der Menschensohn hat geredet, ja. Und da müssen wir die Perspektive sehen von Philippa Kapitel 2, 6 bis 8. Da steht drinnen, dass Gott Mensch wurde und untergeordnet war. Und der Mensch war 100% Gott. Also nicht der Mensch, Jesus war 100% Gott und 100% Mensch. Ja, und der Menschensohn war immer untergeordnet und brauchte und konnte auch solche Sätze sagen. Das sehen wir ja ganz klar. Das ist mein Naturlehren. Okay. Der Menschensohn war untergeordnet, hat sich entäußert, war erniedrigt und so weiter. Da hat der Menschensohn geredet, aber Gott selbst, Gott Wesen ist ja wieder eine andere Perspektive. Wir dürfen nicht vergessen, er musste untergeordnet sein und musste die Schriften erfüllen und ja, das ist kein Widerspruch, was zu Philippa 2, 6 bis 8 sagt. Deswegen sage ich für jeden Muslim, Philippa 2, 6 bis 8, müsst ihr euch eigentlich eingravieren in euren Kopf, weil da die Antwort der Schlüssel ist. Weil ihr müsst verstehen, dass in der Bibel, in der Evangelien die zwei Naturlehren sind. Weil ohne die geht ja rein gar nichts. Ihr müsst das verstehen. Wann redet Menschensohn, wann redet Gott Wesen? Das muss man unterscheiden. Okay. Aber ist es nicht ein bisschen komisch, dass das, jetzt mal Hand aufs Herz, Leute, ich bitte euch. Ihr sagt ja, 100% Mensch, 100% Gott. Eine, eine, eine. Tufan, 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 eine Frage, eine Frage. Wenn Mensch, wenn Gott, wenn Gott auf die Erde kommt und sagt, ich werde Mensch, ich werde Mensch, bleibt es immer noch Gott. Leute, wir machen ein anderes Beispiel. Tufan, wenn wir einen König haben, wenn wir einen König haben, ja, der ist ein König, ja, der Vollmacht von allen. Dieser König sagt jetzt, möchtest du was, morgen werde ich jetzt ein Bauer. Und ich will einen Tag ein Bauer sein. Er wird jetzt Bauer. Er hat Zugriff auf die Königsherrschaft. Ist noch immer ein König. Aber er hielt das nicht wie ein Raubfest. Er bleibt ein Bauer. Okay. Ist er jetzt nicht zugleich König und Bauer zugleich? In dem Moment? Okay, also ein König sagt jetzt, ich werde Bauer. Und dann wird er Bauer, aber es ist theoretisch immer noch ein König, oder wie? Der ist noch ja ein König, weil er ist ja der König. Warte, 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 Warte. Es gab eine Sendung, ich weiß nicht mehr, wo das war, das war irgendeine Hartz-IV-Sendung. Und da war genau das, dass der Chef in der Firma sich verkleidet und zum Mitarbeiter wird. Und Undercover-Boss, wie ist das genau. Und das ist genau das Gleiche. Er war Mitarbeiter da, aber immer noch Chef. Immer noch Chef. Kannst du sowas mit einer Göttlichkeit vergleichen? Wirklich? Ich habe dir einen Wingsschiff zum Beispiel gegeben, damit du das verstehst. Alles gut, alles gut. Damit du das verstehst. Alles gut. Okay. Das ist eine Münze. Eine Münze, eine Medaille, hat doch zwei Seiten, richtig? Okay. Aber es ist auch ein W, eine Münze, richtig? Okay. Daran siehst du das auch. Du musst das verstehen. Und wo doch eine Münze? Aber jetzt eine Gegenfrage. Aber jetzt eine Gegenfrage. Allah wurde auch Mensch. Weißt du das? Allah wurde Mensch? Sein Schienbein. Okay. Und woher hast du jetzt diesen Satz? 2.68, Vers 42. 2.68, Vers was? Vers 42. Vers 2.68, Vers 42. Vers 42. Genau. Eine Sekunde, guck kurz nach. Genau. Ich kommentiere jetzt auch, aber das war aus meinem Kopf direkt schon dieser, da war so, ach ne, da, das ist der Vers, wo Schenkel drauf steht. Und Bruder Denny, mach mich kurz zu groß, mach mich bitte kurz zu groß, damit ich ein Bild repräsentieren kann. Du musst das kurz versagen darf, Bruder, wenn ich noch kurz versagen darf. Der Herr ist nicht gekommen, um zu zeigen, dass er Gott ist, der Herr ist gekommen und zu erfüllen. Das darf man nicht vergessen. Um zu weit zu geben. Das wäre ein einfaches gewesen, für Gott sich als Gott zu offenbaren. Aber dafür ist er nicht gekommen. Er ist gekommen, um das Alten, im Alten Bund zu erfüllen und den Neuen Bund zu ermöglichen. Brudi, sogar 48, Vers 2, schaust du das? 68. Achten, sehr, 68, Vers 42. Ja, was steht da? Was ganz anderes. Da steht, an dem Tag, wo die Wahrheit offenbart wird, werden sie aufgefordert sein, sich niederzuwerfen. Doch, sie werden dazu nicht in der Lage sein. Da steht nichts von Schienbein, mein Lieber. Ey, ey, ey. Steht er nicht alle ein blödes Schenkel? Das stimmt nicht. Zum manchen Schenkel wird ein blödes Blödes gemacht. Jungs, Jungs, guckt euch selber an. Les, was euch die steht. Les, was du aufschaust euch selber an. Bruder, Sie verwarten, bitte. 48, Vers 42. Hast du ja gesagt, oder? Sura 68, Vers 42. Und ich schlage das jetzt auf. Bruder, Sie schlag du das jetzt mal auf. Aber jetzt zeig ich mir erstmal, Sayyad Bukhari, Tufan. Sayyad Bukhari, darfst du dich ablehnen. Das ist Sayyad 7, 4, 3, 9. Und niemand wird zu ihm sprechen, außer den Propheten. Und wann wird zu ihm gesagt, kennt ihr irgendein Zeichen, an dem ihr ihn erkennen könnt? Sie werden sagen, das Schienbein. Und so wird Allah dann sein Schienbein entblösen, worauf sich jeder Gläubige vor ihm niederwerfen wird. Katastrofe. An neuesten Schienbein. Vor dem Wurden-Wurz? Sayyad Bukhari, Tufan. Ich will es nicht sagen, ist falsch, richtig. Weißt du was, meine? Am Tag, am Tag, da manch ein Schenkeling blößt wird und sie aufgerufen werden, sich anbeten, niederzuwerfen. aber da werden sie es nicht können das war ein koran wie wie haken der koran mit den hadiths ist einstimmigkeiten siehst du bei dem vers steht schienbein oder was in dem er seinen schenkel seinen schenkel entblüssen wird bei mir an dem tag wo die wahrheit offenbart wird gerade verschiedene in den verschiedenen sätzen oder sie vor groß machen und schon hier oder den die potasie vor groß machen bitte ist wieder weg ist lande auf ist lande und hier steht geschrieben am tag da manch ein schenkelimp löst wird und sie aufgerufen werden sich anbeten niederzuwerfen aber dann sie es nicht können da steht schenke ok er kann ich dich jetzt noch groß machen ich kann noch groß machen warte lasst sie gleich reden dass wir kommen gleich auf die schenke kommt gleich auf sie wir machen das schenkeler kann was ich gar nicht die dame da und aber lass sie bitte in ruhe bitte wir wir machen stück für stück also tofang was das den koran das schicken schenkel die wahrheit offenbart wird guck mal erst mal hand aus herz hast du einen gefälschten koran hast du einen gefälschten koran mein lieber die gleichen aber du hast wieder ganz andere guck mal ganz kurz ist nicht gefälscht guck mal ganz kurz jungs koran ist gekommen und ist so geblieben wie das ist habe ich gesehen so guck mal ganz kurz ein kräftige 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 aber eure ausrede ist ja zweitens jesus ist nicht gottes sohn jesus ist ein prophet das ist ja das ist sagen wie das ist eine anrufe hier das kann ich auch originale koran was passiert nein 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 warte meine liebe was ist passiert wo ist der originale koran der welt in das hat die mann komplex jetzt komplex in der usbäkisch hört auch zu ob es erklärt ist tschuldigung usbäkischen kaufstadt das kennt mit der älteste koran der welt aufbewahrt die einzige noch erhaltene hör genau zu von ursprünglichen sechs original treuen kopien der ersten vollständigen koran man das kripte also das ist aus dem 17 jahrhundert und soll den dritten kalifen hör doch zu toffern soll den dritten kalifen hör doch zu soll den dritten kalifen und den auftraggeber utman eben afan gehört haben ein und seko-zertifikat beschädigt die autorität des manuskriptes die das sich inhaltlich nicht von modernen abschriften des korans unterscheidet das zusammentragen der einzige überlieferung in kodifizierte ausgaben des koran trug maßgeblich zur ermöglichung der islamischen expansion im siebten und achten jahrhundert bei wir lesen hier raus ja dass denn dass der originale koran gar nicht existiert ihr hat ein kurs original ok ok also jetzt ist man von eurer weise der koran verfälscht krass hatte du fahren wir schon mal sagt das ist ja ruhig man braucht man zuzuhören und sage ich gar nicht mal ein bisschen zu lassen wartet auch noch ein schweres eine frage stellen ich will seine kopie des originals der echte originale koran existiert also hat gerübst ok der echte originale koran existiert nur der kopie des originals weil die durch erzählungen gemacht worden ist aber komischerweise der dritte kalif hat so geschehen und mann eben erfahren was wissen wir über wegen den hadisen darüber und man eben erfahren hat die werke des originalen koran verbrennen lassen warum abu bakr hat von der beste freund von muhammad und das ist der vater von aisha hat natürlich auch die rezitierung aus gelernt und er hat aufgeschrieben aber man hat seine werke verbrennen lassen und andere werke verbrennen lassen den koran den ihr habt ist nun von den dritten kaliften und von lieben erfahren das ist der koran den ihr alle zu hause habt genau nur von denen der originale koran existiert nicht der ist nach muhammets entstanden nach muhammets tot ein bisschen viel später da habt ihr eure antwort mit den originalen koran er existiert weil viele viele rüsten sich der originale koran wo ist der original das ist meine frage ja wo ist der originale mein lieber guck dir somit eure bibel an und da kann ich weiterhören jetzt merkst du selber du kleiner schlingel du jetzt merkst du was ist mit der bibel was soll mit der bibel sein jungs jetzt mal was soll mit der bibel sein moses moses kommt von adam ja angefangen weiter wie es in der bibel steht moses und jesus ok meint ihr denn nicht dass die beiden als propheten ein bisschen um die botschaft zu verkünden dem einzigen waren gott zu dienen so wie es mose kapitel 6 in vers 6 sagt höre ist der herr ist ein einziger herr eine schöne stelle 5 mose kapitel 6 vers 4 eine schöne stelle höre höre israel der herr ist mit uns der herr allein weißt du das hat die trinität ist da sie allein das wort allein ist trinität jetzt hört alle genau zu das habe ich studiert jetzt gibt ich auch hebräisch top an schmai israel adonai eloh adonai errat das ist das originale als die israelische sprachwissenschaft nutzt nur das wort errat wenn die 1 aus mehreren elementen erklären möchten es gibt zwei wörter jachit oder errat und die nutzen wirklich wenn es 1 also eine einheit ein wesen aber aus mehreren elementen steht das heißt trinität jachit würde komplett das komplette gegenteil heißen das heißt einzig aber deswegen weiter erraten haben wir die trinität erkannt 1 mehrere elementen und sehen dann ganz klar das wort allein ist auf ein wesen bezogen auf einen gott wir haben ja nur einen gott der sich nun drei offenbar der vater sohn heiliger geist er ist er möchte ich erkannt dass das sind diese feinheiten und was er lustig ist das ist die sprachwissenschaft sohn heiliger geist also ein mann der geboren wird von seiner mutter maria ist ein gott stopp du hast das heilig gegeben ich bin von den hypostasen ich rede nicht von den menschen so jetzt merkt jetzt mal was das massina die möchte gerne auch was sagen wir sind jetzt alle ruhig gottes segen euch allen hallo guten abend ich höre gerade die ganze zu mein mann möchte kurz was dazu sagen wegen den koran original ich gebe gerade weiter ok hallo liebe freunde gottes segen sei mit euch und an die muslimischen freunde ganz kurz und zwar ich bin ein zeit das heißt ich bin direkt danach gekommen von dem prophet mohammed ja und ich bin alle witte und ich wollte also ich bin ehrlich ich kenne mich mit dem christstum nicht so gut aus also ich kenne mich mit den grundsachen und so von der trinität habe ich jetzt erst vor nicht allzu langer zeit was mitbekommen was ich einfach zu dem koran sagen wollte ist es dass man niemals vergessen da als die war hieß also als die gottes offenbarung damals an an den propheten mohammed abgesandt worden sind die menschen damals zu der zeitpunkt hatten eine riesengroße begabung und das war das auswendig lernen also hafis wenn es euch was sagt ja ja so habe ist genau und nicht nur die muslime waren hafise sondern auch die dort lebenden juden und auch kripten haben sich natürlich durch die offenbarung gottes also als zwei haben sich auch viele eierts und 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 verse auswendig lernen können so das hat natürlich dazu beigetragen dass wenn es eine verfälschung oder eine änderung im koran geben würde dann hätte man das gemerkt ja es würde und es würde aufstände geben ja warum der koran geendet wird geendet geändert wird durch die halifen ja beziehungsweise sagen warte mal ganz gut ist er fertig und drehen bis zum drehen fertig mein bruder ich bin fertig ja okay jetzt könnt ihr reden habe ich nicht nicht dazwischen ja ich wollte aber was sozusagen also er hat ja gesagt wir hätten ja was gemerkt dass das halt verändert wer halt ne ja so ihr muslime sagt ja dass die torah und das in gil ist ja verfälscht oder das also wie gesagt darauf kann ihm will ich auch nicht eingehen weil ich will nichts falsches sagen mein ich ich sag nur so ein muslim muss an alle heiligen bücher glauben das sind das gehört zu den ihm allen von den immer imanen ja wenn du nicht an 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 gottes offenbarung glaubst ob es jetzt die torah die das alte neue testament die bibel generell und liegt der koran du kannst diese also kommen der koran sagt der koran der koran sagt der koran ist der wächter über alle bücher über allen büchern ja und wie gesagt ich kann der bieten und so alles nicht so wie sagen ja aber das hat mich natürlich dazu auch geleitet mich weiterzubilden sage ich mal und auch über den christentum was zu lernen ja und ich möchte jetzt auch keine aussage dazu sagen dass jetzt von wegen jetzt die bibel gefälscht ist oder das alte testament ist gefälscht oder so ich weiß einfach nur es ist ein warum sollte es gott den menschen schwierig macht machen das was er liest ist also den menschen unverständlich zu machen der gott hatte sich offenbaren ich habe ich habe ich habe die ganze nichts gesprochen ich habe sprechen lassen du sagst das jetzt zu mir ein mensch wo sich jedes mal anhören muss es ist auf arabisch geschrieben arabisch kann man nicht übersetzen du musst es auf arabisch sonst geht das nicht dann brauchst du für jede suche ein tafsir sonst verstehst du die suche nicht und dann sagst du zu mir dass die bibel kompliziert ist zu verstehen indem man sie einfach liest und sie stück für versteht indem man sie mehrmals liest und nicht nur einmal und das ist und das muss man das liest in deiner sprache und man versteht automatisch was da drinnen steht ich muss den koran auf arabisch und 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 nicht mal da sind sich alle einig und dann weiß man nicht wie viel suchen hat der koran hat der 110 114 114 als 191 14 aber es gibt welcher ja das stimmt aber nicht der koran hat 114 suchen ich möchte was sagen ich möchte war ich möchte auf die aussage eingehen mit den auswendig lernen des korans das hast du schön gesagt du ein problem gab es dabei jemand hat sein problem damit gehabt dass jemand den Koran auswendig lernen konnte und der den Koran sogar aufgeschrieben hat, wie zum Beispiel Abu Bakr oder andere große Leute, in Sayy al-Bukhari 4986, das ist ein Hadith, der Sayy ist, da ist jetzt, ich erkläre jetzt mal, was da steht, Mohammed nannte seine vier besten Koranrezitierer, das ist ja eigentlich Abdullah Ibn Masud, stand ganz oben auf seiner Liste und dieser sagte in Suche 1, Suche 13 und Suche 14 sollten nicht im Koran sein, weil es muslimische Gebete sind. Dies sei nicht der Koran, es seien Gebete, die wir beten. Wenn also Mohammed sagt, Masud sei einer derer, von dem man den Koran lernen solle und dieser ist nicht mit Suche 1, 113 und 114 einverstanden, dann ist dieser Koran fehlerhaft. Die Alternative wäre, dass der Koran, warte, von Osman und Ibn Tabib richtig ist, aber dann lagen Mohammed und Ibn Masud falsch. Aber jetzt kommt so eine andere Sache. Wir können jetzt zu einer andere Sache gehen, denn Darf ich erst mal kurz da reingehen, Pavlos? Wir haben noch was, wir haben noch was, wir sind ja durchfertigt. Wir haben eigentlich noch, wo der Osman, nein, der dritte Kalif, die Werke zerstört, dass er das verbrennen lassen hat. Die haben wir auch noch. Sehr cool. Das stimmt. Die ist der Präzettierer, die haben die verbrennen lassen. Ja. Und dann können wir die HIDs ja dazu geben. Ja. Guck mal, Pavlos, ich würde jetzt gerne noch was dazu sagen. Und zwar, was ist das für ein Geräusch die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Ich rufe weiter, macht weiter, redet weiter. Ich bin es nicht. Aber kein Kier, dass ich da ein TikTok-Wort nicht. Das ist ein bisschen nervig. Was ist das? Also, was ich dazu sagen will, ist einfach, ich selbst halte nichts von Hadithen, weil der Mohammed, der Mohammed, der Mohammed hat die Hadithe verboten. Ja. Was ist passiert nach Mohammed, sein Tod? Es wurden in den ersten 200, 300 Jahren über 2 Millionen Hadithe ausgesprochen und niedergeschrieben. Ja, 2 Millionen Hadithe. So. Und für mich und eigentlich auch für jeden Moslem sollte die einzigste Referenz, die einzigste Referenz der Koran sein. Wenn ihr den Koran liest, irgendein Vers liest, ja, und dann, um das zu vergleichen mit einem Tafsir von Al-Buhari oder Al-Tibrisi oder was weiß ich was, das ist, das ist, ja, wie soll ich sagen, es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, weil ihr dann damit Gottes Botschaft eigentlich verfälscht, weil da kommt einfach Nefs dazu. Versteht ihr, was ich meine? Nefs heißt Warte, 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 warte. Das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Du bist kein Muslim, wenn du nicht dran glaubst. Guck mal, ich habe auch gehört, dass es... Wartet mal, meine Lieben, wir wissen, dass in Sayyad Buhari 487 auch steht, dass Uthman verbrennt alle bisherigen Koran-Manuskripte. Er hat alle verbrennen lassen, die es gab und es ist ein Fakt, ein historischer Fakt, was ich euch so gegeben habe, weil es eine echte Datierung ist, der älteste Koran ist für den dritten Kalifen. So, und das ist der Uthman und der hat alle Korane verbrennen lassen. Die anderen hatten es auch auswendig gelernt. Pablo, du darfst nicht vergessen, es gab den Imam Ali und du weißt, wie man den Imam Ali auch noch genannt hat, ne? Ja, aber das machen alle wie die anderen. Nein, das hat nichts mit dem Al-Ali zu tun. Imam Ali war Koran in Artik. Das heißt, er war der sprechende Koran. Er war der sprechende Koran. Ja, er war der erste Muslim. Er hat den Koran als erster retiziert. Er war derjenige, der durch Mohammed sallallahu aleyhi wa sallam als sein rechtmäßiger Nachkomme in Gadir Hum, das ist eine Gegend, nach seinem Hatsch-Besuch ernannt worden ist und er war nach als letzter Kalif derjenige, der den Koran war der ich will ihn hören. Ich will ihn hören. Weiter, Brot, ist er ein. Er war der, er hat den Koran mit dem Kloan mit dem Glauben wieder. Hörte mich? Er bin nun. Jetzt, jetzt. Hörte mich? Mohammeds Glauben, hast du gesagt ja der derjenige der eine verbindung ist weg wo die man denn so wie schaut es jetzt aus meine lieben können wir mich hören das sind jetzt 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 okay also immer mal die als letzter kalif ja er war der der den mohammedanischen islam wieder in dir in ihnen in den richtigen weg geleitet hat ja und und nach seine zwölf also die zwölf imame die danach gefolgt sind ihr könnt dass das ist auch historisch bestätigt die zwölf imame die auch natürlich auch unter der umayadanischen und der der abbassit also der abbassitischen herrschaft auch gelitten haben und auch alle ermordet wurden alle zwölf imame wurden getötet aber sie haben es immer wieder geschafft diese die die den koran immer zu beschützen und ihre tafs ist ihr richtigen tafs jetzt an ihre kinder und enkelkinder weiterzugeben ja was mit mohammed der selber sagt in saya bukhari 4986 seine vier besten koran rezitierer und ganz oben auf den listen das ist eigentlich abdulla ibn massud der ist der beste koran rezitierer und dieser mohammed hat das gesagt na und der sagt jura 1 uhr 13 uhr 114 sollten gar nicht im koran sein der kunden der mohammed hat ja viele dings gehabt weggefährten gehabt ja dann moment der lander als besten es ist doch es kann doch sein dass er dass er dass er ihn als besten erwähnt hat ja aber ich sag's noch mal ich nehme den koran als referenz und deckt der koran das gottes offenbarung und kein kein prophet ja kein prophet er er spricht nichts anderes als gottes offenbarung das was der was ein prophet sagt ist nichts anderes als gottes offenbarung ja und die gottes die einzigste gottes offenbarung und die einzigste referenz die genommen werden kann ist der koran selber ja und wenn es ist komisch dass der dritte kalif der koran doch geschrieben hat und wo ist dann jetzt ali wie hat er jetzt den einfluss reingebracht wenn doch der dritte kalif utman also ebn utman afan letztendlich den koran geschrieben hat und das ist älteste koran eine kopie des originalen keiner kann bestätigung wissen ob die anderen jetzt eigentlich doch die hat diese sagen die anderen waren anders die hat er verbrennen lassen ja also der der urenkel von imam ali ihr kennt ihr bestimmt habt ihr schon imam jaffer al sadi gehört also sein urenkel also im von imam hussein der enkelsohn und der war ein der größte gelehrte der aller imamen sage ich mal ja der hat den hanifi also imam hanifi den imam hanbeli den imam hat alle das seine schüler der über 2000 gelehrte gelehrte schüler gehabt die er ausgebildet hat in in allen möglichen fächern soziologie koran lehre alles mögliche ja und er hat natürlich auch einen bürok rausgebracht also ein bürok heißt sowas wie ein gebote die sozusagen den sozialen die die soziale beziehung zwischen den menschen untereinander noch mal vom koran zusammenfasst und natürlich auch was die ehe wie man in eine ehe geht welche voraussetzungen erfüllt werden darf und genau die verhaltensregeln ja und wie gesagt die zwölf imame haben das segen miteinander geführt dass das koran unter und und die imam haben dazu geführt dass der koran immer in den ihrer also in der ehl bei in der ahlul bei reihe immer unverfälscht war ja weil die haben das die haben ihre schriftstücke und auch ihre wörtlichen überlieferungen immer an ihre generation weitergegeben bei uns alle bieten sind die wörtlichen überlieferungen auch sehr wichtig muss ich sagen also von ohr zu ohr ja von generation zu generation weil die alle bieten damals und auch natürlich auch die schiiten die wurden natürlich von der umayyadanischen und der amerikanischen und auch später durch die seltschuken und osmanen et cetera verfolgt das wissen wir ja durch die geschichte und es war ja auch der grund warum imam musaikiazm alhorasani also alhorasani ist ein also horasan ist ein gebiet im mesopotamien und er war sagen wir mal der erste imam der nach horasan ausgesiedelt oder ja ausgewandert ist um halt sich und seine familien also dort zu sichern sage ich mal ja und der hat dann dort seinen familienstamm weitergeführt aber du hast du redest jetzt über außer koranische sachen letztendlich na und was sogar eigentlich auch außer der hadith sind ist okay es gibt ja zwölfmalen ja auf dem muss man hören ja du hörst mich nicht ich habe kein ich habe keinen guten empfang ich glaube das ist kontraproduktiv so ich würde mich morgen noch mal ein klicken ins ok ist komm mal rein und raus wieder oder denn die wo die dann sofort wieder hoch ja ja dann gucken wir jetzt noch mal gottes segen an alle ich wollte nicht unterbrechen jetzt gucken wir mal weil wir können jetzt sagen ich brauche auch keine hadithe ich bin auch bei koraniten eine sogar vorbereitet weil dann nehme ich nur den koran und kann in den koran selber die widersprüche zeigen und den koran dann repräsentieren dass er voller fehler ist und sich selbst widerspricht und dann gebe ich euch eine so gut nach den anderen und ich empfehle jeden muslim ein stift und papier zu holen weil das was ich dann hier zeige ist nicht für schwache nerven weil es widerspricht sich erst macht ein weltbild kaputt aber es ist auch gut so weil du dann wieder gelenkt bist auf den jesus christus der echt wahre gott ist und der einzig wahre weg ist und das ist gut so wenn der weltbild auch kaputt geht der bruder denny kann sie hoch holen und da ist sie weg der ist gar nicht mehr da und ich glaube da kommt morgen wieder was ich dann sagen kann beispielsweise weiß ich nicht das weg wie heißt andere muslim da unten zu fahren wer war der erste muslim mein liebes mädchen wie heißt du das liebe mädchen zwei personen also ich habe jetzt nicht so viel ahnung deswegen mit meiner mama also die wird man schon reden und du kannst einfach nur sagen nur kommt oder die mama ist hier schön sie ich auch nicht alle tage sehr schön ja wie heißt sie also da ich die mama nur nennen oder spricht deine mama deutsch normal ich dachte es doch fragen ist doch nicht verboten dann hätte ich eine frage wenn ich eine frage seite sunniten seite sunniten nur ja ja dann heißer sei ein buchhari akzeptiert ihr ja weil ihr müsst das das sind ja sunniten sei ein buchhari den hadith sei ein buchhari ja okay ich wurde schon sagt so okay dann hätte ich eine frage nur sehr ehrlich bitte trägt so ein hijab nein schon schwierig für den islam waren wir mal anders hast du schon mal die augenbrauen gezupft nein wirklich nicht okay okay kein piercing im gesicht und nichts an den zähnen nein okay du musst nur den hijab tragen da bist du eine echte muslima das ist mit die tochter bitte was ist mit die tochter hat die augenbrauen gezupft nein macht ihr nicht mal die mitte weg von augenbrauen nein warum soll sie da machen ich habe doch da nichts soll ich sagen ja okay dann müsst ihr nur den hijab tragen denn nicht alles ist natur aber ist noch keine pflicht kopfdruck zu trinken oder so wie bei euch das ist anders wenn eine frau betet oder weiß sagt wenn eine frau betet oder weiß sagt dann soll sie ihr haupt bedecken weil das gottes wichtig ist ja und sich unterordnet und danach nicht mehr weil dann ihre haareitschleier gilt genau das ist ein erster gründer kapitel 11 ich wollte was sagen weil ich wollte so nur warte kurz bitte ich wollte eigentlich nur sagen wegen jetzt ein hadith aber klar die tue ich jetzt die raum brauche nicht gut du musst nur den hijab tragen weil das ist wichtig weil wenn sie das nicht trägt hat sie ganz große probleme mit den islam sehr große sogar sind also keine probleme sind ja doch die mohammed sieht es anders sind probleme aber ich wollte nur was sagen das ist jetzt nicht der hijab gemeint das ist aber was anderes gemeint sei al-bukhari 5081 da steht drinnen der prophet muhammed das war entschuldigung ich habe einen anderen handys kult ich meine den hier ich schreibe den einfach in kommentaren rein dann seht ihr das weil da steht drinnen wer seine augenbrauen zupfen tut oder ein piercing ein gesicht hat oder sie selbst macht oder tattoos hat der ist von allah und von muhammed verflucht das heißt sie wird auch nicht in paradies hineingehen jungs kann sich komplett ändern könnt ihr den kannst du denn der host nimm mal bitte er dann hoch ich habe die 53 dann ich habe das verkommentiert damit jetzt selber einmal nicht aber es ist es ist ein debattierer es ist ein friedlicher ja ich habe schon 20.000 mal widerlegt in er ist ein friedlicher kollegen auch kommen wenn er friedlich ist kann er richtig hochkommen weil du siehst du siehst wir sind ganz friedlich wir reden ganz normal deswegen ja deswegen ja ich glaube das muss nur fleischig werden wenn jetzt irgendjemand hier hochkommt und dann denkt da musst du jetzt irgendwas verteidigen was nicht verteidigungswert ist ich habe eine frage warte bitte du fahren nur 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 habe ich da richtig ausgesprochen ja nur was sagst du eigentlich zu sura 4 vers 34 im koran noch mal zur suche 4 vers 34 was sagst du dazu und der muslimische ehemann die erlaubnis hat seine muslimische ehefrau zu schlagen wenn sie nicht allah also wenn der muslimische ehemann wartet wenn sie nur befürchtet dass sie allah nicht gehorcht er mahnt sie weil sie im ebett und schlag sie warte du weißt du nicht mal was der erste muslim ist du kannst es mir nicht erklären da wollte ich jetzt sagen ein tafsir erklärt es auch ja eben kate eben abbas eben abbas ist der cousin von muhammad zum beispiel da steht sogar drinnen dass die frau gegeiselt werden soll und davon eben kate dass sie einfach geschlagen werden soll also es steht ja genauso drin ist es im koran so drin wortwörtlich und dass sie erklärt das auch so wir können auch ruhig al kutobi oder al jalei nehmen ist auch kein problem das sind alles authentische tassiere gerade eben kate das nutzen alle so lieben gefühlt was sagst du anstatt zu nur er muss es nur befürchten du musst es nicht sein du musst du befürchten oh die will jetzt nicht aller gehorsam sein er muss nur in seinen gedanken lassen beantworten das wissen schwierig also auf deutsche beantworten ist so schwierig tut mir leid man sagt die tor die tochter kann gut deutsch vielleicht dann kannst du es mir auf türkisch ist es halt besser zu auf der vino meine ich meine ich weiß nicht so wie esm und das ist esm von dem ist esm von dem ist esm von dem und plötzlich örtüren nicht so wie es antim es ist esm von dem siefort ab dauern wir das Board auf der Ja, aber Islam ist ein friedliches Religion. Das stimmt nicht. Das ist gelogen. In Surin 29 steht ja drin, dass sogar die Unglauben, die Kufars, geschlachtet werden sollen. Man soll ja gegen die bekämpfen, weil die gegen Allah sind letztendlich. In Sayy al-Bukhari 29, 26 steht sogar drin, dass sogar der letzte Jude geschlachtet werden soll, weil sogar ein Baum sagen wird, dahinter, da ist ein Jude. Nehmt ihn, ihr Muslime. Das sagt Sayy al-Bukhari und das steht in Koran. Ja, das ist Ende der Welt eines. Ja, das ist, wenn alle Juden abgeschlachtet sind, da kommt Ende der Welt. Aber die werden abgeschlachtet. Von wen? Von den Muslimen. Durch Suche 9, Vers 5, Suche 9, 29, Suche 5, 33. Das ist also dann nicht mehr so friedlich. Aber lasst mir das erstmal stehen. Bei Suche 4, Vers 37 wird die Frau geschlagen. Das ist heftig. Okay. Selbst der Tafsir erklärt das. Selbst die Tafsir erklären das. Also es ist keine eigene Erklärung, sondern so erklären die es. Also sicher, dass da nicht steht, trennt euch eine Weile von ihr, sondern schlagt ihr euch. Nein, nein, nein. Da steht, ermahnt sie mit Allahs Wort, mit Koran. Hört sie nicht drauf. Meidizim Ebet. Und dann schlagt sie. Ja, ja, mit dem Meidizim Ebet. Und dann steht da schlagt sie. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Dann mach mich mal bitte groß. Mach mich mal bitte groß. Mach mich mal bitte groß. Mach die Quelle noch eins zeigen. Mach mich groß, Bruder Danny. Mach Bruder Pavlos große Zeigers. Ich zeige jetzt die Quelle. Ich bin mir jetzt gespannt, Pavlos. Ich zeige jetzt die Quelle. Aber da muss Schlagen stehen, ne? Ja, ja, da muss Schlagen. Hauptsache, Hauptsache, abändern. Genau, richtig. Na, weißt du, was? Abändern. Du willst ja sehen. Das ist doch Wahnsinn. Ey, das ist doch gerade Takiyah. Ey, das ist doch gerade Takiyah, was sie hier gerade machen. Das ist doch gerade Takiyah, was sie hier gerade machen. Das ist doch nötig. Das machen ja die Schriften vor alleine. Das ist doch gar nicht nötig. Das ist doch gar nicht nötig. Hier, hallo, hallo, Anneliese jetzt. Schreib mal einen Kommentar aus. Warte, Ufan. Junge, hallo. Lies mal jetzt. 4.30 Uhr. Schreib mal, du Schunst. Ey, guck mal, wie der redet. Ufan. Guck mal, wie dieser Muslim redet. Guck mal, wie der hier redet. So eklig, der Herr segne dich. Ja, das sag ich doch. Das ist unfassbar. Aber nur, die ist respektvoll. Ja, Bruder, der... Ich hab gehört. Guck mal, ich bin der Host. Die ganze Zeit ist er schon respektlos gewesen. Und dann redet er auch so. Und das ist der Islam. Das hat ihm der Islam beigebracht. Die reden alle so. Alle Muslime reden so. Jeder ist eine neue... Lies mal bitte einmal vor. Ich lese mal vor. Nur, siehst du das? Die Tochter auch. Ja. Das ist... Schlag bitte deinen eigenen Koran bitte auf, dass du mich kontrollierst. Okay. Ich warte auf dich, weil es ist wichtig, dass sie mich auch kontrollieren tut. Musst du die rausholen vom Schrank? Ja, hatte Schüsse verbrückt. Ja. Einen Moment. Da steht dick und fett, schlagt sie. Aber wartet, wartet. Ich will, dass sie es selber liest. Das ist ja sehr wichtig, dass die Erkenntnis ja selbst kommt. Ich muss den Tafsir aber noch einmal holen, weil da muss ich einmal kurz rausgehen. Neue Skinshotten mit dem Kartier oder vielleicht hat sie den Tafsir zu Hause. Kann ja auch sein. Merkt ihr, was ist? Die machen alle so auf strenggläubig und dann auf einmal, wenn die dann in die Ecke gedrängt werden, fangen die an zu beleidigen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Oder die Mechanismus, Bruder, der nicht... Schutzmechanismus, Bruder, der nicht psychologisch. Nur, die ist jetzt wieder da. Schutzbeginn, Bruder, die ist wieder da. Nur, hast du in den Korin? Das ist Suche 4, Vers 34. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 14. Gold. Einfach nur ein Leipzig. Ja, das war es. Einfach, das war es. Habt ihr es gefunden? Vers. Versure 4, Vers 34. Ich muss nur noch 34 Stunden. Hey Bruder, durch deinen Hintergrund kann man gar nicht lesen, was unten geschrieben wird. Das ist unmöglich. Und, weißt du, den Chat kann man unten kein bisschen lesen. Das ist so, ja, nicht schön. Nicht schön. Aber manche, wenn sie wartet, sind es so interessant, was wir schreiben, um zu antworten. Manche Leute, die haben sie gefunden. Soll ich dann erstmal vorlesen? Ja, liest du vor. Lies nicht aus meinem Bild, lies aus deinem Koran. Das ist dann auch wirklich aus dem Buch. Also dieses Übersetzte dann. Okay. Also ich stelle es jetzt einfach mal vor. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz, in Klammern für sie, ausgeben. Darum sind die rechtschaffenden Frauen, in Klammern Allah, demütig ergeben und hüten das zu Verbergende, weil Allah in Klammern es hütet. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit, also mit Widersetzlichkeit ist die Auflehnung gegen die Bestimmung Allahs gemeint, ihr befürchtet. Nur befürchtet, genau. Meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel, gemeint ist kein Weg gegen sie. Allah ist erhaben und groß. Genau. Da haben wir es gesehen. Und hast du ein Tafsir? Hast du ein Tafsir? Hast du ein Tafsir? Weißt du, was ein Tafsir ist? Und jetzt hier weiter, was das ist. Eine Erklärung des Korans. Habt ihr sowas? Kennt ihr sowas? Oder habt ihr noch nie sowas gehört? Kennen wir aber. Wir haben im Moment die Tafsir nicht. Achso. Weil Ibn Khatir kennst du aber, ne? Ja, hab ich gehört. Ibn Khatir, weißt du, wie der das erklärt? Genau so. Schlagt sie. Die soll geschlagen werden. Du kennst ja Ibn Abbas, ne? Ja, Abbas. Der Cousin von Mohammed. Ja. Der sagt, die Frau soll gegeiselt werden. Geiseln. Wie soll ich das auf türkisch sagen? Geiseln. Warte, ich mach mal in Kommentaren. Sonst gefangen. Sonst gefangen, na ja. Achso, ja. Ja, genau. Und die erklären das wirklich so. Und das ist heftig. Das ist traurig. Weil wir brauchen so eine Frau so behandelt werden. Ja, Ehren. Kann ich bitte ein, zwei, drei Sätze reden, ohne dass mich unterbricht? Wenn du das auf mein Thema beziehst. Ja, aber warte, ganz kurz, warte, aber erst mal kurz. Nicht jetzt auf den Geh, denn. Das muss schon mein Thema sein. Ich gehe sofort drauf ein, aber ich will kurz was sagen. Erst mal reingehen, begrüßen, begrüßen. Ja, hallo, guten Abend, schaue für euch. Gottes reichen Segen. Ich will kurz, ich will kurz ihr was sagen. Okay, Pavlos, dann gehe ich sofort drauf ein. Du kennst sowieso die Antwort eigentlich. Das ist doch mal richtig. Das ist doch mal richtig. Ja, das ist doch mal ganz kurz, mal bitte, ein Bitte. Ich möchte wissen, was ihr gesagt habt. Diejenigen, die eure Frauen am besten behandeln. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Du weißt, wie das Schlagen gemeint ist, Pavlos. Du weißt es ganz genau. Wie ist das Schlagen gemeint? Sag mal. Schlagen heißt nicht umbringen, ne? Schlagen heißt, äh, es gibt... Eine Aufweige, zwei, drei Aufweigen kann man geben. So ein Boxer. Lütfen Chicken. Wie ein Vertraue. Wie kann man das verteidigen? Ich verstehe das nicht. Wie kann man das verteidigen? Warte mal, warum sagst du auf Türkisch zu ihr? Geh mal bitte raus. Was juckt dich das? Nein, nein, nein. Ich wundere, Danny. Ich hab doch gesagt, der Ehren ist ein... Adam, Adam, ich verstehe, Adam. Jahil. Weil er so zeigt, dass wir rekt haben, oder? Er zeigt, nein, das wäre rekt, oder? Warte, 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 warte. Warum kommst du hier rein und sagst auf Türkisch, geh mal hier raus? Was juckt dich das, Evangelist? Warum holst du mich nach fünf Minuten erst hoch? Ja, dann, Danny, ich weiß ihm raus. Kommandant, der kann ich nicht sagen. So. Wir haben das verrichtet auch gesagt. Warte, warte, ich bin der Host. Ich bin der Host. So, jetzt kommt wieder ein Muslim rein. Und dann... So Respekt, Leute. Bitte, ich bin der Host. Ich bin der Host. Das ist die Erziehung. Das ist nicht der Islam. Das ist einfach die Erziehung. Nein, nein, nein. Das ist jeder Host. Ich hole jetzt... Ich kann jetzt einen neuen reinholen. Warum? Komm mal, er kommt hier rein, redet auf Türkisch und denkt, das verstehe ich nicht. Und dann ist das abgefühlt. Da kann er gerne auf Deutsch reden. Da kann er doch sagen, auf Deutsch, geh raus. Aber nein, schön auf Türkisch sagen, geh raus. So nicht, mein Freundchen. Ja, der Ehren, den habe ich schon vor ein paar Monaten heftig widerlegt. Die wollen über den nächsten Lügen. Heftig widerlegen. Warte, warte, der hat gesagt, die Kofas, wir sind am Lügen. Und zu ihrer Eigenschutz sollte er jetzt einfach nur rausgehen, weil wir eh nur am Lügen sind. Aber ich habe nicht gelogen. Er steht so drinnen. Schlagen ist. Ich weiß, dass das nicht umbringen ist. Es ist aber Schlagen ist es. Aber nur, jetzt hat er aufs Herz, will zugeschlagen werden. Das ist Schlagen gemeint. Es ist nicht eben was anderes gemeint. Der Tafzc von Ipegatia sagt sogar, schlagen. Ipegatia sagt sogar, Geisel, da steht so drinnen. Also kann der erklären, was er will. Die Tafzc haben mehr Worte, mehr Macht und mehr Autorität als Ehren. Du kommst jetzt noch mal rein. Aber du redest Deutsch, bitte, ja? Ja, ich rede Deutsch, keine Sorge. Pavlos, du weißt ganz, 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 ganz. Genau, wie das gemeint ist. Mit Suche 4, Vers 34. Nein, weiß ich nicht, dass ich kann nur den Tafzc lesen. Der Tafzc erklärt es genauso, wie ich es gerade erklärt habe. Du weißt, du Ipegatia ab? Wenst du Ipegatia ab? Was sagst du dazu, dass Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam sagt? Nein, 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 nein. Lehnst du ihn ab? Ich lehnst du Ipegatia nicht ab? Ich lehne den nicht ab, aber ich frage dich. Okay, dann lass du Ipegatia reden. Ich lehne den nicht ab. Dann bist du ruhig und ich möchte ein Gelehrter reden lassen. Das ist Ipegatia. Ich möchte ihn reden lassen. Das ist so viel besser, oder nicht? Ich frage dich. Das ist doch viel schöner. Dann wart ihr jetzt bitte. Nein, jetzt wartest du. Jetzt wartest du. Wir lassen Ipegatia reden und dann Ipegatia reden. Und dann Ipegatia, ist das okay? Rede. Okay, jetzt geht mir eine Sekunde. Ich hole das raus. Jengel. Ja, ich darf jetzt typisch reden. Sonst kriegt ihr mich, ne? Nicht sagen auf typisch. Ja, einfach mal auf Deutsch reden. Warum hast du anders? Ich habe einen Bewusstenschutz. Du kannst sie ruhig auf Deutsch sagen. Das ist doch nicht schlimm. Sag, was du möchtest auf Deutsch. Nein, ich weiß nicht auf Deutsch. Sie versteht doch Deutsch. Unglaublich. Ich rede bewusst nicht Deutsch. Das ist das Ding. Ich rede bewusst nicht Deutsch. Ja, ich weiß, dass du nicht Deutsch sprichst. Weil du was verdecken möchtest. Das ist ganz einfach. Wenn ich nichts zu verbergen habe, dann spreche ich doch ganz normal voraus. Ich habe doch nichts zu verbergen. Als ich reinkam, dieser Timo-Dings da, du hast mich als Heuchler betitelt, ne? Mal, lass mal Timo, bitte. Vor zwei, drei Monaten warst du schon bei mir. Timo, nicht drauf eingehen. Timo, nicht drauf eingehen. Der möchte nur ablenken. Nicht drauf eingehen. Der möchte nur ablenken. Hallo, ich habe den Ibn Kathir. Ich möchte jetzt vorlesen. Sag mal nochmal den Fähler zu dem Vers vergessen. Sura 4, Vers 7, 30. Und jetzt lese ich die Erklärung von Ibn Kathir. Bitte zuhören, ja? So. Männer sind die Beschützer und der Halter der Frauen, weil Allah eine von ihnen dazu gebracht hat, die anderen zu übertreffen und weil sie von ihren Mitteln zu ihrem Unterhalt aufwenden. Deshalb sind die rechtschaffenen Frauen Qualität und bewachen in der Abwesenheit ihres Mannes, was Allah ihnen befehlte zu bewachen. Was die Frauen betrifft, deren Seite sie schlecht benehmen, ermahne sie, lasse sie in ihrem Bett zurück und schlage sie. Aber wenn sie zum Gehorsam zurückkehren, suche sie nicht nach einem Mittel gegen sie. Wahrlich, Allah ist immer der Allerhöchste, der Größte. Allah sagte, Männer sind die Beschützer und Bewahrer der Frauen. Das heißt, der Mann ist für die Frau verantwortlich und er ist ihr Betreuer, Fürsorger und Anführer, der sie disziplinierte, wenn sie abweicht. So, also sehen wir, das Schlagen als Disziplin gemeint ist, Erziehung, der Schlag, Ibekati hat es so erklärt. Schlagen, jetzt sag du mir, wie schlägt man die jetzt? Ich weiß nicht, mal kurz, dass alles ist das richtig, dass sie brauche schlagen wird. Ein Moment. Jetzt bin ich mal gespannt, Ibekati hat es so erklärt. Aber was sagst du zu der Aussage von Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam? Ja, dann widerspricht sich Allah, oder Allah mag nur die rechtschaffenden Frauen und die anderen nicht? Eben nicht. Bei die gehorsam sind, aber wir wissen ja, dass man nur, wenn der Mann es befürchtet, ihren, ja, befürchtet, jetzt nicht ablenken. Die Legitimation ist da, dass geschlagen wird. Antwortet darauf. Darf ich dir danach aber auch eine Frage stellen? Ja, kannst du gerne, aber ich will, dass du mir erstmal antwortest und bei diesem Thema bleibst. Ein, zwei Minuten bitte, okay? Dankeschön. Du musst bei dem Thema bleiben. Ja, ich will das nachvollziehen, was du gerade sagst, deswegen, warte kurz. Was die Bekater sagt. Ja, ich will das gerade nachvollziehen, deswegen lese ich das gerade selber, warte kurz. Und währenddessen kann ja der andere, dein Bruder Timo, mir mal erklären, warum er mich als Hörschler betitelt, während ich hier... Nein, 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 Timo nicht antworten. Einfach stumm bleiben. Nein, nein, Ehren, du, zwei Optionen jetzt. Du handelst jetzt richtig oder ich zerstöre deinen Islam jetzt auf eine ganz andere Ebene. Pasos, ich sag doch, ich lenke mich auf der Brustgeist. Nein, ich will jetzt, dass du anständig bleibst, vernünftig bleibst, weil nur hört genau zu. Ich will doch nur fragen, warum er mich als Hörschler betitelt hat. Ehren, nicht ablenken. Ich lenke mich. Lenkst du gerade ab? Lenkst du gerade ab? Nein, ich bin gerade nicht lief. Du merkst gerade, ne? Du merkst gerade, ne? Dass das Schlagen gemeint ist und dass die Frau geschlagen werden darf? Merkst du, ne? Ich suche gerade die Stelle rauszusuchen, weil Ibn Kassir seine Tafsir da oft schwer sind und das weißt du ebenfalls auch. Brauche ich ein Tafsir von einem Tafsir oder was? Du bist ja heftig. Ich bin tatsächlich schwer zu verstehen. Brauche ich ein Tafsir für einen Tafsir oder wie? Was laberst du, Ehren? Das ist doch richtig leicht zu verstehen. Dann gehen wir zu jedem Muslim. Er wird sagen, dass Ibn Kassir schwer zu verstehen ist. Jeder weiß, dass mir ein Muslim sogar erklärt hat, man darfst dir nicht ein Gesicht schlagen, aber Bauch ist erlaubt. Was ist das denn, Ehren? Ich soll den Bauch kaputt schlafen, oder wie? Unfassbar, Bruder. Unfassbar. Was ist das denn, Ehren? Warte kurz. Einen Moment. Lass mich mal kurz ein bisschen lesen. Weil ich den Tafsir nie angeschaut hab davon. Gegenbecken über den Seelenaktor sie das als Papier ehe man ständig im Ungehorsam in den Diktatur nicht mal und weiter auftreten als Strafe und man kann in der Mann so haben wir verboten. Mein Gott. Du kannst auch gerne über eine Bas lesen. Da steht Geisel. Die Frau darf gegeiselt. Was hat denn? Gegeiselt werden. Gefoltert. Geisen bedeutet auch so, dass sie foltern. Nicht Geisen in Sinne von Geisel, sondern auch foltern. Er ist an der Definition krankhaft. Ja, ja, natürlich. Weil es ein Muslim ist, wo er gesagt hat, negative Sachen privat, positive Sachen öffentlich. Ich denke, so wird es mich veräppeln. Ja, das ist, wenn man sich schämt dafür. Wenn man sich schämt. Ihren Kummer, wie Monsotopilie, ist, ne? Nur, was sagst du dazu? Ihren ist komplett mundtot. Nein, ich lese gerade den Tersin, aber ich weiß gerade nicht, was hat eben Kassi Lordi gesagt? Schlagen, ne? Schlag sie. Schlagen. Ja. Nur, was sagst du dazu? Wir müssen uns jetzt verabschieden, das ist jetzt leider sehr spät geworden. Das war eine tolle Diskussion oder so. Ja. Aber nur überleg, weil Jesus Christus ist wirklich die Wahrheit und die Bibel spricht klare Worte und die Bibel sagt, wir sollen unsere Frauen so behandeln, wie Christus seine Gemeinde behandelt hat. Christus ist für seine Gemeinde gestorben. Wir Christen müssen für unsere Frauen sterben. Wir müssen uns sogar opfern. Wir dürfen niemals die Hand erheben gegenüber eine Frau. Wir sollen sie lieben und respektieren. Das ist es, was ein Christen ausmacht. Aber du weißt selber nur, er steht in den Tessieren und den Koran. Ich habe nicht gelogen. Ich habe nur zitiert. Es war nicht meine Meinung. Das ist die Meinung des Islams. Das Problem ist, es ist ja, wie gesagt, sehr spät und meine Mutter hatte irgendwie jetzt auch keine Lust mehr. Das ist ja kein Problem. Ich wollte nur sagen, überleg es. Sie war sehr überrascht. Also die fand das gut, dass du auch sehr so ruhig gesprochen hast, sehr sachlich. Und ja, vor allem diese Informationen und so weiter. Aber es wäre besser, wenn es so am Tag wäre. Ja, am Tag. Ich war sehr unaktiv gerade. Guck mal, ich folge dir. Guck mal, ich folge dir. Dann kannst du es zurückfolgen. Ich bin morgen wahrscheinlich auch live. Dann können wir normalen Reiten. Okay. Und also deine Intention ist jetzt so wirklich immer den Christentum aufzuklären. So hätte ich das zwischendurch. Ich bin, ich gibt es Jesus Christus, das Wort Gottes weiter. Ich kenne die Bibel. Ich kann dir die Fragen so Gott will natürlich alle beantworten, aber immer so Gott will. Ich bin nicht allwissend, natürlich. So gut wie möglich Antwort stehen. Und ja, damit ich nicht sagen, kenne ich mir schon einiges aus, von einigen Perspektiven. Und dann zeige ich die Menschen die Perspektiven, damit die es sehen. Es gibt eine Muslima zum Beispiel, deren Namen will ich hier nicht erwähnen. Die wird den Islam gerade verlassen, Stück für Stück immer mehr, weil sie sieht, dass es wirklich so drinnen steht. Die hat gesagt, ich muss es nochmal prüfen. Ich frage auch Imam und so weiter. Aber die sieht es ja. Und die hat selber zugegeben, ja, das stimmt, es steht so drinnen. Und der hat gesagt, das stimmt auch. Es steht so drinnen. Es ist nicht gelogen. Und jetzt will sie den Islam langsam verlassen. Es gibt ja auch Hadiths darüber, über diesen Vers. Okay, Gottes Segen, gesegnete Nacht. Gottes Segen, wir und gute Nacht hier, deine Mama. Du hast keine Worte. Was würdest du hier privat sagen? Dass ich lüge? Ich kann den Hadiths vorlesen, wenn du möchtest. Ich kann den Hadiths vorlesen, wenn du möchtest. Ich kann den Hadiths vorlesen, wenn du möchtest. Ja, bitte. Okay, wir verabschieden uns jetzt. Gottes Segen. Ja, Gottes Segen. Ciao, ciao. Es wurde berichtet, dass Ashad mit Bin Kashi sagte, ich war über Nacht Gast beim Haus des Umar und inmitten der Nacht ging es zu seiner Frau und schlug sie. Also der ist davon wach geworden. Ich trennte sie beide, als er zu seinem Bett ging. Pass auf, ich trennte sie beide, als er zu seinem Bett ging, sagte er zu mir, Oh, Ashad, lerne einiges von mir, was ich von Gesandten alles hörte. Ein Mann wird nie danach gefragt werden, warum er seine Frau schlägt und geh nicht schlafen, außer wenn du Wittredgebet hast und ich habe die dritte Sache vergessen. Hassan. Das ist von Sunnah Ibn Majan. Paulus, darf ich jetzt kurz lesen? Dankeschön. Ehren, bitte. Na, schau mal, in Tafsir von Ibn Kassir steht und mehrere andere sagten, dass sich die Aya auf Schläge bezieht, die nicht gewalttätig sind. Alhasan, Vasadi sagt, ja, was hast du? Was darf ich nicht? Nee, nee. Bruder, Danny. Bruder, Danny. Mach mal Ehren groß. Mach mal Ehren groß. Ich will die Quelle sehen. Bitte anmachen. Die Quelle. Ich sag mich, Bruder, zu die Pavlos. Ich kann, ich mach die Kamera nie. Er macht die Quelle an. Ich will sehen mit meinen Augen. Kann dir sagen, nein, nein, Zeige, Zeige. Ich will nicht. Ich will sehen. Ich will sehen. Jeder weiß, dass ich die Kamera nie anmache. Ja, du kannst hier heute anmachen. Deswegen heute Showtime. Nein, ich kann dir sagen. Heute Showtime. Nein, ich glaub dir nicht. Ich will das so anmachen. Warte, warte, warte. Ich mach sofort. Warte. Mach siehst du heute Showtime. Und dann will ich, dass mir erst auch die Quelle zeigst, bevor du was anmachst. Ich sagte doch, vor drei, vier Monaten haben wir den schon, habe ich den schon mit dem Bruder auseinandergenommen. Das ist doch nicht schwer. Na, sowas ist ja wohl klar. Die Katastrophen stehen doch drin. da ist es heftig. Einfach mal Takir gemacht. Einfach so. Das ist gar nichts. Ey, Bruder, da gibt es auch die Hadise, wo die Frau grüne Flecken hat am Arm, dass so wie, also grüne Flecken am Körper, das so grün, aber das Kleid. Die Hadise ist hier von Shahi Al-Bukhari, Band 7, Buch 72, Nummer 715. Und mit was will er kommen? Mit irgendwas Philosophisches wahrscheinlich, wie gerade eben. Ja, der kann nicht gegen ein Ibekati antreten, das geht nicht. Er kann mir nicht mit ihm was ankommen, was gegen die Tassiere spricht, das geht gar nicht. Das sind doch seine Sachen. Der muss verimpfehlen, der sagt, Ibekati ist nicht authentisch. Das kann er nicht sagen. Der hat doch selber gesagt, der lehnt ihn doch nicht an. der kommt jetzt wieder zurück, oder? Der kommt doch nicht wieder zurück. Doch, da ist er. Ich will erst sehen, wer geredet hat. Also die Quelle, wer das geschrieben hat, von wen. Ich möchte die Quelle haben. Und dann will ich sehen, was da steht. Der wird nicht sein, meine Lieben. Warte, lass mich kurz diesen Screen suchen. Ja, bitte. Zeig aber erst auch noch, wer das geschrieben hat. Kannst du mich groß machen, vielleicht sieht man das. Ah, ich halte. Du bist groß. Einen Moment, warte kurz. So. So. Das hat mich überfordert, halt. Wai, 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 wai. So. Okay, dann, ich bin da sowieso groß, ne? Vielleicht sollst du die Kommentare ausmachen kurz. Welche Quelle, was ist das? Das ist Koran. Das ist eine Tafsir-Seite, die ich immer... Welche Tafsir? Welche Tafsir ist das? Aber da steht doch keine Quelle draus, da steht doch gar nicht drauf. Wie soll ich das sonst? Ich kann das nicht anders zeigen. Pavlos, Nein, welcher Tafsir ist das? Wie heißt der Tafsir? Das ist von Ibn Kassir auf Koran X. Das ist eine Tafsir-Seite. Was lange bist du da so nicht übrikatiert? Wenn dann die Fragen steht... Natürlich ist das von Ibn Kassir. Das ist eine Passage. Du hast ja gar nicht wieder einmal einen Teil gelesen. Okay. Meine Lieben, schaut euch das an, was er macht. Guckt mal, was ich jetzt mache. Jetzt komme ich mit. Ich schwöre, ich schwöre, dass ich lüge. Wir schwören nicht. Das machen Christen nicht. Hier. Geht auf Koran X. Wir brauchen nicht schwören. Wenn wir was sagen, das ist die Wahrheit. Warte kurz. Geht auf Koran X. Das ist eine Tafsir-Seite. Gibt einen, die Suche, die er meint, die Suche 3, Vers 34 war das, glaube ich. Da steht drin, 4 Allah regretting women, ... They have a right of that you provide them with their provision and clothes. ... Das ist nötig. Ibn Abbas and several others said that the Ayah reference to a beating that is not violent. Al-Hassan, ... ... ... aber was ist violent? Was das bezeichnet? Man darf nicht gewaltfertig werden. Das ist doch das, was wir meinen. Ja, aber was ist für dich nicht geantwortet? Was machst du? Was machst du? Was machen sich? Ich kann dir eine Hadithi zeigen. Ich kann dir eine Hadithi zeigen, wenn du möchtest. Ich kann dir eine Hadithi zeigen, wenn du möchtest. Wie harmlos die Frauen geschlagen werden, die geschlagen wurden. Das kann ich dir zeigen. Da guck mal, habe ich vorhin gesagt, Sahih Al-Bukhari Band 7, Buch 72, Nummer 715. Kannst du gleich groß machen. Bruder Danny, kannst du mich bitte groß machen? Sahih Al-Bukhari Band 7, Buch 72, Nummer 715. Buchari Band 7. Bruder Danny, bist du noch anwesend oder bist eingepennt? Danny, sollst du dich erst abgeben, während du live mal es abzaunen, wenn du da bist, ne? Das ist richtig nervig. Sag mal nochmal die Quelle, Sifu. Da steht, Sahih Al-Bukhari Band 7, Buch 72, Nummer 715. Bruder Danny. Er ist heftig. Warte, ich rufe ihn an. Er ist eingeschlafen beim Essen. Das ist 5800. Buchari 5800. Danach will ich Pavlos etwas fragen. Kannst du ruhig machen. Ich möchte erst mal was hier und dann sehen wir, was du dann dazu sagst. Was meinst du, Bruder? Irgendwie, Bruder Danny, mach mich bitte groß. Ich fordere jeden, der mir nicht glaubt, geht auf Koran X. Das ist eine Tessie. Ja, das ist kein Problem. Die Tessie Seite. Ja, es war kein Problem. Das 4 in 3 oder welche Quelle das auch war. Und danach fängt der Satz, das ist noch kein Grund, der Satz fängt an mit 4 Allah. Guck mal, guck mal, ich habe das jetzt gerade gescreenshotted, ihr seid ja sogar links daneben, wenn ihr das erkennt. Und das ist, ich mach mal den Chat, könnt ihr mal ein bisschen wegmachen. Dann steht hier, Ibn Kathir. Ja, da steht es, Zuge 434. Das ist Ibn Kathir. Dann mache ich jetzt das nächste. Da, meine Lieben, Ibn Kathir seine Erklärung. Männer sind die Beschützer und Behalter der Frauen, weil Allah von ihnen dazu gebracht hat, die anderen zu übertreffen und weil sie von ihrem Mittel zu ihrem Unterhalt aufwenden. Deshalb sind die rechtschaffenden Frauen Qualität und bewachen die Abwesenheit ihrer Mannes, was Allah ihnen befehlt zu bewachen. Was die Frauen betrifft, deren Seite sie schlecht benehmen, ermahne sie, lasse sie in ihren Betten zurück, schlage sie, aber wenn sie gehorsam zurückkehren, suche sie nicht nach ihrem Mitte gegen sie. Wahrlich Allah ist erhaben, wahrlich Allah ist immer der Allerhöchste, der Größte und so weiter. Paulus, bist du wahrhaftig? Ja, oder? Haben mich jetzt gelogen? Paulus, ich frage, oben ist die Quelle Ali Morg. Bist du wahrhaftig? Ja oder nein? Ich bin wahrhaftig, das ist die Bekanze. Geh auf Koran, es gibt das ja bitte. Was ist Ali Morg? Was ist Ali Morg? Ali Morg. Ali Morg. Das ist die Seite Ali Morg. Wenn du wahrhaftig bist, macht das auf. Nein, wenn du jetzt wahrhaftig bist, komm mal wie angesagt, das ist jetzt gelogen. Überhaftig bist du oder nicht? Komm, komm, sag mal so Angst haben. Nein, sag es, ist das gelogen oder nicht? Was ich hier vorzeige, was bei mir steht. Aber, oder, warte kurz, oder, warte mal kurz, ich habe mal gehört, dass es so eine Tafsiri gibt, die ein Konsens ist, von mehreren zusammengestellt. Ist es das, kann das sein? Ja, und das hat der dann, das ist Epikartier, der Richtige. Und andere muss ihm verleugnen, dass du nicht mal. Die freuen dir das dann. Ja, nur nicht in der Sicht. Coranix ist eine Tafsiri-Seite von Ibn Khatir, der Ex. Was ist das denn? Coranix ist eine Seite, wo alle Gäste aufgültigen. Das ist der echte Tafsir. Möge ich in sich rumähren. Das ist der echte Tafsir. Keine Gäste. Ich fordere jeden auf, gibt Coranix ein, und dann die Suche von Zers. Was ist Coranix? Was ist das denn? Ich wäre, wenn du wahrhaftig bist, macht das, oder hast du ein? Warte ich bist, was ist das? Das ist Epikartier, ist ein echter Tafsir. Ich sage, ich habe mich auch an, ich bin alle gelehrten aufgelistet. Ich bin kassiert, das ist doch aufgelistet. Ich habe eben kassiert an. Du bist schon heftig unterwegs. Ja, wenn ich lüse, ist dann das, ich mache das jetzt an. Mach das jetzt an. Was ist denn das? Das ist so, das ist im E-Bag-Kartier. Erzählst kein Quatsch. Erzählst kein Quatsch. Du hast gerade schon gelogen. Nein, du bist ein Lügner. Mach das und stell mich bloß. Du hast doch gerade gezeigt, warum soll ich jetzt einzeigen? Mach das und stell mich bloß. Ja, hab ich doch gemacht hier. Mach das und stell mich bloß. Warum hast du jetzt so Angst? Komisch. Ich habe keine Angst. Wenn das hier passt, jetzt hast du Angst. Aber Tamato nimmst das nicht an. Epikartier. Alles Künschotten. Das ist Ure 4, Vers 34. Epikartier. Ja, mach das im Koranix. Was ist passiert hier drin? Passt dir das nicht? Hast du ein Problem damit? Ich habe meine Quelle. Du hast eine Antwort bekommen. Was ist passiert hier drin? Du hast allen keine Quelle. Widerlege doch meine Quelle. Pavlos, du sagst, du bist wahrhaftig, aber machst meine Quelle nicht an. Ich habe jetzt das Epikartier. Erzähl kein Quatsch. Erzähl keine Lügen, Ehren. Erzähl keine Lügen. Der Koran selber, sag doch selber, schlag sie. Erzähl keine Lügen, Ehren. Der Tassier ist einstimmig mit dem Koran. Dein Tassier, den du hast, der ist doch gelogen. Was ist das? Tamam. Welche Quelle ist das? Das ist nicht Epikartier gewesen. Pavlos, du hast mir keine Quelle gezeigt, wo steht die Epikartier. Ich sage doch, mach an, ich gebe dir die Seite, ich gebe dir dieselbe Suche. Nein, zeig doch hier, jetzt mach du doch an. Ich habe doch gerade eingeblendet, du sagst, welche Quelle. Ja, du unterstandest aber Epikartier nicht. Guck mal, bei mir steht die Epikartier komisch. Das steht ganz oben, weil Epikartier macht das Sein. Ja, okay, bleib mir jetzt ruhig. Meine Lieben, schreib mal einmal in Google rein. Epikartier, Surah 4, Vers 34. Mal schauen, was sie dann erfinden, meine liebe Ehren. Schreibt Koran X, gib diesen Vers ein, einer Seite schon gar nichts. Ich kann Ihnen sagen, welche Gelehrte hier stehen. Hier steht Abbas, Jalalain, Karshani, hier steht Ibn Kasherj. Aber stehen die alle unter dem Vers? Das steht aufgemacht. Hier steht 9, hier stehen die alle unter dem Vers? Der zum Mix was? Was ist das? Aber stehen die alle unter dem Vers oder steht noch einer unter dem Vers? Das sind doch die Gelehrte, ist Jalalain kein Geländnis. Du kannst doch nicht alle in einen Topf werfen, das geht doch gar nicht. sind getrennt bitte zu 33 bis 34 von eben kassiert und dann fängt er an und das ist ein ex das ist ein langer hd ist weil er immer ausführlich erklärt dies hat diese bezieht das hat siehst du da und dann siehst du was ich meine das ist sogar keine ahnung ich habe die ebay karte gezeigt glück jetzt nicht rum ist doch heftig etwas zu liegen so hier siehst du das denn hier bist du da wirst du wieder weg guck mal wenn ihr wenn ihr nahe rangeht ihr seht da steht die suche der fährt ich weiß ich nicht groß weil er kann ich hier ist als immer kein quatsch immer mit deinem lüge wir werden uns nicht eigentlich ich will dich was fragen kann man nein nein ich habe ich denke ich habe wir werden uns nicht vor du längst nicht wahrhaftig und es ist schon eine späte stunde du willst jetzt ablenken du bist nicht wahrhaftig habe ich jetzt was habe ich eine lüge gezeigt gezeigt die seite dich erwarten die lüge gezeigt hatte die wahrheit ihr seht ihr seht der hat angst der hat angst diese seite auf welcher angst weil der herrn ist weil ich habe dort die von gezeigt wo steht bei dem kartier dann widerlegt mich mit dieser seite kommt also dieser was ist das seine seite ich habe hier ebay karte ich habe dir was gesagt ebay karte ich habe das jeder kann ich schreibe platzieren google da ist hier so was hier 34 und die finden es sofort sofort von ebay karte als sie keine lügen wenn ich dann macht diese seite auf ich weiß mir dass ich lüge beweist dass die allah beweist da ich habe die gezeigt eben auf diese seite geht was aber diese seite das ist die pink hat hier zieht eine lügen ja paus wir werden uns nicht einig bei allem respekt wir werden uns nicht einig deswegen lasst mich einfach meine frage stellen nein ich zeige dir sieben da war's guck mal wieder springt ich zeige dir sie bin ich dachte ich darf meine frage stellen nein wir bleiben bei dem thema bist du wahrhaftig du bist gar nicht wahrhaftig du hast erstmal sein mal bitte jetzt ruhig ja du bist eingekommen wie ein kleiner heuchler gehst du sie gehst von der dame hin sprichst erstmal türkisch erzählt eine lücke nach den anderen wie ein heuchler und dann erzählt auf deutsch zu erzählen du besuchen wahrhaftigst du hier wenn du ihr seht alle er ist nicht wahrhaftig weil die seite den widerlegt ihr seht das alle chat ich probiere du willst doch du willst du wirst ja ich wollte sein dass du kurz leise du willst die vorwärts soll ich auch anderen passier bringt schon etwas von ebeln kassier als ob man was anderes geschrieben hätte die seiten machen das anders ist nicht authentisch sagen das ist nicht schon aber das bewiesen habe ich ja ok ehren kommt ich brauche mit dir nicht mehr reden du hast gar keine ahnung du bist raus da du bist raus du bist du bist ja ist du bist heftig kommt du bist raus du bist wahrhaftig und nein 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 du hast gerade hat diese mit enttäuschen verglichen wie raus ist schon ok wie raus geht erst milch trinken damit du ein bisschen besser wachsen kannst aber seine frage würde mich mal interessieren bruder palos wenn du wahrhaftig bist dann mach diese seite auf wenn du wahrhaftig bist sagst du jetzt den leuten dass 100.com nicht interessiert ist ich habe dadurch gesagt dass das interessiert ist von sonder.com du hast gerade gesagt von sonder.com ich hab dir nur als beispiel genommen ich weiß nicht was das hadise sind hey du bist heftig erzähl mal kein quatsch du hast gerade zu 100.com mit diesem passier verglichen wenn du wahrhaftig bist geh auf die seite nein wenn du wahrhaftig bist das jetzt in den leuten zeig ich habe gelogen dass ich lüge zeig mir dass ich lüge sagt den leuten zunder.com ist kein tassier du bist so lächerlich du merkst du du merkst die seite widerlegt dich und deswegen willst du einfach nicht weil sie seite ich habe gedacht auch gezeigt geh auf die seite was ich hier auf die seite ich habe die ebkartier gesagt dass sie begärt ihr wenn ich pdf in eben kassier schreibt unter meiner meinung und schreibt ist das von eben kassier schreibt mal rein ich bin kartier dass sie also darf sie begärt ihr was zu gewährten sich darf ich meine frage stellen hier haben wir fragen hier haben bei den 3 schweine betitelt ihre sagen jetzt warum ist hier und was ich um sie jetzt hier in was werden warum werden frauen bei euch als schweine betiteln zu längst so werden sich nicht ablenken warum werden ich war frauen bei die kann es nicht groß machen damit das eine komische lügen sein kann nicht abhängen warum werden frauen bei euch als schweine lehren ist doch dort zeigt man muss ja sogar sind ein zweimal wichtig und das ist eben kassier die verstehe und dann fängt das daran dass das fängt unten an das ist das ich erkenne das nicht was hast du mir gerade gezeigt was für eine quelle ich habe so guter denn hier machen den chat die mir kommentar aus oder so damit ich was erkenne der test ist von 33 bis 34 ich muss den chat erst mal weg machen unter denn kannst du es kurz einmal stumm den chats weißt du dass wir es geht das ist das dicker protestier für du kannst englisch ja ja ich muss kann am nächsten versuch das mal zu lesen weil da hat ja nicht alles gespielt hat das bisschen schwer ich kann nicht das lesen ich kann ich das alles grüße und einzeln denn wer bin nicht und ich sage noch weiter aber das zeigt liegen wir nicht ich sage doch deswegen aber du bist ja anscheinend also was ich weiß nicht was da oben ist aber das müsste man das verantwortlich für die frauen weil er sie man denn er auf italienisch kommt da muss sie beschützen und soja ja du weißt was ich muss versorgen du musst versorgen ich kann es doch nicht lesen wurde die wir das auf eingegangen auf das wort schlag sieht nur übrigens was eingegangen warum geht das steht da geht es einfach nur da geht es einfach nur darum dass ich sag doch das ist die schrift nur ein klein auch wieder ruhig gibt mal ein bruder gibt allein die mafugel und gibt ein disziplin gemein die wir haben den bruder du musst sie disziplinieren disziplin heißt du musst die gemein disziplinieren oder gibt mal ein bisschen sie geht mal ein was das bedeutet gibt es mal ein ist mein ehren gibt es mal was das bedeutet was man von google übersetzen was das bedeutet danach ist man aber langsam auch also ich geht dann auch viel verdammt raus ja du willst du nicht meine frage bank und spiele stunde erzählen ich warte noch mit dir wenn ich für den thema noch bin ich schließe das was ich gerade vor gelesen dass sie froh auf deutsch männer sind die beschützer und bewahrer der frauen das bedeutet dass der mann für die frau verantwortlich ist und die bewahrer und anführer ist der sie diszipliniert wenn sie abweicht abweicht im halb und religiösen was ist disziplinieren wieder zeigen was richtig ist was ist in kuran schiet damals im ebet schlags sie und das funktionieren ist auch schlangen ist so gut das haben wir lassen dass jemand bestrafen ganz einfach und du bist ein heuchler ein lügner was sie froh was disziplinieren disziplinieren heißt disziplinieren heißt bestrafen okay und schlagen ist bestrafen ich kann deutsch ich lüge ich lüge die kann man nicht von gegenteil überzeugen der ist einfach zu festgefahren und der generation wurde sind sie wieder an disziplin gewöhnen dazu erziehen eine klasse die genossen die partei disziplinieren weiter um strafe belegen einen beantworten mit was bruder so diszipliniert ich bin auch extrem müde wurde aber hier den ehren habe ich schon von paar monaten beherrschung kontrolle selbstbeherrschung selbstdisziplin selbstbeherrschung hier hast du erst verstehst du nicht dass ich bin ich fertig mitlesen und was zurück hier da stand diszipliniert ich habe jetzt gelesen jetzt habt ihr es ja genau erzählen als regn mit ordnung strafe natürlich strafe natürlich ist es strafe natürlich kann ich deutsch lesst du mal bestrafen junge bestrafen bestrafen gib mal ein disziplin das ist die definition das sagt man ein synonym gib mal ein das die gibt auch nicht groß oder auch nicht groß bitte also lüge da bin ich nichts damit lassen mich betiteln hier bis sie bin oder denn die synonyme bestrafen das erste was kommt bestrafen okay du heuchler du lügner ich bin ein lüge das erste was kommt bestrafen okay du heuchler du lügner ich bin ein lüge sagt mir jetzt was an der ersten stelle steht die strafen steht an erster stelle bei mir steht die strafe ich hab's doch gezeigt du hattest doch gezeigt da steht doch an erster stelle hier 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 alle erste hier die haben gesehen hier alle erste hier ich hab's eigentlich hier ich hab nichts geändert hier also disziplinieren bestrafen strafen süchtigen guck mal bestrafen disziplinieren strafen süchtigen jemanden abwaschen ich verabschiede mich jetzt an dem punkt ich wünsche euch noch gottes segen segen gottes reichen segen danni danke für die aufnahme geschwister auch im chat ich wünsche gottes segen gute nachdem morgen ich jetzt auch warte pavlo du bleibst ehren 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 steht nicht im koran er mahnt sie meint sie mir wird schlag sie steht das nicht so im koran drinne guck mal was du bist so ein haus steht das so im koran drinne ja oder nein steht das nicht so im koran drinne ja oder nein nein du bist richtig dreckig pavlo das ist jetzt das ist so das ist normal bruder das ist normal bruder das ist heftig normal den kann man nicht mehr helfen wenn du warst ist der in koran selber steht schlag sie warum die schweine sagt ihren erzählern auf der kiste machen was war gar nicht hier gesagt dann glaubt an eine bibel eine bibel juckt mich sowieso nicht jetzt mache ich wieder was gut auf klärungsarbeit im islam und dann gehe ich auch antworten an meine frage warum werden ich meine betitelt lügig als hunde betitelt jetzt antworte ich den narren auf seine nachheit damit er sich nicht für selbsterweise hält so du sagst warum wir das hunde betitelt das stimmt schon mal nicht ehren jetzt habe ich eine frage ihren sinn hunde dreckig ich will dass wir jetzt ein spitz sind hunde dreckig ja oder nein weil die mal draußen mit dreck und so weiter wenn damals damalige zeit straßenhunde sind die nicht mit dreck verbunden ich will jetzt dass du mir antwort ist sind hunde als damalige zeit auch noch straßenhunde sind die nicht dreckig gewesen wirst du jetzt antworten und dann willst du jetzt anzeigen worauf du hinaus willst machen wir rennen nein du weißt du hast jetzt doch was hingestellt mal jetzt und antwort jetzt auch nicht und mach weiter oder denn ich weiß heraus der wenig antwort ja eine frau ich muss das aber kurz zu ende der mutter denn die damalige zeit straßenhunde waren natürlich dreckig unterwegs straßenhunde da hat man dann gesagt die menschen die heiden sind gemeint und nicht frauen heiden heißt alle völker außerhalb israel ihren sünden sind wie die hunde dreckig ja sünden sind dreckig und die hunde wurden damals wegen den straßenhunden dreckig angesehen das heißt die sünden sind dreckig dessen sagt man die heiden sind ja wie die hunde dreckig wegen den dreckigen sünden weil die heiden incest begehen und zucht begehen klauen wer ist einmal kürzendienst begehen sogar menschen töten und so weiter das sind dreckige sünden und so hat man dann gesagt die heiden sind dann wie die hunde das ist ein sprichwort auf die sünden betitelt aber dass wir er in ja gar nicht verstehen das interessiert den ja gar nicht im koran selber steht er meint er man sie meint schlag sie da steht so im koran unter will mir was anderes erzählen dass sie über garantier erklärt das eben abbas erklärt ist und der möchte jetzt takir starten dieser heuchler das ist doch nicht mehr normal das war lieber anders bein anbeten das ist glaube ich besser für ihn das ist doch heftig solche lügen aber in diesem sinne kann ich nur sagen meine lieben glaubt an den hängen jesus christus wenn ihr gehandelt werden wollen denn jesus ist wirklich die wahrheit ja wir sehen es immer wieder in der bibel wir sind ja ist dann kann gar nicht die wahl zeigen weil der sich widerspricht und bei die frauen unterdrückt werden auf höchster form und nicht nur das für die das ist mit der lipo das hast du leicht mit der besuch kommen sagt auf türkisch gerunde so kennt sie gar nicht wahrscheinlich 20 jahre jünger gerund ja siehst du schon leid mit erlebt so werden die behandelt und die und die fahrt und die kommen verteidigen das auch noch ja ja das ist heftig nur jesus ist die wahrheit jesus sagt liebt eure frauen so wie christus die gemeinde geliebt hat sondern unsere frauen sterben und schützen und ehren und lieben denn die frau ist die krone des mannes da steht in die bibel meine lieben so werden die frauen werk geschätzt und deswegen jesus ist die wahrheit jesus ist gott wenn du gerettet werden willst nehmen ihn heute an die ins gebet fragt gott wer bist du was die wahrheit gott wird sich die offenbar in diesem sinne gottes segen gesegnete nacht gute nacht gottes segen schlaf gut auf jeden fall kann es ja noch mal sagen plus die wiedergeburt und 30 sekunden ja genau die wiedergeburt geht natürlich in gebet ihr sagt gott was dreckige sünder ihr seid ja die größten sogar dann sagt gott ich nehme deine gnade an die du am golger da vergossen hast bitte schmeißt mein altes leben also ich will mein altes leben wegschmeißen und mein neues leben mit dir beginnt macht mit mir aus alt neu damit ich von neu geboren bin und ein kind gottes bin das ist erklärt gottes segeln gottes segeln gottes segeln gottes segeln